Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu der 30. Ulmer Tagung für Altersfragen. Und ich freue mich sehr, dass wir wieder so ein sehr großes Auditorium zusammengebracht haben. Und zwar nicht nur hier vor Ort, sondern auch online. Bevor nachher viele Fragen nach meinem Gesundheitszustand auftauchen, wollte ich ganz kurz sagen, mir geht es gut. Ich hatte zwar ein bisschen Erkältung, aber das ist am Abflauen. Bei mir endet es dann immer am Hals. Das heißt, es geht mir besser, als Sie denken, Sie werden sich nicht anstecken. Gut, das zur Vorgeschichte. Das andere, was ich sagen möchte, ist, dass wir nicht nur hier ein großes Auditorium haben, sondern auch viele tolle Referenten. Und dieses Mal ein bisschen anders die UTA geplant hatten. Wir haben ja immer das Gerdstedt-Zentrum sehr aktiv mit eingebunden, mit Kurzvorträgen. Das haben wir, weil wir auch gedacht haben, wir wollen mal was Neues machen, etwas verändert. Und das Neue, was wir machen dieses Mal, ist, dass wir, Mikro geht nicht. Ah, dann die Verstärkung nach innen kann man vielleicht noch ein bisschen erhöhen. Dann müsste das eigentlich auch für innen, ist jetzt besser zu hören. Gut, wunderbar, vielen Dank. Wichtiger Hinweis. Jetzt muss ich mich wieder sammeln. Was wir Neues gemacht haben, ist, dass wir nicht diese Kurzvorträge haben, aber dass wir dieses Mal Fälle mitgebracht haben. Und zwar echte Fälle, die vorgetragen werden von Menschen, die quasi vor Ort am Patienten arbeiten. Und anhand dieser Fälle werden wir dann interprofessionell Vorträge haben, und zwar aus der Pflege und aus der Medizin. Das heißt, ärztliche und pflegerische Mitarbeiter aus Kliniken, die vor Ort am Patienten haben, werden dann sowohl wissenschaftlich als auch praxisnah Tipps und Tricks geben. Und zwar zu zwei großen Themen. Das eine Thema ist das Delir, das dieses Jahr ja auch bald nächste Woche der World Delirium Awareness Day auch stattfindet, immer mehr eine Rolle spielt und auch immer mehr aufgenommen wird von den Kliniken. Und der zweite Teil, und der wird dann von Frau Walther moderiert, der Pflege-Direktorin hier im Haus, ist dann das Thema Ernährung. Aber damit ich nicht zu viel Vorrede halte und wir gleich starten, und zwar pünktlich starten können, das tun wir nämlich dann fast hiermit, darf ich als ersten Redner Herrn Sachs auf die Bühne bitten. Herr Sachs ist geräumte Psychiatrische Fachkraft. Hier im Haus Stationsleitung auf der Station 4 und hat die Frau durcheinander mitgebracht. Und ich bin gespannt, was Frau durcheinander so auszeichnet. Jens, bitteschön. Vielen Dank und vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen heute. Wie schon erwähnt, ich heiße Jens Sachs. Und, ähm, okay. Wir können jetzt nicht mehr so ein bisschen gehen, halt. Ja. Ja, also jetzt ist es, glaube ich, besser. Ja. Also wie schon erwähnt, ich heiße Jens Sachs und arbeite bei Aperglesion hier in Ulm in der Bethesda-Klinik. Und ich freue mich Ihnen heute, die Frau durcheinander vorzustellen. Und, ähm, durch unser Aufnahme- und Belegungsmanagement haben wir folgende Vorinformationen erhalten. Frau durcheinander, 85 Jahre alt, Oberschenkelhalsfraktur links, nach häuslichem Sturz, OP-Naht unauffällig, aktuelle Teilbelastung von 20 Kilo, keine Hinlauftendenz, keine Angaben zu veränderter Kognition, gut führbar, Aufnahme auf 9 Uhr geplant. Das hört sich im ersten Moment für uns recht gut an, oder? Kurz nach 9 Uhr, Frau durcheinander ist leider noch nicht da. Bei dem Anruf durch die Stationssekretärin in der vorherigen Klinik erfahren wir, dass der Entlassbrief noch nicht fertiggestellt ist. Die Aufnahme verzögert sich um circa eine Stunde. Ankunft der Patientin um 10.30 Uhr an der Bethesda-Klinik. Kurzer Halt am Eingang, die Patientendaten wurden erfasst, sowie der Transportdienst die Informationen über die Stationen und die Zimmer, eine Zimmerauswahl erhalten. Bereits jetzt hat Frau D. aus ihrer Sicht schon mehrere Ortswechsel erhalten. Für eine 85-jährige Dame bedeutet das Stress. In unserem Fall sind es bereits vier. Die Einweisung durch den Rettungsdienst, nach Sturz in einer Stresssituation in eine umliegende Klinik, die Operation, die Verlegung auf das Patientenzimmer, der Transport in die Bethesda-Klinik bis zur Zimmereinweisung. Dazu kommt zahlreiche Geräusche, Stimmen, sowie etliche fremde Personen, unzählige Fragen. Nun die Ankunft in Bethesda. Eine neue Umgebung, wieder neue, viele fremde Menschen. Eine örtliche und zeitliche Orientierungsstütze wird zur Begrüßung gegeben. Die zuständige Pflegekraft stellt sich kurz vor. Frau Durcheinander wirkt zu diesem Zeitpunkt sehr in sich gekehrt und müde und kommentiert die Begrüßung gelegentlich mit einem zaghaften Nicken. Wir bekommen den Arztbrief ausgehändigt. Leider kein beigefügter Pflegeüberleidungsbogen. Somit keine pflegerische Informationen. Bei der Durchschau des Arztbriefes wird schnell ersichtlich, dass es sich nicht nur um die Oberschenkelhalsfraktur, sondern ebenso um einen entgleisten insulinpflichtigen Diabetes mellitus 2 handelt. Eine Niereninsuffizienz sowie eine Herzinsuffizienz ebenfalls vorhanden. Der Medikamentenplan fehlt leider. Frau Durcheinander scheint Schmerzen beim Positionswechsel zu haben. Durch Anfrage in der Klinik erhalten wir 90 Minuten später die Information, dass sie 200 Milligramm Valeron täglich erhält. Aufgrund der fehlenden Pflegeüberleidungsbogen ist unklar, ob Frau Durcheinander nach BTM-Gabe abführende Bedarfsmedikation erhalten hat oder sie beschwerdefrei ist oder wann der letzte Stuhlgang war. Ebenso ist unklar, ob die Patienten bei ihrer Herz- und Niereninsuffizienz ausreichend ausscheidet oder wie sie bilanziert wird. Frau Durcheinander wird in ihr Zimmer begleitet. Ein Doppelzimmer mit einer kognitiven, klaren Bettnachbarin, die sich auf adäquate Ansprache freut. Der Transfer ins Bett erfolgt in Vollübernahme durch den Transport sowie durch die Pflege. Frau Durcheinander wird die Notrufglocke erklärt, auf die Nasszelle wird hingewiesen, die Lichteinheit erklärt. Frau Durcheinander wird ebenso zu Beginn darauf hingewiesen, bitte nicht alleine aufzustehen, um einen weiteren Sturz vorzubeugen, sowie die Teilbelastung einzuhalten. Nun beginnt die Pflegekraft mit der Befragung für die Pflegeanamnese. Hier werden eine Vielzahl an Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wie und wo lebt die Patientin, wie war die bisherige pflegerische Situation, gibt es Allergien, wie ist die Ess- und Trink-Situation, wie ist die bisherige sowie die aktuelle Schmerzsituation, eventuell Wundsituation, Kognition, sowie eine Vielzahl an weiteren Titel-Heilfragen. Frau Durcheinander antwortet oft nur zaghaft. Heilweise maximal mit Ja oder Nein. Der pflegerische erste fachliche Eindruck, kognitiv aufgrund der Antwort schwer einschätzbar. Eher schlechter als erwartet. Starke Beinedöme und Dyspne. Weshalb bereits jetzt eine gemeinsame Visite mit dem zuständigen Arzt erfolgt. Aus dem Erfragten ergehen Folgendes hervor. Patientin sei Kontinent, konnte bisher sich selbst versorgen, aktuell leichte Schmerzen. Jedoch eine genaue Einschätzung per NRS nicht möglich. In den aktuellen Pflegebedarf kann sie nicht einschätzen. Auch zur Mobilität macht sie aktuell keine Angaben. Sie könne selbst essen und trinken. Wo sie genau ist, kann sie nicht sagen. Nachdem sie Bethesda hört, meinte sie, ach ja, das habe ich schon mal gehört. Eine weitere, eine erweiterte Vorgeschichte mit Medikamenten vor Aufnahme, Schmerzen und anderen Gebrechen ist aktuell nicht zu erheben. Die Telefonnummer von Angehörigen nicht herauszufinden. Wir hoffen auf den nächsten Tag. Anschließend, zur pflegerischen Aufnahme erfolgt dann die diagnostische, die ärztliche und gegebenenfalls auch die therapeutische Aufnahme. Alle stellen Fragen. So viele neue fremde Gesichter. Frau Durcheinander ist erschöpft, sehr müde und liegt immer wieder ein. Anschließend, zur pflegerischen Aufnahme erfolgt dann die Diagnost... Ah, Entschuldigung. Gegen 11.45 Uhr trifft allerdings schon der Sohn ein. Er gibt an, dass seine Mutter bis zu dem Sturz alleine gelebt und keine Unterstützung benötigt. Ledentlich die Einkaufe wurden übernommen. Er selbst nur gelegentlich zu kurzen Besuchen da. Die Einschätzung der Angehörigen ist teilweise schwierig. Wer nicht mit seinen Angehörigen zusammenlebt, hat eher keinen Einblick in die pflegerische Versorgungssituation. Und erkennt nicht frühzeitig, ob er sie sich bei der Grundpflege schwer tut. Wir wissen auch, dass kognitive Defizite zu Beginn einer Erkrankung gut überstabilt werden und bei gelegentlichen Kontakten eine gute Fassade aufrechterhalten werden kann. Im weiteren Tagesverlauf zeigt die Patientin, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten und Einschränkungen nicht korrekt einschätzen kann und ihre Teilbelastung nicht einhält. Sie wird bei selbstständigem Toilettengang angetroffen. Ihre Handlungen wirken unsortiert. Aber durcheinander wirkt eher ablehnend gegenüber pflegerischer Hilfe. Nimmt diese an, nach gut zureden. Bei dem verspäteten Mittagessen wird durch das Handling mit dem Besteck klar, dass Defizite vorliegen. Die Gabel wird als Messer genutzt. Das Messer fungiert als Gabel. Anschließend möchte Frau durcheinander wieder zu Bett. Schläft den ganzen Mittag. Am späten Abend zeigt sie eine zunehmende motorische Unwohl. Frau durcheinander wird wieder versucht zu beruhigen. Diese motorische Unruhe kann durch die Patientin selbst nicht eingeordnet werden. Frau durcheinander räumt immer wieder die Schränke aus, auch denen der Bettnachbarin, zu deren Ärger. Zunächst lässt sie sich doch jedoch noch gut durch die Pflegekräfte leiden. In der Nacht wird jedoch der Höhepunkt der Unruhe erreicht. Frau durcheinander ist anhaltend motorisch verbal und unruhig. Jedoch versucht die vorhandene Pflegekraft in der Nacht, die Nacht so zu gestalten, dass Frau durcheinander zur Ruhe kommt. Der Frust der Bettnachbarin kann Frau D. nicht verstehen. Der Frust potentiert sich. Das Gesagte ergibt keine Sinnhaftigkeit mehr. Die Patientin ist extrem bedürfnisgetrieben, verschiedenster Art. Jedes Zeitgefühl, jede Orientierung ist verloren. Nun ist auch eine Inkontinenz sichtbar. Die Toilette wird nicht gefunden, da sich Frau durcheinander situativ örtlich nicht zurechtfindet. Außerdem nimmt sie diese durch die innerliche Getriebenheit und dem Stress nicht wahr. Somit wird sie mehrfach umgekleidet. Sie äußert permanent den Drang zur Toilette. Hat sie einen Harnwegsinfekt, eine Übersprungshandlung oder kann doch eine Obstipation vorhanden sein? Frau D. versteht es nicht, warum sie ständig umgezogen wird. Sie ist doch selbstständig an einem fremden Ort und fremde Person. Dieses Geschehen zieht sich die Nacht über hindurch. Die Pflegekraft ist bemüht, sie möglichst zu begleiten und zu validieren und auf sie einzugehen. Dies ist mehr oder weniger mit Erfolg gekrönt. Zeitweise muss der Springer hinzugezogen werden, solange der Rundgang ansteht. Es wird bewusst auf sedierende Medikation verzichtet, beziehungsweise diese nur gezielt und vorsichtig eingesetzt. Um weitere Stürze durch die Gangunsicherheit zu vermeiden. Erfahrungsgemäß ist die Wirkung der beruhigenden Bedarfsmedikation nicht wirksam, wenn Unruhezustände akut bei Nacht auftreten. Für Patienten ist dies oft mit massivem Stress verbunden. Eventuell wird durch die Gabe von sedierender Medikation ein Verlust eigener Handlungsfähigkeit bemerkt und dagegen angekämpft. Der Hangover am nächsten Morgen ist Frau D. extrem anzumerken. Sie schläft bis 11.30 Uhr, ist kaum zu erwecken. Ein Einfinden in den normalen Tagesablauf ist kaum möglich. Die Grundpflege muss auf das Nötigste reduziert werden, sowie größtenteils von der Pflegekraft übernommen werden. Von Selbstständigkeit keine Spur. Das Frühstück muss teilweise mundgerecht gerichtet, angeleitet, sogar teilweise eingegeben werden. Weitere Ess- und Trinkangebote werden oft nicht als dieses erkannt oder aufgrund von Erschöpfung verschüttet. Dieses erschwert die Einstellung des Insulinschemens, da sich der Tag-Nacht-Rhythmus verschiebt und keine regelmäßigen Mahlzeiten eingenommen werden können. Die Auswahl kann nicht gut dokumentiert werden. Ein Katheter soll dennoch vermieden werden. Aufgrund des Konfliktpotenzials, der eingeschränkten Genesungsfähigkeit, durch Schlafmangel der Bettnachbarin, sowie die nächtliche Unruhe von Frau Durcheinander, muss ein erneuter Zimmerwechsel geplant werden. Am Nachmittag dann die Zimmerverschiebung. Aufgrund weiterer geplanter Aufnahmen kommt ein Zimmerwechsel der Bettnachbarin nicht in Frage. Frau Durcheinander benötigt ein Einzelzimmer. Frau Durcheinander wird versucht, am Nachmittag möglichst mobilisiert und beschäftigt zu werden, um einen Tag-Nacht-Rhythmus zu gewährleisten. Die Flüssigkeitsaufnahme gestaltet sich schwierig. Sie schwankt zwischen Müdigkeit und gesteigerte Agilität. Frau Durcheinander kommt mit vielen Veränderungen nicht zurecht. Sie wirkt mitgenommen. Vielen Dank. Frau Durcheinander kommt mit den vielen Veränderungen nicht zurecht. Sie wirkt mitgenommen. Mit den vielen Einflüssen nach dem Zimmerwechsel wühlt sie aufgeregt ihre Kleidung zusammen, räumt im Zimmer umher, sucht persönliche Gegenstände. Sie ist situativ desorientiert, entwickelt visuelle Trugbilder, sieht Einbrecher, misstraut jedem. Der Versuch, eine intravenöse Infusion zum Aufrechterhalten des Flüssigkeitshaushaltes, schlägt fehl. Frau Durcheinander zieht sich die Infusion samt Wählen für Waldkanüle. Die nächtliche Situation ist durchwachsen, von kurzen Schlafphasen gefolgt von starker Getriebenheit. Ähnlich wie in der vorherigen Nacht. Ebenso der nächste Morgen. Frau Durcheinander ist den Vormittag über kaum weckbar. Ressourcen bei der Grundpflege können kaum gefordert werden. Die Grundpflege erfolgt teilweise in Übernahme. Frau Durcheinander ist sehr erschöpft, jedoch nun wieder gut führbar. Haben Sie noch die Eingangsinformationen in Erinnerung? Frau Durcheinander, 85 Jahre alt, Oberschenkelhalsfraktur links, nach häuslichem Sturz, OP-Naht unauffällig, aktuell Teilbelastung von 20 Kilo. Keine Hinlaufdentenz, keine Angaben zur veränderten Kognition, gut führbar. Nur noch ein paar Zahlen. Okay. Ich finde das gut, weil ich glaube, die Zahlen, das würde ich mal vorschlagen, die lassen wir jetzt mal noch weg. Weil du hast, vielleicht kann ich das ganz kurz zusammenfassen, du hast nämlich dir die ganzen Sachen nochmal angeguckt. Und was eben wichtig ist, bei ganz, ganz vielen Patienten fehlt uns einfach die Vorinformation. Und das ist ein wunderschöner Fall. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Deswegen würde ich jetzt einfach wegen der fortgeschrittenen Zeit dir erstmal ganz herzlich danken. Vor allem, dass du das so schön geschildert hast, dass wir jetzt mal die Basis haben, weil ich glaube, viele kennen solche Patienten. Ich könnte mir zumindest vorstellen, und zwar nicht nur für uns in der Klinik, sondern durchaus auch in der Praxis oder im Pflegeheim. Und deswegen nochmal vielen Dank für die sehr schöne Darstellung. Danke, Jens. Und jetzt, wo die Basis bereitet ist sozusagen, ist jetzt die Frage, was machen wir denn mit solchen Patienten? Und ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man mit solchen Patienten umgehen kann. Eine davon, habe ich jetzt gelernt, könnte von Steve Jobs kommen. Und ich bin sehr gespannt, was Steve Jobs jetzt mit Delirium zu tun hat. Aber ich bin vor allem sehr froh, dass Matthias Schlögl sich hier aus Barmelweid, aus der Schweiz, aufgemacht hat, uns hier zu besuchen und uns diese Idee vorzugeben, was wir vielleicht dann mit Steve Jobs und Delirium hinkriegen können. Matthias, vielen Dank, du kommst gerne hoch. Ich versuche hier Multitasking, was für Männer ja bekanntlich noch viel schwieriger ist, einigermaßen hingekriegt. Vielleicht ein Satz dazu oder zwei Sätze. Du hast jetzt gerade, habe ich gelernt, habilitiert über dieses Thema auch, Delirium unter anderem. Du kannst aber gerne auch ein bisschen noch was zu dir erzählen und auch ein bisschen vielleicht zu der Klinik in Barmelweid, die viele vielleicht gar nicht kennen. Matthias, vielen Dank fürs Kommen. Michael, vielen Dank. Guten Morgen miteinander. Wenn ich Ihnen jetzt sage, ich bin Oberbayer, der aus der Schweiz kommt und über Steve Jobs redet zum Thema Delir, denken Sie sich gut. Ist er jetzt selber Delirant? Nein, ich bin nicht Delirant. Sie hören, ich bin wirklich Oberbayer. Heimspiel, gestern schon mit Schnitzel gefeiert, ich freue mich. Die Klinik Barmelweid ist eine Rehabilitationsklinik in der Nähe von Zürich. Schön gelegen. Und ich freue mich, dass ich heute über ein kleines Herzensthema von mir reden darf. Delirium ist ein Herzensthema, Kommunikation ist das andere. Und Steve Jobs ist ein recht inspirierender Mensch gewesen. Ah, ein bisschen näher. Das ist meine schüchterne bayerische Zurückhaltung. Und ich könnte eigentlich, wenn das jetzt hier funktioniert, auf dem Bildschirm, da wirklich drauf so. Ah, tschakka. Eigentlich könnte ich jetzt schon wieder gehen. Weil das ist das Puzzle, was ich Ihnen heute vorstellen möchte. Das ist schön, wir haben einen Patienten, aber ohne den Kollegen von der Pflege, ohne die Angehörigen, ohne den ärztlichen Dienst kann dieser Mensch nicht behandelt werden. Steve Jobs, ich bringe Ihnen vier Punkte mit zum Thema Steve Jobs, wo Steve Jobs toll war und die münzen wir über aufs Thema Delir. Wer von Ihnen hat ein, ich habe keine Aktien, wer von Ihnen hat ein Apple-Produkt zu Hause? Das waren einige und Sie wissen das, in dem Moment, wenn man diese Packung aufmacht, da stimmt alles. Da ist alleine die Verpackung an sich ein Geschenk. Und der war fixiert auf die kleinsten Details. Aber nicht nur auf das kleinste Detail, sondern auf das große Dinge auch. Und in dem Moment, wenn wir jetzt das Delir verstehen wollen, brauchen wir ein paar Baselines. Und die Baseline ist etwas, was wir jetzt vorhin von dem Kollegen schon ganz kurz gehört haben. Wir haben ein bisschen was von der Geschichte, aber wir haben die akuten Auslöser auch gehört. Und da ist es wichtig, sich zu überlegen, was ist die Prädisposition, was ist die Ethologie? Wieso kommt der Patient in ein Delir hinein? Als erstes die Prädisposition. Gucken Sie einfach bitte mal in die mittlere Spalte. In der mittleren Spalte sehen Sie für eine chirurgische Patientin, so wie die wir jetzt gehört haben, das relative Risiko, basierend auf einer Lenset-Arbeit von Sharon Inoue. Sharon Inoue ist die Delir-Päpstin schlechthin, ein Delir zu entwickeln. Und jetzt, mir geht es gar nicht darum, dass Sie diese Zahlen auswendig lernen, aber es geht darum, dass Sie sehen, allein aufgrund von dem Alter, der Multimorbidität und dem, was sie hat, kommt die Patientin nicht an einem Gleichgewicht an, sondern sie ist schon kurz vor dem Delir. Das ist unser typischer Patient. Und vielleicht sehen Sie es auch noch, einer meiner Lieblingspunkte, Delir in der Vergangenheit, das sehen wir, wenn wir Glück haben, irgendwo auf Diagnose Nummer 19 oder Nummer 21, das hat ein dreifach erhöhtes Risiko, dass ein Mensch nochmal ein Delir entwickelt. Das einfach so als Baseline, wo stehen unsere Menschen in dem Moment, wenn sie zu uns, zu Michael, dann in die Klinik kommen. Und jetzt Thema Äthiologie. Blasenkatheter, wie es wir alle miteinander, ist nicht gut. Aha, jetzt gucken Sie mal bitte nach ganz unten und jetzt gucken Sie bitte mal nach ganz oben. Ganz unten steht Dehydratation. Diese Dame, viermal Ortswechsel. Wir wissen nicht, wie viel die Patientin zu dem Zeitpunkt, wenn sie um 10.30 Uhr bei Michael in der Klinik kommt, getrunken hat. War sie in der Nacht vorher schon delirant? Hat sie vielleicht die letzten 24 Stunden überhaupt irgendetwas getrunken? Auch wenn sie 300 Milliliter trinkt, ist es vielleicht für eine 85-jährige Patientin postoperativ tendenziell zu wenig. Relatives Risiko, um Delir zu entwickeln, 1,5. Ganz oben mal Nutrition, 4,7. Welche Seniorin mit 85 postoperativ die Schmerzen hat gegebenenfalls im Delir, bestellt freiwillig drei Mahlzeiten und setzt Ich hätte noch gerne ein bisschen Spätzle mit Soße extra. Wenige. Das ist das eine, was ich mitgeben möchte. Aber das andere ist, wenn Sie sich jetzt gedanklich auf der rechten Seite noch eine Spalte kreieren und sagen, Und was ist die Konsequenz davon? Die Konsequenz von unten nach oben ist, wir müssen wissen, was kommt in den Menschen hinein an Flüssigkeitszufall. Hashtag Bilanz. Runter von der Notfallstation, raus aus dem Bett, keine Fixierung, keinen Blasenkatheter, Katapolenzustand wiederherstellen, Malenrotation vermeiden. Ich habe jetzt gerade nicht irgendwelche Medikamente aufgezeichnet, die in irgendeiner Art und Weise sedierend wirken. Wir reden, ich lasse den Begriff Patient weg, wir reden von Menschen, eine 85-jährige Patientin hat Bedürfnisse, die wir Unmade Needs, ganz normale menschliche Bedürfnisse, wie Essen, Trinken, Abführen und so weiter. Das hat basale Needs, die müssen wir auf dem Schirm haben und die müssen wir dementsprechend adressieren. Eine Sache, die uns auch noch wichtig ist, das haben wir vorher gehört, wo kommt der Patient her? Sie haben wahrscheinlich alle schon das Thema Frailty gehört, aber eine Sache ist mir ganz wichtig, das ist diese Kurve. Wir alle miteinander, sage ich einmal, wir sind jung und gesund. Wir kommen von oben. Wir sind die grüne Kurve. Wenn wir krank werden, wir fallen kurz ab und nach schneller Zeit sind wir wieder oben oder sind sogar besser. Wenn eine Patientin frail ist, gebrechlich wenig Ressourcen hat, gibt es drei wesentliche Unterschiede. Nummer eins, sie fängt tiefer an. Nummer zwei, sie fällt tiefer ab. Nummer drei, das sind vier Unterschiede, sie braucht länger, bis sie nach oben kommt und sie wird das Vorniveau nicht mehr erreichen. Und als Oberbayer bin ich dann immer froh, dass es die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie gibt, weil dann töckel ich mit meinen Assistenzärzten immer die Homepage an von den Geriatern in Deutschland und sage, wenn ihr keine Ahnung habt, ob jetzt der Patient frail ist, ja oder nein, nehmt diese Homepage und schaut es euch einfach kurz an. Pi mal Daumen, wo steht euer Patient? Das ist eine ganz coole Sache und allein, wenn jetzt bei dem Zuweisungsschreiben stehen würde, Patientin ist sieben frail. Der Kollege von der Pflege hat eine ganz andere Information vorher, wo er weiss, okay, sieben frail, also höchgradig frail, das ist eine Patientin, da muss ich sehr gut aufpassen. Da gehe ich vielleicht direkt gleich mit dem Arzt hin. Super Sache. Jetzt haben wir den Sohn gehört. Der Sohn kam, glaube ich, im Fallbeispiel einen Tag später. Und wir wissen das alle miteinander. Die Familie kann darunter immens leiden in dem Moment, wenn der Patient komplett durcheinander ist. Und jetzt haben wir hier den Samstag, stellen wir uns vor, die Patientin ist jetzt heute gekommen. Und ich sage dann immer Hashtag Baseline. Hashtag Baseline, was meine ich damit? Wenn man dann den Sohn sagt, schauen Sie mal, haben Sie den Begriff Delirium schon mal gehört? Und wenn dann der Sohn Ihnen sagt, wie bitte? Dann wissen Sie, keine Baseline vorhanden, ich fange von null an. Wenn der Patient aber sagt, ja, also meine Mutter ist einem hyperaktiven Delir aufgrund von Obstipation und Opiaten, dann wissen Sie, es ist etwas anderes. Und typischerweise hat das Delir so einen Verlauf. Es ist mal besser und es ist mal schlechter. Und das kann man den Leuten auch aufzeichnen. Das zeichne ich meinen Angehörigen in der Klinik auf. Schauen Sie, das Delir ist wie ein Ungleichgewicht. Schauen Sie, seit Montag war das so. Ja, Sie sagen es. Es ist ja so. Es war ja so. Mal besser, mal schlechter. Aha, okay. Und dann sind Sie froh, sind Sie in der Geriatrie und dann denken Sie, alles wird besser. Und dann zeichne ich diese Kurve von Samstag bis Montag und streiche die Kurve wieder durch. Ach, wieso streiche ich sie wieder durch? Weil ich sage, das ist eine gefährliche Situation, wo wir sind. Und unser Job ist es jetzt, dass wir das Delir stabil halten, ohne dass etwas passiert. Was passiert? Die Patientin kann aufstehen, stolpern, hinfallen, Schenkelhalsfraktur auf der anderen Seite. Es ist herzlich, dass man ihr sagt, bitte stehen Sie nicht auf und halten Sie die 20 Kilo ein. Aber es ist möglich, dass sie aufsteht und stürzt. Es ist aber auch möglich, dass sie hypoaktiv ist, Sonntagnachmittag schläft, weil sie in der Nacht nicht geschlafen hat, aspiriert und am Dienstag eine Aspirationspneumonie hat. Also ich mache dann diese Kurve von Samstag bis Montag so und sage, unser Job ist, dass wir stabil halten und dass keine Komplikationen passieren. Und nächste Woche schauen wir dann, dass wir den Wellengang abflachen. Ganz einfach. Also, Wissenstand abfragen. Es hilft, wenn man es grafisch visualisiert. Den Zettel kann man nämlich mitnehmen. Man darf sagen, Sie sind an einem guten Ort, wir sind gerne für Ihre Mutter da. Stabilisation ist ein Ziel, aber Komplikationen sind möglich. Für die ärztlichen Kollegen hat auch rechtliche Aspekte. Dieses Gespräch dokumentiere ich genau so, weil in dem Moment, wenn etwas sein sollte und die Angehörigen dann sagen, wieso ist mein Vater gestern dann gestorben oder gestürzt. Alle schon vorkommen. Einzeile oder zwei Zeilen sind dann recht gut. Und dann Informationsmaterial, das habe ich jetzt in, da könnte man ein eigenes Symposium dazu machen. Informationsmaterial abgeben, ist noch das andere. Eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist, und es hat jetzt nichts zum Thema Delir zu tun. Diese Dame wird uns nicht automatisch sagen, wo Ihre Probleme sind. Das ist ein unglaublich sympathischer Mensch, Michael. Aber auch wenn der Michael reinkommt, wird sie nicht sagen, ja, Herr Dr. Tenkinger, ich habe acht von zehn Schmerzen hier auf der rechten Seite, ich habe massive Inkontinenz, Sie sind der Erste, dem ich sage. Es wird nicht der Fall sein. Ja, es wird nicht der Fall sein. Sie haben körperliche Probleme, Sie haben soziale Probleme. Und es hilft, wenn wir uns vorstellen, ich bin jung und gesund, ich habe die Möglichkeit, heute Abend wieder rauszugehen in die Klinik, aber du bist altkrank. Wenn ich hier als Chefarzt auftrete von einer 85-jährigen Patientin und mich nicht wirklich auf das Niveau begebe von dem Menschen, der mir gegenüber ist, dann verliere ich diesen Menschen. Ich muss meinen Patienten, die sind 87 im Schnitt, muss ich nicht erklären, wie die Welt funktioniert. Ich darf von Ihnen lernen. Und ein Beispiel darf ich Ihnen vielleicht noch sagen zu dem Thema Scham. Ich hatte einen Patienten, ähnlich so wie diese Patientin, Schenkelhalsfraktur Nummer zwei auf der einen Seite, der hat geschrien vor Schmerzen. Ist das mein Wasser oder das vom Kollegen? Ist klar. Ist doch gut. Der hat geschrien vor Schmerzen und wir wollten ihm niedrig dosiert Opiate geben. Er hat gesagt, vergessen Sie es. Die Geschichte war, er hatte zwei Jahre vorher auch schon mal eine Schenkelhalsfraktur, hatte Opiate, war aufgrund von den Opiaten verstopft, wurde aufgrund von der Verstopfung abgeführt und hat nachts um drei ins Bett gemacht und wurde von einer jungen weiblichen Pflegefachfrau gewaschen, gepflegt und hat gesagt, egal was Sie machen, ich nehme keine Opiate mehr. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so geschämt. Hashtag Baseline, wo kommt der Patient her? Wo kommt der Mensch her? Was hat er oder sie für Vorerfahrungen? Kostet nicht wahnsinnig viel. Das Gespräch war fünf Minuten. Ich habe ihn gefragt, schauen Sie, ich sehe Sie schreien vor Schmerzen, ich verstehe es nicht. Was ist Ihre Geschichte? War die Frage. Kommen wir zum Patient, zum Menschen. Nicht ganz unwesentlich in der Begutachtung. Achtsame Sprache. Wer von Ihnen stellt dem Patient die Frage, wie geht es Ihnen? Alle miteinander tun wir das, gell? Mache ich auch? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben einen recht bescheidenen Tag in der Arbeit. Der Chef tut es schwierig. Familiär läuft es nicht gut. VfB Stuttgart hat verloren. Was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Oder Bayern ist Zweiter. hinter Leverkusen. Es läuft einfach nicht. Es läuft nicht. Und Sie haben, Sie treffen einen Kollegen vom Abitur. Haben Sie seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Sie waren die besten Kollegen. Sie treffen den vorne am Maritim, auf dem Platz, läuft in ihn rein und er stellt Ihnen die Frage, wie geht es dir? Im Englischen sagt man How are you? Kommt die Antwort, I'm okay. Wieso zeige ich Ihnen das? Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich dieses Bild zeige. Wieso zeige ich Ihnen das? Wir dürfen die Frage stellen, wie geht es Ihnen? Es ist eine Ja-Nein-Antwort. Es ist eine Antwort, die wir, je nachdem, welchen Rang wir haben, welches Geschlecht wir haben, kriegen wir eine andere Antwort. Meine Oberärztin schüttelt den Kopfband mal nach der Chefvisite und sagt Matthias, ich war vor fünf Minuten drin, habe die gleiche Frage gestellt und dann kommst du und kriegst 180 Prozent die gleiche, nicht die gleiche Antwort. Wieso? Sag ich, das ist ja so. Müssen wir einfach aufpassen. Also wir dürfen stellen die Frage, aber einfach aufpassen, wenn wir sie stellen. Was sage ich immer? Professionelle Neugier. Professionelle Neugier, schauen Sie mal auf der linken Seite. Auf der linken Seite sagt man, what's the matter? Was ist denn los? Wieso tun Sie so schwierig? Und auf der rechten Seite, was steht momentan für Sie im Vordergrund? Sie kriegen übrigens, wenn Sie wollen, gerne die Slides als PDF. Kann ich Ihnen gerne weiterleiten. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, unabhängig vom Delir. Wir haben Menschen vor uns und nur weil die Diagnose 1, 2, 3, 4, 5 ist, heißt es noch lang nicht, dass das die Diagnoseliste 1, 2, 3, 4, 5 ist für den Menschen. Es kann sein, dass der Patient eine Schenkelhaussfaktur hat, aber die Patientin liegt im Bett und weiß nicht, wie sie ihre Rechnung zahlen muss, weil die Rechnungen kommen jetzt nach Hause und für das Büsi, für die Katz, schaut momentan sowieso keiner. Und dann haben Sie eine Patientin, die nach Hause möchte, Schmerzen hat. Wieso? Weil die Katze niemand versorgt. Nummer 2, Steve Jobs. Steve Jobs war gut in Dinge vereinfachen. Wo hat er das gelernt? Bei Atari. Hat sich ja nach Stanford gedacht, nicht so eine gute Uni, höre ich einmal auf. Und hat bei Atari in der Nachtschicht gearbeitet. Und Atari bei der Nachtschicht, die haben solche, diese Boxen, das ist, Jet Chibi, die hat dieses Bild erstellt. Also es ist schade, sie hatten wirklich nicht so ausgeguckt, aber die haben da so große Spielboxen nach Hause geliefert. Ich habe Jet Chibi gesagt, mach das Bild mal. Und wenn man diese Box aufgemacht hat, war ein Zettel drin. Und auf dem Zettel waren zwei Sachen gestanden. Werfe Fünferl rein und gehe den Klingonen aus dem Weg. Super. Super. Das ist einfach. Was hat jetzt das mit dem zum Thema Delir zu tun? Es gibt unterschiedliche Delirium Assessment. Ich weiß nicht, welches ihr macht. Welches macht ihr in... Ihr macht in 4AT. Das ist jetzt der 4AT. Das ist einer der best validiertesten Delirium Assessment in der Welt. Und Sie sehen, das ist eine relativ einfache Sache. Dauert maximal 2 Minuten. Und die Punkte, die man sich anschaut, ist die Wachheit, die Orientierung. Die machen wir sowieso alle. Die Aufmerksamkeit ist eine schwierige Sache in dem Fall, weil man hier den Patienten fragt, die Monate rückwärts zu zählen. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, jetzt komme ich als Chefarzt und sage, wir machen jetzt einen Delirium Test. Bitte sagen Sie mir, die Monate von Dezember bis Januar rückwärts. Kommt nicht gut. Wir haben hier ein Gefälle. Deswegen habe ich mich auch noch gerade so hingestellt. Das schaut dann genauso aus in dem Moment, wenn Sie im Bett liegen würden. Das baut kein Vertrauen auf. Wollen wir nicht. Wie der MMSE, ist der 4AT auch ein Test, den dürfen sollen, müssen Sie einführen. Dass man kurz sagt, schauen Sie, das ist ein normaler Test, den machen wir mit allen. Hier geht es um die Monate. Sagen Sie mir die Bitte einfach rückwärts. Sie können sich merken, das geht hier bis Juli, die nächsten sieben Monate, wenn man alleine die ersten drei Monate gut schafft. Bis September kommt. Das ist eine Arbeit aus Basel, ist destilliert zu 85% draussen. Aber es ist noch spannend. Sie können einen Patienten wachenorientiert antreffen, aber er kommt maximal bis November. Das ist noch wirklich spannend. Und jetzt das Thema fluktuierende Symptomatik. Wer von Ihnen arbeitet als niedergelassener Hausarzt, die meisten? Sie kennen Ihre Menschen. Der Patient, wenn fluktuiert, das wissen Sie. Sie sehen das. Wir haben von diesem Menschen vor uns keine Ahnung. Wir wissen nicht, ist das jetzt Status Quo oder ist das etwas, wo wir uns Gedanken machen müssen? Und da sage ich immer, Leute, macht euch die Augen auf und macht euch bereits Gedanken in dem Moment, wenn ihr ins Zimmer reinkommt. Weil in dem Moment, wenn jetzt ich als Arzt reinkomme in dieses Zimmer, ich habe einen Kittel an und normalerweise werde ich als Arzt erkannt. Der Patient nimmt die Aufmerksamkeit auf, kann die Aufmerksamkeit halten, klingelt vielleicht mein Telefon, wir kommen wieder zurück und die Aufmerksamkeit ist immer noch da. Dann kann man diese Fluktuation, kann man sagen, für den Moment von der Visite war die Aufmerksamkeit erhalten und er hat hier keine fluktuierende Symptomatik. Wenn dann der Sohn aber rauskommt hier aus der Bethesda und schreit, was habt ihr mit meiner Mutter gemacht? Dann wissen wir meistens, da ist jetzt irgendwas nicht gut. Wenn der Sohn aber drei Stunden lang drin sitzt, Kaffee trinkt, dann wird das wahrscheinlich eine Situation sein, die er so kennt. Einfach nur als Idee, wie wichtig oder wie gut validiert dieser 4AT ist. Das sind Daten von Alistair McLalick aus Schottland. 82.000 Leute haben sich unterschiedliche Outcomes angeguckt und einfach damit Sie das mal sehen, 4AT grösser als 4, sprich pathologisch, die untere Kurve. 5,5-fach erhöhtes Risiko für eine 30-Tages-Mortalität. Das ist nicht einfach irgendwie eine Zahl, die man da erhebt als Assessment, sondern das hat Evidenz und wir wissen, das ist nicht gut. Dritter Punkt. So schaut das Apple-Headquarter aus. Wieso wollte Apple das so machen? Weil man sich trifft. Und was ist in dem Moment, wenn man sich trifft? Man trifft Entscheidungen gemeinsam, man tut Dinge gemeinsam besprechen. Und das ist auch etwas, was wir mit den Kollegen, das sage ich immer, von meinen ärztlichen Kollegen. Deine Aufgabe ist es, zu den Kollegen von der Pflege zu gehen und zu besprechen. Wenn wir das nicht machen, haben wir ein Problem. Das ist eine Arbeit von Sharon E. Newell. Das ist das Landmark-Paper schlechthin zum Thema nicht-pharmakologische Maßnahmen. Er hat fünf Punkte adressiert. Wir wissen bei dieser Patientin kognitive Einschränkung, Schlafmangel, Immobilität, ganz basale Dinge von einem Menschen. Wie wurden die adressiert? Kein Hokuspokus. Orientierende Maßnahmen, Einreibungen, Frühmobilisation, Hör- und Sehhilfen. Ein Mensch, der eine Brille hat für 85 Jahre und plötzlich die Brille nicht mehr trägt, wenn er sie braucht, der hat wahrscheinlich Schwierigkeiten zurechtzukommen in der Klinik. Trinkprotokoll. Das waren die Resultate. Das ist beeindruckend. Wir reden hier nicht von Medikamenten, sondern wir reden von präventiven Maßnahmen. Wichtig, das ist präventiv. In dem Moment, wenn man das erst durchführt, in dem Moment, wenn das Delirium beleidt da ist, wird das Delir maximal um einen Tag reduziert. Man muss es trotzdem machen. Aber das ist Prävention. Und wieso bringe ich Ihnen das jetzt zum Thema Delir? Wenn Sie da nachher auf diesen QR-Code gehen, dann kommen Sie auf den TED-Talk von Simon Sinek, Start with Why. Und das hat nichts mit dem Delir zu tun. Wenn ich jetzt einer jungen Pflegeschülerin sage, bei mir oben auf der Barmelweit, wenn das Wetter schlecht ist und wir alle im künstlichen Licht, im Zimmer drin sind, draußen ist es neblig, wenn ich ihr sage, du machst Licht an, wird sie tun. Wenn ich ihr sage, der Lichtschalter ist so zu bedienen, denkt sie, ich spinne, aber sie wird es auch tun. Ich muss ihr sagen, wieso das jetzt wichtig ist. Und ich darf ihr erklären, schau, die Patientin ist gerade in einem Delir. Hier ist das Licht schlecht. In dem Moment, wenn die ganzen Tage das Licht schlecht ist, wird die Patientin schlafen. Wenn sie Patientin schläft, wird sie in der Nacht wach sein. Das ist unsere Aufgabe, das zu erklären. Dann kommen noch wir Ärzte dazu. Das ist schön. Das kennen wir. Alleine, der Akademiker. Viele Akten links und uns, rechts und uns herum. Wir machen eine Diagnoseliste, machen die akademisch nach dem Vortrag vom Herrn Schlögl. Und die schaut dann ungefähr so aus. Nicht so, sage ich immer, so eine gute Diagnoseliste ist wie eine Landkarte. Wenn ich den Michael mit einer Landkarte von Basel nach Aarau schicke, wird er Schwierigkeiten haben. Wenn ich ihn mit einer Landkarte von Aarau, die 20 Jahre alt ist, nach Aarau schicke und sage, suche mir innerhalb von drei Minuten das beste italienische Restaurant, dann finde ich nicht. Deswegen die Diagnoseliste. Gehen wir es gemeinsam durch. Auch jetzt von dieser Patientin. Wir haben das jetzt gehört, Prädisposition, Äthiologie ist wichtig, also schreiben wir das doch einmal drauf. Also die Patientin war alt, Multimobil hat vielleicht das funktionelle Defizit, 20 Kilo Teilbelastung. Äthiologie, sie hat Schmerzen postoperativ, ja, ein bisschen Dyspne, wahrscheinlich ist sie biventriculär kardial dekompensiert, der Diabetes ist nicht gut eingestellt, Obstipation, Relokalisation. So, ist gut. Haben wir uns Gedanken gemacht. Tschakka. Bringt nix. Streiche ich durch. Jetzt, mein Lieblingssatz in den Diagnosenlisten ist, aktuelle Äthiologie. Ist toll. Streiche ich auch durch. Aktuell 1997. Ich weiß es nicht. Bringt uns nix. Und jetzt machen wir etwas Neues. Schreiben wir die Lier ganz oben hin, geben dem Ganzen eine Erstdiagnose, sagen Äthiologie stand heute, 9. März, und geben zusätzlich den 4AT hin. Dann sehen wir 0224 aufgezeichnet, je nachdem, welcher Punkt, wo die Patienten verlieren, die Patientin fluktuiert. Das sieht man an den 4 da ganz hinten. Und jetzt denken Sie sich, wieso bringt der Schlögel die ganze Zeit da oben, der kommt doch aus Bayern, da hat es doch gar keinen mehr, wieso bringt er die ganze Zeit einen Anker? Jetzt könnte sich der Assistenzarzt in der Nacht von Michael denken, meine Leute haben sich jetzt Gedanken drüber gemacht. Die Patientin im Delir, die ist jetzt ein bisschen unruhig, die ist jetzt im Delir aufgrund von dem. Anchoring Bias. Wenn jetzt der sein Hirn nicht einschaltet, kann es sein, dass er nur das anschaut, aber eine Überlaufblase verpasst. Kannst du einen Blätterscan drauf machen, siehst die Überlaufblase, machst ein Einmalkatheter, ist das Ganze erledigt. Also, Anchoring Bias. Wir müssen dann auch jedes Mal nochmal uns Gedanken drüber machen, wieso ist der Patient jetzt im Delir. Von meiner Abteilung läuft es so, wir haben solche Huddle, wir besprechen alle Patienten kurz in der Früh, jeder Patient, der Delerant ist, wird gekennzeichnet mit einem Button, blauer Delir-Button. Das heißt, ich höre dann in der Früh, was hat der Patient, wie war die Nacht, was wurde gegeben, mit welchem Erfolg und wie ist der 4AT beziehungsweise der DOS von der Pflege. Dann machen meine ärztlichen Kollegen das Delir-Screening und die Äthiologie und dann geht es weiter, take the responsibility end to end. Dann müssen sie zum Spätdienst hingehen und sagen, unserer Sicht ist der Stand das. Und dann kommt die Sicht aus der Pflege und dann bringt man das zusammen. Dieses Gespräch am Abend dauert drei Minuten, ist aber unglaublich wichtig. Zusammenfassend, Steve Jobs, know the big picture and the detail. Nummer zwei, simplify. Wir dürfen den 4AT nehmen. Nummer drei, engage face-to-face. Akademische Medizin ist gut und wichtig, aber in dem Moment, wenn wir miteinander nicht reden, hat sie keinen Sinn. Und Nummer vier, take responsibility end to end. Diagnoselisten sind wichtig. Es ist ein Kommunikationstool und wir müssen die so führen, damit man damit arbeiten kann. Nummer fünf, Steve Jobs wollte immer besser werden. Ich mache Delir gerne, ich mache Kommunikation auch gerne, aber ich will auch immer besser werden. Dementsprechend bin ich dankbar für Anregungen, Kritik oder Fragen und hoffe, dass wir einen Menschen vor uns sehen. Vielen Dank. Das ist auch anders. Dann können wir nämlich rein diskutieren. Ja, Matthias, wunderbar, wirklich sehr schöner Vortrag, der auch sehr schön die Punkte von der Frau Durcheinander mit aufgenommen hat und darauf eingegangen ist. Wir haben ja heute eine besondere Diskussion von drei verschiedenen Blickwinkeln, nämlich deinen, dann noch von der Simone Bresca, die über Studienergebnisse berichtet, aber natürlich auch mit konkreten Ideen und dann noch von der Werner Spank, die auch aus der Pflege eben kommt und natürlich auch ihre Ideen. Wir sind immer entspannt, und wir können sich das wiederholen, aber es wird, jeder hat, und das finde ich, war gerade sehr deutlich, so einen eigenen Zugang zu dem Thema Delir. Delir ist ja nicht eine Pille, sondern Delir, haben wir gerade gelernt, ist viel. Was würdest du denn jetzt sagen, ist das Wichtigste von den Sachen, die du jetzt gesagt hast? Was würdest du, wenn du sagst, du fängst neu in der Klinik an, es funktioniert gar nichts, oder würdest du jetzt den ersten Punkt verbessern wollen? Ist es das End-to-End, der Prozess, ist es das Einführen des Assessments, ist es, was würdest du sagen, ist dein Wichtigste von? Die Kollegen von der Pflege. Die Kollegen von der Pflege, weil die sind diejenigen, die am Bett sind und sehen, der Kollege hat es schön gesagt, ihr seht, nehmt sie das Messer als Gabel oder andersrum. Brauche ich keinen 4AT machen, das ist nicht normal. Ja, das heisst, Ich würde doch einfach auf Funk bleiben und dann teilen wir uns das Mikro. Das soll ich mal wiederholen? Ja, also, das Wichtigste für mich ist die Pflege. Teaching für die Pflege in dem Moment, wenn es nötig ist, weil das ist die Baseline. Es bringt nichts, wenn meine Ärzte akademisch von oben herab dann kommen und sagen, wir führen jetzt irgendwas ein, also da müssen die Prozesse funktionieren. Mit Abstand für mich das Wichtigste. Du hast genau verstanden, warum wir hier ein interprofessionelles Symposium machen, weil genau darum geht es. Ich glaube, wir müssen das zusammen machen und ich glaube, dass die Geatrie schon relativ weit, ich glaube aber auch die Allgemeinmedizin, wenn ich das sagen darf, die ja sehr viel, gerade die in vielen Pflegeheimen arbeiten, ohne das, was sie dort an Informationen zurückbekommen, geht es ja gar nicht und die sind ja auch gar nicht mehr vor Ort dann, wenn sie dann wieder gehen aus ihrer Visite, sondern kann nur die Pflegekraft das Ganze umsetzen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und diese Punkte, die eignen sich wahrscheinlich auch für Pflegeheiminterventionen. Ich glaube, das ist was, was wir noch ein bisschen ignorieren auch. Gibt es denn Fragen aus dem Auditorium oder von außen? Wer traut sich? Auch wenn wir hier so hoch stehen, von oben nach unten, du hast gerade dieses Gefälle angesprochen, also wir beißen alle, ist denn eine Frage offen geblieben? Wir können nämlich auch am Schluss, wir machen einfach weiter dann und würden dann die drei Vorträge hören und am Schluss nochmal diskutieren, dazu was vielleicht besonders Interessantes und besonders Wichtiges. Okay, was total wichtig ist, auch was Frau Spangus jetzt erzählen wird, nämlich wie aktivieren wir die Menschen denn in der Klinik und ich freue mich sehr, dass wir hier eine Fachkraft haben, die nicht nur Wissenschaft macht, sondern auch am Patienten arbeitet. Janne Spang, sehr gerne, auch bei Christine Thomas in der Abteilung, die ja die Fabelstudie mit durchgeführt hat und jetzt was mitgebracht hat und Simone teilt das gerade schon, genau, wunderbar. Ja, Sie können sich gerne auch selber noch ganz kurz vorstellen. Bitteschön. Vielen, vielen Dank. Geht das so mit dem Mikro, wenn ich hier handhalte? Also Janne Spang, ich freue mich ganz herzlich hier stellvertretend für unser aktiver Team am Klinikum Stuttgart da sein zu können. Herr Professor Denking hat es gerade schon angesprochen. Ich bin APN, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei uns und Pflegekraft, also auch in der Praxis tätig und durfte im Rahmen der Fabelstudie zusammen auch mit Frau Dr. Thomas unsere Intervention aktiver mitentwickeln und implementieren und würde Ihnen das einfach gerne heute vorstellen. Auch kurz zu mir, es liegen keine Interessenskonflikte vor und zu unserer Klinik, dass Sie einen kleinen Einblick haben, wie groß unsere Häuser sind. Wir haben mehrere Standorte. Das Klinikum Stuttgart ist ein Haus der Maximalversorgung. Wir haben, mittlerweile dürfte es ein bisschen mehr sein, weil wir gerade viele Kliniken auch zu uns übernehmen. Knapp 2200 Betten und über 9000 Mitarbeitende und letztes Jahr waren bei uns knapp 50 Prozent, also 48,7 Prozent unserer Patienten und Patienten, die wir stationär versorgt haben, 65 Jahre und älter. Und ich habe Ihnen einen Brief eines Patienten, den wir auch mitbetreut haben, mitgebracht, den er im Delir geschrieben hat und ich würde Ihnen den gerne vorlesen. Und zwar schreibt er, Hilfe, brauche dringend Hilfe. Bin vor drei Tagen operiert worden. Dann anderes Zimmer aufgewacht, heute auf anderes Zimmer überwiesen, ohne Wissen wo und ohne anzuziehen. Vermutlich Keller 000. Dann schreibt er seinen Namen, den habe ich hier geschwärzt. Seit 27. 2. im Haus, inzwischen im dritten Zimmer. Zuerst chirurgische Ambulanz, dann Operation, danach zwei Tage woanders, oben, jetzt intensiv, Keller, unten. Es fehlen brauner kleiner Rucksack, kleiner Kulturbeutel mit diverser Bekleidung, Brille und Handy. Diesen Brief hat er am Stück geschrieben und hat uns Pflegekräften da schon ganz viel vermittelt, was er gerade für Bedürfnisse hat. Das war für uns gut, weil wir wussten, er sucht seine Brille, er braucht sein Handy und er weiß eigentlich gar nicht, wo er ist und hat panische Angst, was gerade mit ihm passiert, sodass wir als Pflegekräfte da sehr schnell nicht medikamentös vor allem auch intervenieren konnten. Wir haben ihn aufgeklärt, wo er mittlerweile ist, was passiert ist, er war auch vollständig orientiert, bis auf das, dass er sich nicht sicher war, ob er jetzt hier im Keller ist oder er war auf der Intensivstation, hatte panische Lebensangst oder Todesangst, muss man sagen und wir, was haben wir gemacht? Wir haben ihm seine Brille gegeben, ihn informiert, aber haben auch sofort seine Frau angerufen. Sie haben Telefon informiert und die beiden dann telefonieren lassen, sodass sich diese Situation zum Glück schnell wieder entspannt hat. Das Glück, dass unsere Patienten ihre Bedürfnisse uns gegenüber aber so äußern, haben wir nicht immer und wir haben jetzt auch mit der Pavel-Studie und seit 2019 zum Glück auch in der Regelversorgung das Aktiva-Team. Das Aktiva-Team, nicht medikamentöses Delir-Präventionsprogramm, viele Module, die wir darin enthalten haben, wurden auch schon angesprochen. Unser Team mittlerweile besteht aus fast sechs Pflegefachkräften. Wir haben 1,6 Stellen Betreuungsassistenz und bis zu drei FSJler und sind als separates Team für alle Stationen im gesamten Haus unterwegs und zuständig und von Montag bis Samstag 7 bis 20 Uhr können wir für alle Patienten ab 65 durch die Station angefordert werden. Wir haben aber ganz schnell gemerkt, Delir-Prävention ist schön und gut, aber was machen wir denn, wenn unsere Patientinnen und Patienten dann ins Delir rutschen, sodass uns schnell klar geworden ist, wir können nicht rein Delir-Präventiv tätig werden, sondern auch dann, wenn unsere Patienten und Patienten Delirant werden, erst dann brauchen ja auch die Pflegekräfte auf den Stationen unsere Unterstützung, denn wir wissen zwar nicht medikamentöse Maßnahmen in Form von Kognitionstraining, orientierenden Maßnahmen sind gut, aber nur wenige können die Zeit dann auf den Stationen auch aufbringen, dem wirklich nachzugehen. Die Pflegekräfte haben diese Zeit nicht, das heißt, wir brauchen zusätzlich Leute, die das umsetzen können. Bei uns im Haus ist es mittlerweile so, ich habe schon gesagt, wir sind auf allen Stationen unterwegs, für alle Stationen, Intensivstationen, Stroke Unit, können uns angefordert, können uns anfordern und wir haben das mittlerweile so geregelt seit 2019, dass die Stationen uns per Pflegekonsel anmelden können. Wir haben das sehr niederschwellig geregelt, es reicht einfach im Satz Delir, Fragezeichen oder sogar noch ein Wort und wir kommen schon vorbei. Auf einzelnen Stationen wie der Stroke Unit, der Unfallchirurgie, haben wir den DOS eingeführt für die Pflegekräfte, einfach ein Beobachtungstool, das so ein erstes Screening und Gefühl gibt, könnte da ein Delir vorhanden sein und wir aus dem Pflegeteam, aktiver Team, machen dann die Assessments mittels des Camps, also der Confused Assessment Method und es läuft dann so ab, die Patienten kommen ins Krankenhaus ab 65, die Stationen melden uns die Patienten an, sagen auch 65 Jahre und älter oder hat irgendwie bei der Aufnahme auf Stationen komische Dinge geredet, komm doch mal vorbei oder auch wenn die prästationär zur Anästhesieaufklärung kommen, dass uns die Ärzte dann schon rückmelden, Patient soll nächste Woche aufgenommen werden, bitte habt den auf dem Schirm, der kriegt eine OP und dann werden die angemeldet. Wir als Pflegefachkräfte gehen dann auf die Station, wir informieren uns vorab zunächst über Vordiagnosen, die bekannt sind, wir schauen uns die Laborparameter an und die Medikation, wir sprechen mit den Pflegekräften auf den Stationen, mit den Ärzten, was war auffällig und sprechen dann mit den Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen. Wenn die Angehörige gerade nicht da sind, dann rufen wir die an. Wenn Unklarheiten sind zur Medikation, wenn der Patient uns beispielsweise sagt, er nimmt zu Hause regelmäßig eine Schlaftablette ein oder zum Schlafen so eine blaue Tablette, er weiß jetzt nicht, wie es heißt, nirgendwo hinterlegt, dann telefonieren wir auch mit den Hausärzten, wissen, ob da was bekannt ist, dass der Patient da Medikamente bekommt, machen dann eine sehr, sehr ausführliche Anamnese, das Assessment und planen dann zusammen mit den Patienten, deren Angehörigen Maßnahmen, die wir während des Krankenhausaufenthaltes machen. Dann, wenn wir den Patienten zusätzlich in unsere Betreuung mit aufnehmen, haben die Patienten täglich während des Aufenthalts mehrere Kontakte durch uns, zusätzlich zu den Pflegefachkräften auf den Stationen, die dann in den unterschiedlichen Maßnahmen, die wir durchführen, gefördert werden und wir Pflegekräfte machen täglich Kurvenvisiten, schauen uns also weiterhin die Medikation an, schauen uns die Vitalparameter an, beraten die Ärzte auch zur Medikation, was eher ungeeignet ist, was muss vielleicht geändert werden. Falls wir da auch nicht weiter wissen, raten wir zum Einschalten der Gerontopsychiater, die können auch bei uns konsiliarisch angemeldet werden, aber in der Regel können wir das ganz gut handeln und dann während des Verlaufs gucken wir, wird der Patient auffälliger, dann intensivieren wir unsere Maßnahmen, wenn der Patient nicht auffällig wird, bezogen aufs Delir, dann behalten wir unsere Maßnahmen weiter und schauen auch, ob wir ihn sogar aus unserer aktiver Betreuung vorzeitig, bevor er entlassen wird, auch wieder rausnehmen können. Das heißt, wir betreuen auch Patienten, die nicht nur operiert werden, sondern alle Patienten. Dann, wenn unsere Patienten unauffällig sind, dann werden sie entlassen und bekommen von, oder bekommen dann in das Pflegeheim, Kurzzeitpflege, haben wir auch wie so eine Art Überleitungsbogen, den wir dann mitgeben können. Falls unsere Patienten aber im Krankenhaus delirante Symptome entwickeln, unfallchirurgisch aber auskuriert sind, dann haben wir bei uns die Möglichkeit, dass wir die stationsäquivalente gerontopsychiatrische Behandlung, das Stäbteam gerontomit involvieren können, sodass unsere Patienten trotz möglicher deliranter Symptome ins häusliche Umfeld oder in die Kurzzeitpflege, ins Pflegeheim entlassen werden, unter der Voraussetzung, dass 24 Stunden jemand von den Angehörigen dabei ist. Und dieses Stäbteam betreut auch die Patienten dann in ihrer gewohnten Umgebung mit weiter, um so auch unnötige Verlegungen in Pflegeheime einfach zu unterlassen, sondern dass wir die wirklich wieder ins gewohnte Umfeld hin entlassen können. Ja, zu unseren Modulen, die wir im Rahmen der PABEL-Studie entwickelt haben, so als Konkrumerat, so konnten wir auch die Evidenz nachweisen, sind diese sechs Module, das sind Orientierung, Aktivierung, Mobilisierung, Mahlzeitenbegleitung, Diagnostikbegleitung und Schlafförderung. Also viel wurde auch schon genannt, wie wichtig das ist. Wir haben für den Orientierungsbesuch, Simone, du hast es schon, vielen Dank, hingehängt, Datum, wenn es jemand interessiert ist oder irritiert, ist nicht korrekt. Heute ist der Samstag, der 9. März. Falls das irgendwie zu Probleme führen sollte gleich, ändere ich das auch noch gerne, sobald wir unsere Patienten also aufgenommen haben, wir haben das Erstgespräch, die ausführliche Anamnese durchgeführt, bekommt jeder Patient, jede Patientin so einen Kalender ins Zimmer gehängt. Mittlerweile hat jede Station bei uns im Haus auch ein Repertoire an fünf Kalendern, sodass nicht wir extra kommen müssen, um Kalender aufzuhängen, sondern die Stationen selber entscheiden können, der Patient, die Patientin brauchen Kalender, wir hängen da einen hin. Dann haben wir diese Sonnenblume Sunflower Tool aus dem australischen Jobs Programm modifiziert und zwar ist es eine Sonnenblume mit keinen soziodemografischen Daten drauf, das heißt, wir hängen die frei in das Zimmer für jeden sichtbar und füllen die mit den Patienten und den Angehörigen zusammen aus und fragen dann zum Beispiel Lieblingsmusik, ehemalige Wohnorte, ausgeübter Beruf, all diese Dinge, dass wir jederzeit und auch andere, die ins Zimmer kommen, direkt Beziehungsarbeit aufbauen können und leisten können und einfach viele Patienten haben uns da auch rückgemeldet, ja, sie geben so viele Daten immer an und die verschwinden und ich werde so auf das Gleiche gefragt und so kann man dann immer gleich dran anknüpfen und diese Sonnenblume, die geben wir auch mit nach Hause und wir haben jetzt mittlerweile schon auch einige Patientinnen und Patienten, die die Sonnenblume sollten, sie wieder zu uns ins Krankenhaus kommen, immer wieder mitbringen und wir waren oder ich persönlich war verwundert tatsächlich, wie gut das ankommt, also wir haben alle Patienten, also ich würde sagen 95%, die diese Sonnenblume super finden, nur ein geringer Teil, der das auch wirklich ablehnt. dann der Aktivbesuch ist auch, dass wir Kognition fördern wollen in Anlehnung an die Biografie unserer Patientinnen und Patienten, das kann hochkomplexe kognitive Trainings am Tag sein, können aber auch Zeitung vorlesen sein, Bilder anschauen sein, wir haben mittlerweile wieder eingeführt, dass wir freitags eine Gruppe machen, bei der wir Patienten aller Stationen, die wollen zu einer Gruppe einladen und dann gezielt Gedächtnis und Kognition Trainings machen. Bei der Mobilisierung achten wir darauf, dass wir eng mit den Physiotherapeuten zusammenarbeiten und mit den Pflegekräften und immer schauen, was können die Patientinnen an Bewegungsübungen machen, welche Hausaufgaben können wir ihnen geben und dass wir sie auch motivieren, weil häufig liegen unsere Patienten dann auch immer nur am Bett rum und keiner motiviert sie sich mal zu bewegen und da schauen wir, achten wir auch darauf, dass sie regelmäßig ihre Bewegungsübungen bekommen. Hier hatte ich die Sonnenblume noch mal ein bisschen größer, vielleicht kann man es jetzt besser lesen, also da auch Interessen, Hobbys, wofür interessieren sich unsere Patientinnen und Patienten im besten Fall, wenn Patienten operiert werden sollten, füllen wir das vor OP aus, dass falls nach OP da auch delirante Symptome auftreten, sollten wir da wieder gut dran anknüpfen können. Und wenn wir uns, wenn vielleicht auch optische Halluzinationen auftreten sollten, vielleicht fragen können oder an Themen wie jetzt Haustiere, wenn Haustiere gesehen werden, sagen können und beruhigen können, ah, da passt doch gerade ihre Tochter auf. Und Musik ist immer ein sehr, sehr wichtiges Feld für Tablets und nehmen die dann immer mit in die Zimmer auch rein und spielen dann Musik ab. Genau, hier habe ich jetzt auch, also wir haben auch Infomaterialien erstellt. Jetzt unsere Patientenmodel zeigt da auch auf die Uhr und den Kalender, also auch Uhren bei uns in analoger Form hängen in jedem Patientenzimmer und man sieht es hier leider nur so abgeschnitten an der Badtür Piktogramme, die wir dann hinkleben. Jetzt auf diesem Bild, es war eine Versuchsstation am Standort Bad Cannstatt, die wir umgestalten durften, deswegen sind da auch die Türklinken rot, weil die sich einfach besser abheben. Jetzt in unserem Neubau, da haben wir auch ein Konzept eingereicht, was zu beachten wäre, aber weil es nach DIN in ISO gebaut wurde, wurde wenig bis gar nichts umgesetzt. Deswegen versuchen wir einfach durch große Piktogramme die Türen zu beschriften. Wir haben da rechts oben auf unserer Stroke Unit Türfolien in Anlehnung an Frau Professorin Marquardt aus Dresden, die da viel forscht, auch zur Architektur für Menschen mit Demenz. Da haben wir diese Türfolien und auch diese Türklinken abgehoben, sodass die Patientinnen ihre Zimmer besser finden. Auch für Angehörige Infomaterialien, Flyer, genau das zur Orientierung. Dann zur Mahlzeiten Begleitung ist es so, dass unsere Freiwilligen oder auch Betreuungsassistenten Gesellschaft leisten, darauf achten, dass unsere Patienten ausreichend zu sich nehmen, dass sie das Essen angerichtet bekommen. Wir Fachkräfte schauen auch gerade vor OPs, dass unsere Patienten, auch wenn kein Diabetes Mellitus vorliegt, trotzdem der Blutzucker gemessen wird, Infusionen angehängt werden, weil häufig, gerade bei Wackwechseln haben wir Probleme, die werden dann immer wieder verschoben, sodass es tatsächlich leider vorkommen kann, dass manche Patienten dann drei Tage nüchtern bei uns sind und deswegen gucken wir da auch immer, wenn gerade OPs anstehen, dass da ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist und die Blutzuckerwerte entsprechend gemessen werden. Entspannung und Schlafförderung genau in unserem Spätdienst gehen wir dann nochmal auch durch die Zimmer schauen über die Schlafmedikation bieten auch hier mit Aromaölen Handmassagen an, alles um Medikamente irgendwie zu vermeiden, es sei denn, das besteht schon in der Hausmedikation der Patienten und Patienten, dass da Zopiclom beispielsweise als Dauermedikation eingenommen wird, dann lassen wir das auch drin, ansonsten versuchen wir da alles zu vermeiden. Akupressur ist ein Angebot, das wir auch machen für unsere Patienten, gerade auch vor OPs, wenn die aufgeregt sind, dass sie dann selber an diesem Herz-7-Punkt am Handgelenk den massieren können und das Angstpotenzial darunter geht. Und wir begleiten unsere Patienten zu allen Untersuchungen, nicht nur zur OP, sondern auch zum EKG, weil häufig da die Wartezeiten recht lang sind und dass sie da einfach auch jemanden zur Seite haben. Im OP begleiten wir unsere Patienten bis zur Schleuse, also leider ist es bei uns noch nicht so wie in Münster, dass wir unsere Patienten auch im OP bei Regionalanästhesien mit begleiten, aber sobald sie dann wieder ausgeschleust werden, bekommen wir dann den Anruf, Patient ist jetzt im Aufwachraum, bitte komm vorbei und alle kriegen dann auch diese blaue Delir-Box da unten mit, die packen wir dann vor OP, da kommt dann Brille, Hörgeräte, man könnte auch Zahnprothesen reinmachen, das finde ich persönlich eher nicht so gut, die würde ich dann extra mitgeben, aber zum Beispiel auch Armbanduhr oder manche wollen gerne, dass ihr Handy dann im Aufwachraum wieder dabei ist und da kriegen dann die Patienten auch diese Box mit und auch im Aufwachraum sofort dann wieder ihre Hörgeräte, Brille angesetzt, sodass sie sich da gut orientieren können. Ja, für unsere Stationen, dass wir da eine hohe Durchdringung haben, im besten Fall wollen wir natürlich, dass alle Patienten ab 65 uns angemeldet werden würden und hierfür haben wir für unsere Stationen nach dem Schwellenkonzept von Sharon Inui auch erstellt, welche Risikofaktoren bestanden denn schon, als der Patient zu uns in die Klinik gekommen ist und welche kommen jetzt hier im Krankenhaus noch dazu, die möglicherweise zu einem Delir führen kann. Jetzt ist es bei uns mit der Risikowahrscheinlichkeit noch ein bisschen schwierig, weshalb wir hier so eine kleine Delphi-Befragung gemacht hatten mit Experten und der Bitte, die Risikofaktoren entsprechend einzusortieren. Ob das jetzt ein Risikofaktor ist, der für eine sehr hohe Delir-Wahrscheinlichkeit spricht, unter anderem auch Wolfgang Kasemann aus der Schweiz mit dabei und so ist dann diese Pocket Card entstanden für unsere Pflegekräfte, dass die da auch sensibilisiert werden, wobei man schon sagen muss, dass die meiste Sensibilisation der Pflegekräfte und auch der Ärzte eigentlich durch den Kontakt mit uns als Team und den täglichen Austausch kommt, sodass wir jetzt auch in der Anmeldung der Pflegekonsil da schon auch einfach einen Wandel merken. Also viel können jetzt die Pflegekräfte oder die Ärzte schon abfedern auf den Stationen, sodass wir da gar nicht mehr kommen müssen und tatsächlich wenn es so ein bisschen tricky wird, da kommen wir dann dazu. Hinten sind noch die nicht medikamentösen Maßnahmen für unsere Ärzte, weil wir noch keinen Nachtdienst haben und gerade ja häufig leider delirante Symptome auch dann nachts auftreten können und die Symptome dann so stark sind, dass sie vielleicht einer Medikation bedürfen. Haben wir hier Initialdosierungen für unsere Ärzte auch mit aufgeschrieben und wie man jetzt, wenn beispielsweise auch Morbus Parkinson vorhanden ist, da am besten Notfall medikamentös einstellt. hier war noch mal was zu Stäb, habe ich noch ein paar Stichpunkte genannt, weil wir auch versuchen, unsere Patienten nicht zu entlassen und uns dann nicht mehr zu kümmern, sondern auch versuchen, Nahtstellen zu schaffen und nicht nur Schnittstelle zu sein, sondern sie dann auch gut in die Weiterbehandlung zu bringen und da ist Stäb eben für uns auch mit sehr, sehr wichtig und Ansprechpartner, weil die dann die Möglichkeit haben, im gewohnten Umfeld unsere Patienten dann noch mit zu betreuen und auch eine gute Vernetzung haben, wie geht es eigentlich danach weiter. Zu unseren Ergebnissen oder kleinen Schlussfolgerungen, Delir-Inzidenz kann signifikant gesenkt werden, außer für unsere herzchirurgischen Patienten, da konnten wir keinen signifikanten Unterschied feststellen und wir persönlich erleben eine sehr hohe Akzeptanz unseres Teams in der Klinik. Wir hatten letztes Jahr fast 2.000 Pflegekonsile und konnten davon 950 Patienten mitbetreuen. Leider können wir nicht alle Patienten, die uns angemeldet werden, mitbetreuen, weil wir dafür zu wenige Pflegefachkräfte, Freiwillige und Betreuungsassistenten sind, aber wir stocken weiter auf und vergrößern unser Team weiter, sodass wir auch zukünftig und dieses Jahr auch mehr mitbetreuen können. Dann habe ich, das ist aber auch noch nicht veröffentlicht, deswegen hier erste Ergebnisse sehr schlank. Gerade, wir hatten es gesagt, das relative Risiko ist um das Dreifache erhöht, wenn ein Delir bereits in der Vorgeschichte stattgefunden hat. Und ich habe hier für die Jahre 2021 und 2022 eine Auswertung gemacht und mal geschaut, wenn wir von unserem Delir-Team im positiven Chem festgestellt haben, wie häufig war das dann auch im Arztbrief benannt. Und für die Neurochirurgie im Jahr 2022 waren es lediglich 20 Prozent, Herzgefäßkrankheiten 21 Prozent und Unfallchirurgie, Orthopädie 14,6 Prozent. Das heißt, wir wussten, zu dem einen Zeitpunkt lag auf jeden Fall ein positiver Chem-Test vor, aber jetzt ist die Frage, als Pflegekonsel müssen wir zukünftig einfach besser kommunizieren, aber auch die Idee, dass wir die Diagnose des Delirs gerade in Bereichen, wo häufig ein Delir auftritt, als Standardsatz bereits im Arztbrief erwähnen, sodass auch die Hausärzte später wissen, okay, hier lag ein Delir vor oder bei Wiedereinweisung, dass wir sehen, Delir in der Vorgeschichte. Genau, vielen Dank. Ich glaube, wieder das Mikrofon wirklich wunderbar vorgestellt, wir haben jetzt wieder auf das Deckenmikrofon geschaltet, wir gucken mal, ob es funktioniert, sind wir zu hören hinten, einigermaßen, ja, die Stimme. Ja, vielen Dank nochmal, wirklich sehr schön, sehr klar, ich glaube, die Zahlen, Daten und Fakten hier zeigen auch nochmal, dass da unglaublicher Nachholbedarf besteht und ich deswegen, ich hoffe, dass wir hier auch ein bisschen dazu beitragen, ich möchte nochmal sagen, es ist eben nicht nur die Klinik, sondern das geht bis in die hausärztliche Praxis hinein, dass wir da einfach dran erinnern, weil es gibt ja Maßnahmen, das sind alles Maßnahmen, die wir haben, die wir uns beschaffen können und nicht unbedingt jetzt teure Medikamente sogar dafür brauchen, im Gegenteil, das ist ja wahrscheinlich in vielen Studien gezeigt worden, dass die fast kontraproduktiv sind. Jetzt habe ich gedacht, wir diskutieren vielleicht doch noch ein bisschen als Team, die, die den Fall vom Jens besprochen haben, also Simone, Brevka, Matthias Schlögl, vielleicht könnt ihr kurz noch hochkommen, gibt es den Fragen schon vielleicht mal das Auditorium von außen noch, wir haben ja über 50 Teilnehmer von außen auch noch, gibt es da Fragen aus dem Auditorium? Ich frage mal, ob es Sitzwachen gibt, das hat wahrscheinlich das Team von Sitzwachen bezogen, aber das wäre das für Ich wiederhole das gleich mal, was ist denn, früher haben wir ganz viel dieses über Sitzwachen gespielt. Da waren wir alle ein bisschen traurig, dass es immer weniger wurde. Spielt das eine Rolle bei euch? Am Klinikum Stuttgart haben wir leider keine Sitzwachen. Wir hatten oder haben eine enge Kooperation auch mit den Hospizen, dann muss aber auch ein finaler Status da sein oder eine terminale Phase. Ja, ich weiß, in Freiburg gibt es Sitzwachen, wir haben die leider nicht, wir versuchen vielleicht über auch PJ-Studierende das mit abzudenken, das sind zukünftige Projekte, bislang haben wir das aber nicht. Kannst du Matthias weitergeben, gibt es in Bamelweid Sitzwachen, arbeiten ihr damit? Wir müssen in dem Moment, wenn es nötig ist, die Geschäftsleitung sieht es logischerweise sehr ungerne, weil es unglaublich teuer ist. Ich finde, wenn nötig, heißt fixieren zum Beispiel. fixiert wird nicht, fixiert wird nicht, aber wenn ein Patient einfach zu unruhig ist oder in meiner Abteilung 30 Betten, zwei Leute in der Nacht, wenn da einer oder zwei tolerant sind und unruhig und sturzgefährdet, dann brauchst du jemanden, der irgendwie schaut. Aber auch nochmal, zu denken, eine Sitzwache ist der goldene Kral, finde ich irgendwie schwierig. Ich habe ganz oft Sitzwachen gesehen, die sitzen dann im Laptop und der Patient ist im Bett und das ist nachmittags um drei und der Patient schläft und niemand hat die Sitzwache instruiert, was der Patient hat, was ihre Aufgabe zu machen ist, also Hashtag Baseline auch bei den Sitzwachen, also das ist, nur weil jetzt jemand im Zimmer ist, heißt das nicht, dass automatisch die Qualität höher ist. Wie ich vielleicht gerade noch kurz dazu sagen kann, also hier in Bethesda haben wir Sitzwachen meines Wissens nach, es ist aber, auch die Erfahrung zeigt, dass oft im akuten Fall, wenn man jemanden braucht, doch schwierig ist, jemanden zu finden, der dann zu dem Zeitpunkt wirklich kann. Grundsätzlich wäre es natürlich mega wünschenswert, dass die Sitzwachen auch geschult sind, einfach in Delirpräventiven Maßnahmen und ich weiß zum Beispiel von der Pavel-Studie damals, in der Herzchirurgie gab es auch Sitzwachen und da ist es uns gelungen, eine unserer Studentinnen, die da die Intervention gemacht haben, auch als Sitzwache quasi einzuschleusen und das ist natürlich ideal, wenn einfach die Sitzwache Bescheid weiß über Delir und was auch dagegen unternommen werden kann. Vielen Dank, ich denke, das ist auch immer noch ein finanzielles Thema, ihr habt es alle gerade angesprochen. Herr Wilkram, ich wiederhole dann einfach die Frage. Ich möchte einfach was anmerken dazu, ich finde es ein Problem, dass wir über Sitzwachen reden und gleichzeitig werden Angehörige daran gehindert, bei den Patienten zu sein, das ist jedenfalls, was ich sehr oft erlebt habe, dass es institutionelle Probleme gibt, Sie haben das angesprochen, die Verwaltung will dann Geld dafür haben, wenn jemand übernachtet oder auch, dass es Akzeptanzprobleme auf der Station gibt. Korrigieren Sie mich, wenn das anders ist, aber ich denke, das sind zwei Zielrichtungen, in die wir auch denken müssen und nicht wieder professionalisieren mit einer Sitzwache, sondern ich denke, wir brauchen, wenn wir in der glücklichen Lage sind, Angehörige zu haben, dann sollten wir die auch maximal investieren und denen nach Möglichkeit keine Steine in den Weg legen. Ja, also die Frage war, oder das Thema war, müssen wir es neu professionalisieren, wenn wir jetzt irgendwie Sitzwachen von außen besorgen oder können wir das vielleicht auch mehr oder weniger von innen organisieren? Ich glaube, wir haben jetzt die Möglichkeit, immer noch, die Pflege ist, es gab den Flexit sozusagen, die Pflege ist durchaus besser finanziert inzwischen, was dringend notwendig war und man kann glaube ich über die Pflegefachkräfte sicherlich sehr, sehr viel mehr möglich machen, was man früher nicht konnte. GBA hat ja gesagt, dass es möglich wäre, dann auch oder zumindest kann man es beantragen, kann es dann verhandeln mit den Kassen, ob sie es dann machen oder nicht, ist wieder was anders, solche Betreuungskräfte in die Kliniken zu bekommen, das ist aber im Augenblick nur perioperativ in Deutschland jetzt und ich kann mich jetzt noch an keine Klinik erinnern, die das behandelt hat, ich weiß nicht, ob es bei euch das schon gibt, solche perioperativen Betreuungskräfte. Also wir haben die noch nicht, wir haben jetzt erstmal ausgerechnet, was kostet Aktive überhaupt auch, um da gut in die Verhandlungen gehen zu können und haben da jetzt festgestellt, jetzt aus Nähkästchen zu plaudern, das Aktive, wir haben unsere Patienten im Schnitt oder im Median 6,5 Tage betreuen wir die zusätzlich mit und das komplette aktive Paket kostet dann 740 Euro. Das haben wir sehr klein, teilig pro Patient für 6,5 Tage, was eigentlich ein Schnäppchen ist, muss man sagen, ja, sodass wir da, also auch mit Infrastruktur Pauschale, wir haben das also sehr kleinteilig aufgedröselt, um dann, wenn es zu Versorgungsverträgen kommen sollte, dann auch sagen können, so viel kostet aktiver. Und zu den Angehörigen, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, wir bei uns haben in der Klinik das Glück, dass Angehörige sehr, sehr willkommen sind, wir sehr viele ins Rooming-In auch holen. Der Vorteil, Nachteil des Pflegenotstands ist der, dass viele Patientenzimmer gerade gesperrt werden und wir das auch möglich machen können und deswegen auch viele Angehörige mit ins Rooming-In kommen, wenn sie denn natürlich möchten. Also ja, viele sind auch froh, wenn sie da als erstes Mal Ausstand haben, ja. Ich muss noch ganz kurz meine Geschäftsleitung in Schutz nehmen. Das ist falsch verstanden worden, also meine Geschäftsleitung hat nichts gegen Angehörige, sondern gegen Sitzwachen, die viel Geld kosten. Das ist wichtig. Für mich einfach nochmal die Baseline von dem Ganzen ist nochmal die Kommunikation. Wenn wir den Angehörigen am Anfang, deswegen finde ich die Beiträge so cool, wenn wir die Angehörigen am Anfang sagen, was gesagte Dinge ist und wieso ihr Beitrag wichtig ist, dann können wir genau das leisten, was sie gesagt haben. Oder, und ich meine in dem Moment, wenn ich höre, dass in so einer coolen Studie, dass wir eine von den Sitzwachen haben, die draus kommt, also dann sind wir bei den Kliniken, die noch keine Studien haben oder noch kein Wissen zum Thema Delir, dann sind wir da noch nirgends. Und wenn wir uns jetzt für uns mitnehmen, ich habe nie als Hausarzt gearbeitet, ich würde mir jetzt mitnehmen als in Kram, ich weiß, die Tochter kommt mit dem älteren Patient zu mir in die Praxis, sie wird über die Operation geredet, jetzt kann man sagen, schauen Sie, dass Sie am Abend dabei sind. Punkt. Das ist ein Game Changer. Vielen Dank, Matthias. Ich denke, wir müssen so langsam zum Ende kommen, aber eine Frage interessiert mich noch sehr, da würde ich dich gerne fragen, Simonia, ob du da eine Idee dazu hast, oder vielleicht kann auch Diana, die ja auch an Pavel mitgearbeitet hat, oder Frau Spank irgendwas dazu sagen, für die Kardiochirurgie hat es ja überhaupt nicht funktioniert. Sollen wir dann da Bewehrprophylaxe komplett weglassen, an was liegt es, haben wir es da falsch gemacht, war da das falsche Team drin? Warum hat es bei den Kardiochirurgischen nicht gewirkt? Also die Hypothese, warum das da nicht so gut funktioniert hat, ist, dass zum einen die Herz-Lungen-Maschine einfach da einen ganz großen Einfluss hat, die meisten waren halt an der Herz-Lungen-Maschine in der Kardiochirurgie oder sind es immer noch und es ist so, dass man auch weiß, dass dadurch eben auch die Blut-Hirn-Schranke beeinträchtigt wird, was eben das Delir entstehen stark begünstigt. Und der zweite Punkt ist, dass die Patientinnen und Patienten halt eigentlich alle nach der OP unterschiedlich lang standardmäßig auf der Intensivstation erstmal behandelt werden. Das ist natürlich auch Intensivbehandlung ist hochgradigst delirogen einfach und da haben es unsere Interventionen einfach nicht geschafft, dagegen anzukommen. Aber man muss auch sagen, kann ich aus der Erfahrung aus der PABEL-Studie berichten, dass auch bei uns in der Herzchirurgie doch die Patientinnen und Patienten uns eigentlich alle durch die Bank ganz positives Feedback gegeben haben und also auch, selbst wenn sie ein Delir hatten, sie das ganz toll fanden, dass dieses Interventionsprogramm stattfand, dass einfach jemand bei ihnen war, dass sie begleitet wurden, dass mit ihnen gesprochen wurde, dass bei der Reorientierung geholfen wurde und so weiter. Also es kam auch im Delir gut an und war hilfsreich auf jeden Fall. Lieber noch mal weiter? Ja, ich würde da auch noch ergänzen, dass es nichts gebracht hat, kann man auch so gar nicht sagen. Wir konnten eventuell die Delir-Inzidenz nicht reduzieren, aber wir hatten ja die Follow-Ups und konnten feststellen, dass wir aber das postoperative, kognitive Imperman reduzieren konnten und das ist natürlich auch schon mal ein Ergebnis, ein schönes Ergebnis und ja, auch in die Richtung planen wir auch vielleicht die nächste Schule, das ist ja auch die Sana, gehört jetzt auch hier am Stuttgart zum Klinikum Stuttgart, auch da sind jetzt schon, dass wir das noch mal weiter untersuchen können, weil wir jetzt da ja auch nur spekulieren können, warum das gar nicht geklappt hat mit der Delir-Inzidenz-Reduktion. Vielen herzlichen Dank nochmal, wir sind nur knapp über der Zeit, ich darf mich bei den Referentinnen hier nochmal herzlich bedanken, war wirklich eine tolle erste Session. So, wir sind wieder zurück. Ich mache noch kurz die Technik hier, fertig, wir sind wieder zurück, fast pünktlich und wie ich versprochen habe, mit einem gesundheitspolitischen Impuls und zwar finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man, wir haben ja gerade auch wieder so ein paar Dinge gesehen und gehört, was glaube ich einfach noch nicht wesentlich umgesetzt ist, obwohl wir viel Evidenz haben und die Frage ist ja immer, warum passiert irgendwas in der Welt, in der Politik und wo kann man da was tun und ich freue mich sehr, dass Holger Wörle, der hier mit mir zusammen auch immer wieder in der Kreisärzteschaft sitzt, aber er ist ein ordentlich gewähltes Mitglied und deswegen auch derjenige, der wirklich was dazu sagen kann und zu sagen hat, sich bereit erklärt hat, mal diesen Impuls zu machen, also ich hatte die Frage gestellt, alles schlimm oder wo kann ich was ändern, also wo kann ich was tun, Holger, sagst du uns? Vielen Dank, Michael, erstmal finde ich es wichtig, dass so ein Thema mal in die Tagung reinkommt, muss ich sagen, also vielen, vielen Dank dafür, dass wir hier auch gerne gekommen und ich bin kein Berufspolitiker, ich komme gerade aus der Sprechstunde, um 12 Uhr war Sprechstunde zu Ende, sieben Minuten Fahrzeit, hat genau geklappt, ja, ich bin kein ganz normaler Lungenverharz, ja, habe morgen Asthma und Husten und ansonsten Covid behandelt, ja, und, aber, uns Mediziner, es soll ja ein Impuls sein, ja, also ich bin dafür da, dass ich jetzt nach der Mittagspause nicht einschlafe, ich bin auch Schlafmediziner, daher weiß ich, muss ich ihre Stresshormone jetzt aktivieren, ja, und deshalb, der erste Impuls ist, uns Mediziner begleitet eine maximale Naivität über unser System, ja, wir glauben, das ist ein All-Inclusive-System, in das wir reinkommen und uns hält alles zu, ja, so werden wir aufgezogen im Studium und so verhalten wir uns die meiste Zeit in unserer Berufstätigkeit und das sehen wir daran, deshalb möchte ich viele Beispiele aus dem ambulanten, oder fast viele im kurzen Impuls zeigen, ja, also ich bin zum einen Mitglied im Vorstand der Kreisärzteschaft, zum anderen bin ich Bezirksbeirat in der KVBW, also ich habe auch damit was zu tun sozusagen, da heißt es nämlich auch immer die von der KV sozusagen, ja, also was vielleicht manche Leute nach dem Vortrag versteht, dass wir alle die KV sind, die im ambulanten System arbeiten und dann habe ich noch einen Berufsverband der Pneumologen eine Tätigkeit sozusagen, ja, aber ich mache 40 Stunden Sprechstunde pro Woche, ich kann dir ja sagen, ich bin kein Berufspolitiker, ja, sondern normaler Lungenverharzt. Ähm, da fehlt jetzt klassischerweise, oder ist das, hm, eigentlich sollte da was anmachen, aber ist egal. Wenn wir gucken ist, ähm, hier, das sind die, das sind die Kennzahlen der ambulanten Versorgung, wenn wir uns mal nur anschauen, was wir tun, ja, und das fehlt uns auch so etwas dafür, dass wir halt eine riesen Wirtschaftszweige in Deutschland sind, bitte, ich habe mich jetzt auf die ambulante Versorgung spezialisiert und Michael Weißens für die stationäre und dass wir ein Riesensystem sind, was eine Organisationsstruktur braucht, ja, und die Frage ist, wer macht diese Organisationsstruktur und das wird ein Riesenmachtkampf der nächsten zehn Jahre, das ist vorherzusehen, er ist schon da, ja, nur wir haben halt keine Traktoren, also fahren wir nicht auf die Straße, ja, vielleicht sollte man es, also die Bauern fahren montags und mittwochs, vielleicht müssen sie dienstags und donnerstags mit den Traktoren ausleihen, ja, da kann ich dich ja beruhigen, den Porto Cayenne fahren nur die Chefärzte von Kliniken, ja, ja, weil, nein, nein, also, da muss man eins dazu sagen, wir kennen uns schon länger, wir mögen uns auch manchmal, ja, und deshalb, also, als Niedergelassener würdest du das nie machen, weil wenn du so vorfährst, hast du ein scheiß Image, von daher, deshalb würdest du, ja, ich fahre Volvo, ja, zum Beispiel, also, Spaß beiseite, ja, was mir ganz wichtig ist, was die meisten nicht wissen, was wir auch im Studium nicht beigebracht kriegen, wo kommen wir her, ja, man muss einmal verstehen, ganz in aller Kürze, wo wir herkommen, ja, und wo wir herkommen, ist von einer Zeit, wo wir noch streiken durften, als Niedergelassener das Recht haben wir ja verkauft, sozusagen, dafür, dass wir eine eigene Körperschaft des öffentlichen Rechts haben, aber früher ging es uns wirtschaftlich beschissen, wenn sie im 19. Jahrhundert Arzt gewesen wären, wären sie an der Armutsgrenze gewesen, ja, das gibt es heutzutage selten, ja, und warum gibt es das nicht mal, weil wir uns zusammengeschlossen haben, das erste war der Hartmann-Bund und dann kam im ambulanten Bereich zum Beispiel, über den ich sprechen will, die Kassenärztliche Vereinigung, ja, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, was keiner versteht, was es ist, eine Institution, die sich um eigene Belange kümmert, ja, und deshalb auch zunehmend ein Dorn im politischen Auge ist, ja, aber das haben sich Generationen von uns erstritten und erstreckt, ja, das ist ein Privileg, was wir da haben, ja, und das wird zum Beispiel auch im Studium nicht beigebracht, ja, und jetzt mögen die meisten Leute die KPV nicht, obwohl sie eigentlich ein Dachverband für alle für das ist, was wir tun, ja, also, wenn niedergelassene Ärzte sagen, die bei der KV haben sie es nicht verstanden, weil wir alle sind die KV und dass sie es nicht verstanden haben, sehen sie daran, dass im niedergelassenen Bereich nur 40 Prozent der Ulmer Ärzte zur Wahl gegangen sind, bei der KV-Wahl, ja, 40 Prozent, ja, wählen diejenigen, die organisieren, wie das Geld verteilt wird, ja, und das im Schwabenland, ja, also da fragen sie sich, da fehlt es ja an verschiedenen Stellen, ja, vom Verständnis her, ja, und das ist etwas, das müssen wir dringend ändern, ja, warum müssen wir es ändern? Weil, wie gesagt, unsere Stellung ist erkämpft und nicht gewährt. Wir glauben immer, weil wir Ärzte haben, einen extrem guten Stand in der Bevölkerung, noch, ja, es wird wenig, aber noch haben wir den, ja, das ist ein absolutes Privileg, aber auch eine Verpflichtung und dieser Verpflichtung kommen wir nicht nach, ja, und deshalb finde ich auch so wichtig, dass so ein Kurzimpuls mal hier bei so einer Tagung ist, weil es geht nicht nur darum, die Evidenz zu schaffen, dass wir so oder so behandeln, sondern auch, dass wir umsetzen, wie das gemacht wird, wie das finanziert wird, wie das in Gesetze gegossen wird, etc., weil erst, wenn es im Gesetz angekommen ist in Deutschland, ist es umzusetzen, ja, und die große Problematik, die wir dabei haben, ist, dass diese Selbstverwaltung, die wir haben, diese Körperschaften öffentlich-rechts, sind ein Dorn im Auge der Politik, warum? Da haben sie keinen direkten Zugriff drauf, ja, wir haben eine Selbstverwaltung, ja, wir machen das, wie es letztendlich ist und der Staat versucht es zunehmend einzuschränken, ja, also ich gehöre zu der Berufsgruppe, die kennt Herr Lauterbach nicht mehr, ich bin ein Facharzt, ja, also Herr Lauterbach kennt Kliniken und dann noch den Hausarzt, den Facharzt kennt er nicht, er hat schon 2006, 2007 damals, damals kennen Sie vielleicht noch Frau Schmidt, Bundesgesundheitsministerin, die hatte beraten, sie soll das duale System der Facharztin, Klinik und Ambulant abschaffen, ja, also ist schon seit 17 Jahren bekannt, ja, hätte man vor 17 Jahren schon uns die Traktoren ausleihen sollen, damals wäre es noch innovativ gewesen, da waren noch keine, ja, und die Problematik ist zum einen, also wir haben da eine zunehmend stärkere staatliche Einflussnahme auf das, was wir machen, ja, und das ist gegen die ärztliche Freiberuflichkeit, das ist ein absolutes Privileg, die ärztliche Freiberuflichkeit und den anderen Trend, den wir haben, der da schwierig ist, ist der Trend zur Anstellung, jetzt habe ich gar nichts gegen Angestellte, wir haben auch Angestellte Ärzte bei uns, aber die Problematik mit der Anstellung ändert sich komplett das Gesundheitssystem im ambulanten Bereich, wir wissen, ein Angestellter Arzt hat eine völlig andere Attitüde als ein selbstständiger Arzt, ja, und wir wissen das zum Beispiel, wir haben noch keine Lösung gefunden, wie finde ich Angestellte Ärzte, die sich berufspolitisch organisieren, das gibt es fast gar nicht, ja, und deshalb haben wir hier Aufgaben vor uns, ja, wir wissen, wir brauchen eventuell Strukturen, man kann Ärztegenossenschaften machen, man kann Verbundnetzwerke machen, ja, aber letztendlich müssen wir uns engagieren, wenn wir diesen Status behalten wollen und wir müssen uns aber auch so engagieren, dass wir jungen Leuten ermöglichen, reinzukommen und trotzdem diese Selbstverwaltung und dieses Engagement erhalten. Das andere Beispiel für die Kreisärzteschaft, also die Kreisärzteschaft in Ulm hat eine hohe dreistellige Zahl an Ärzten mindestens, eigentlich vierstellig, wenn wir alle stationär mit dazu nehmen, zur Jahreshauptversammlung kommen, wenn viel kommen, 100, ja, wo wir zum Beispiel gewählt werden als Kreisärzteschaft und das ist schade, ja, also wir sind kein funktionierendes Netzwerk und darüber müssen wir uns dringend unterhalten. Warum? Zum Schluss noch das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, ja, also wir haben das Spannungsfeld, die Politik will den Kurs bestimmen, Herr Lauterbach will bestimmen, das ist so, ja, eindeutig so. Das andere, was wir haben, und das gibt es ja, also wir wissen ja, in den 80er Jahren gab es in den Kliniken eine Abzweigung. Was gab es damals? Damals gab es den Neoliberalismus, der FDP und es durften Konzerne in Kliniken rein, ja, ein bis heute nicht diskutiertes Thema, die, die Krankenversicherung, die wir alle bezahlen, ist eine Solidaritätsversicherung. Also wir zahlen alle in einen Pool ein und damit wollen wir eigentlich das Gesundheitssystem machen, ja. Was passiert? In den 80er Jahren hat man entschieden, um Wirtschaftswachstum hinzukriegen, da dürfen Konzerne Geld rausziehen aus dem Solidarsystem, das passt eigentlich nicht, ja. Bitte? Natürlich, aber das haben wir ja zugelassen. Also ich war damals noch nicht tätig, ja, ich war damals Gymnasium, siebte Klasse, von da war einer unschuldig, ja, also, aber das Gleiche passiert jetzt im niedergelassenen Bereich. Fast die komplette Augenheilkunde in Deutschland ist konzerngetrieben. Die Zahnheilkunde wird konzerngetrieben. Nun müssen wir auch sagen, demgegenüber, es gibt keine einzige Evidenz, dass wenn etwas konzerngetrieben wird, dass es schlechtere Medizin wird. Das muss man klar sagen. Es gibt bisher keine Evidenz dafür, überhaupt keine. Aber das hängt auch damit zusammen, dass es mit den Generationen zu tun hat. Wenn Sie als Konzern eine Praxis kaufen, die erste Generation macht es über Steuereinnahmen, die zweite Generation muss Prozesse optimieren. Dann kriegen Sie halt im Augen MVZ nur noch eine Linse, ja, und nicht mal die andere, oder die halt mit Igelleistung, Zuzahlung. Ja, also die Medizin wird sich dadurch verändern, ja. Wir diskutieren zum Beispiel gerade im Berufsverband, wie wir das machen, wenn wir uns treffen, und zum Beispiel die Hälfte unserer Kollegen dann für eine, für einen Investor arbeiten. Der könnte ja andere Interessen haben, wie wir. Wie macht man sowas? Also wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen, ja. Und das ist genauso im Klinikbereich, wie kommt jetzt in den ambulanten Bereich. Aber wir brauchen halt eine Lösung. Was ganz wichtig ist, das will ich zum Schluss noch sagen, deshalb sind auch Kreisärzteschaften so wichtig, und regionale Gesundheitskonferenzen. Das Ganze wird auch regional werden, ja, weil wir unterschiedliche Bevölkerungen haben in unterschiedlichen Bereichen. Sie haben in der mehr ländlichen Region eine Überalterung der Bevölkerung. Sie haben also einen anderen Bedarf, ja, als wenn Sie zum Beispiel in einer Stadt wohnen, wo Sie jetzt zum Beispiel einen Zuzug durch Migration kriegen von zehn Prozent mehr jungen Frauen. Dann brauchen Sie mehr Gynäkologen. Also wir brauchen auch eine adaptivere, regional fokussiertere Planung. Und da müssen wir uns engagieren. Ja, da werden wir uns engagieren müssen, weil sonst sagt die Politik, zusammen mit der Wirtschaft, da ist ein großes Unternehmen, das sagt, ich hätte gern hier noch einen Hausarzt sitzt. Ja, das heißt, deshalb vielen Dank, Michael, dass ich das heute mal anbringen konnte. Ich glaube, auf unseren Tagungen müssen wir uns mehr darüber unterhalten, auch nicht nur, wie wir, was wir machen wollen, im Sinne von Evidenz und guter Behandlung, sondern auch, wie wir es machen wollen. Und da wir in einem Systemarbeit müssen, auch überlegen, wo und wie kann es finanziert und umgesetzt werden. Vielen Dank. Holger, vielen herzlichen Dank für diesen wirklich sehr engagierten Impuls. Ich würde sagen, Impuls trifft da wirklich drauf zu. Und du hast es gesagt, wir können uns wirklich auch beteiligen in verschiedenen Stellen. KV war genannt worden. Hammer hattest du nicht genannt, ist aber auch ein Punkt, wo wir uns sehr, sehr, glaube ich, beteiligen sollten und könnten. Leider, weiß ich nicht, ob die Pflegekammer in Baden-Württemberg noch eine Chance hat. Das wahrscheinlich nicht. Aber auch die Pflege kann sich in Berufsverbänden beteiligen, politisch dann wirklich aktiv werden. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass wir das alle tun, weil sonst entscheiden es andere für uns. Und dieses Fazit hast du super rübergebracht. Vielen Dank fürs Kopf. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil. Und zwar nicht mehr von mir moderiert, sondern von Nathalie Walther, unserer Pflegedirektorin. Und dieses Mal geht es nicht um Delir, sondern ums Essen. Nathalie. So, ich versuche auch so zu sprechen, dass man mich hört. Kathrin? Okay, danke. Wenig Kraft, kein Hunger, nichts geht runter. Ich hoffe, Ihnen ging es in der letzten Stunde anders. Ich darf jetzt Martina Wersching-Pfeil hochbitten. Martina ist Pflegefachkraft und Koordinatorin des Geriatrischen Schwerpunkts in Pforzheim. Martina wird uns Herrn Mager vorstellen. Michael stellt es noch ein. In der Frage, das ist eine neue Quelle, und Aloe heißt, dass ich allein lebender, optimistisch, integrierter Senior. Ich verstehe. Ja. So. Drücken? Weiter drücken? Ja. Okay. Ja, das wird jetzt gut dran. Gut, okay. Geht das auch? Ja. Also, guten Tag. Mein Name ist nicht vorgestellt worden. Ich bin seit 40 Jahren in der Pflege, in verschiedenen Settings, und als Kinderkrankgeschwester jetzt in der Geriatrie gelandet, wo ich mich sehr wohl fühle. Genau. Also, ich würde Ihnen gerne den Herrn Alois Mager vorstellen und mich gleich beim Herrn Metzger, beim Herrn Alt, Herrn Genieser, Herrn Einsam und Herrn Rauch bedanken, weil deren Biografien allesamt die Biografie von Herrn Mager ist. Also, Herr Mager ist 1934 geboren, ist also 90 Jahre alt und wie Sie sehen, er war auch mal jung. Er ist 1,80 ungefähr groß, also gut 1,80 und sagt, dass er früher fast 1,90 war. Früher war er über ein Lebensjahrzehnt, starker Raucher und hat es geschafft, vor dem 40. Lebensjahr damit aufzuhören. Nach eigener Aussage hätte ihn das zu sehr behindert bei seinem Hobby beim Segelfliegen. Sein Beruf als Elektromeister erforderte es, dass er viel draußen arbeitet. Seine Frau kochte täglich frisch. Gemüse, Kartoffeln und Obst gab es im Garten seiner Eltern reichlich, die einen eigenen Garten, die den eigenen Garten bewirtschafteten und im gleichen Haus wohnten. Und natürlich gab es im Winter eigenes, eingemachtes Obst und Gemüse. Seine Eltern und seine Frau verstarben innerhalb weniger Jahre, als er Mitte 50 war. Seine Kinder und sein Hobby gaben ihm Halt und Struktur, sodass sein Gewicht mit ca. 95 Kilo stabil war. Seine neue Lebensgefährtin, mit der er ca. 20 gemeinsame Jahre verbrachte, legte viel Wert auf gesunde Lebensweise und auf viel Bewegung und vor allen Dingen auf gesunde Ernährung. Davon profitierte er natürlich. Als die Lebensgefährtin an einer Krebserkrankung verstarb, war Herr Mager um die 80 Jahre alt und wog nicht mehr ganz 90 Kilogramm. Seine Lebensgefährtin hatte er gepflegt bis zuletzt. Jahrzehntelang bevorzugte er fleischarmes Essen. Das hat biografische Gründe. Er wuchs auf einem Bauernhof auf und musste beim Schlachten mithelfen. Wenige Jahre später fiel der Familie zum ersten Mal auf, dass er nicht mehr so selbstständig war, wie er zu sein schien. Er bekam während eines Besuches eine Tia, was alle aufschreckte. In Absprache mit Alois Mager sahen die Angehörigen sich dann etwas genauer in der Wohnung um. Was sie fanden und was sie nicht fanden, überraschte sie sehr. Denn Herr Mager machte auf allen den Eindruck, er sei noch selbstständig und mache alles alleine. Schliesslich fuhr er auch noch Auto und konnte alleine einkaufen. Und um Unterstützung hat er nie gebeten. Im Kühlschrank fanden sich zum Teil verschimmelte Lebensmittel. Sehen Sie den Schimmel hier oben? Der Herr Mager hat ihn nicht gesehen. Auf der Anrichte stand ein Körbchen mit Obst, das zum Teil verdorben war, von Mücken umschwärmt. Außerdem gab es angebrochene Käsepackungen mit angetrockneten Käsescheiben nicht im Kühlschrank. Der Milchvorrat war okay. Geschirr war gespült, fast sauber, aber scheinbar benutzte er nur ganz wenige Teile Geschirr. Der Spüllappen sah aus wie eine Keimschleuder und war es vermutlich auch. Die Frage nach seiner Ernährung beantwortete er stolz mit Ja, er koche jeden Tag. Zum Frühstück schaffe er ein, vielleicht zwei Scheiben Toastbrot. Kaffee macht er sich selbst, zwei kleine Tassen und natürlich trinkt er den Kaffee mit Milch und Zucker. Und außerdem esse er so gerne Marmelade. Und er würde gerne Fruchtsaft trinken, aber kein Wasser pur, auf gar keinen Fall. Das mit dem Müll aus der Küche wegbringen klappte offensichtlich auch nicht mehr so gut. Was er koche? Jeden Tag eine Suppe. Er würde sehr gerne Suppe essen. Das gehe auch prima, denn so ganz passe die Zahnprothese nicht mehr. Ja, er weiß, er habe ein bisschen abgenommen. Nein, die Kilo weiß er nicht. Aber seine Hosen passen noch gut, denn er hat schon immer einen Gürtel getragen. Und damit kann er das ausgleichen. Außerdem möchte er keine 90 Kilo mehr wiegen. Schätzen wir sein Gewicht auf knapp 85. Beim genaueren Hinsehen in der Vorratskammer kam nicht mehr viel Essbares zum Vorschein, außer diverse Marmeladen, Milch und eine Flasche Speiseöl. Die anderen deutlich über dem Mindesthaltbarkeitsdatum liegenden Lebensmittelverpackungen, wie zum Beispiel eine Packung Mehl, Speisestärke und ähnliches, stammten wohl noch aus der gemeinsamen Zeit mit der Lebensgefährtin und wurden nicht mehr genutzt. Der sogenannte gelbe Sack verriet dann, dass er am liebsten Tomatensuppe mochte. So wie alle anderen Suppen aus der Tüte, die er sich kochte. So, jetzt habe ich noch eine Bitte. Schauen Sie mal bitte auf die Verbindung zwischen Oberkiefer und Zahnprothese. Jetzt weiß ich nicht, wie kriege ich das an? Nochmal? Das ist ganz schlecht. Ja, genau. Das ist ein Minivideo. Okay. Da gibt es unten was? Ja. Da unten, genau. Sekunde. Also meine Begabungen liegen nicht beim Powerpoint, aber das macht nichts. Ich habe andere. Okay, das war eindrücklich. War eindrücklich? Gut. Danke. So. Einige Monate später verschlechterte sich sein Allgemeinzustand stark. Er wurde ins Krankenhaus eingewiesen mit nachgewiesener Influenza. Und Sie wissen, was das heißt? Isolation, kurze Besuche des Personals so gut wie keine Bewegung, praktisch keine Mobilisation und ein Pflegestuhl hätte in das Zimmer nicht hineingepasst. Die Urinflasche am Bett wurde von ihm benutzt, ansonsten konnte er das WC aufsuchen. Naja, das Essen sei meistens okay, aber er habe einfach keinen Hunger. Schliesslich würde er sich ja auch kaum bewegen. Nein, also so viel trinken möchte er nicht. Er habe ja auch keinen Durst und außerdem würde er am liebsten Saftkur trinken, den gab es hier nicht. Zum Ende des Krankenhausaufenthaltes teilte er seinen Angehörigen dann überraschend mit, er könne jetzt nicht mehr alleine wohnen. Es wurde eine sogenannte 24-Stunden-Pflege organisiert und für ein Jahr war sein Gewicht stabil bei ungefähr 80 Kilo und was die Pflegerin alles Leckeres kochte. Kartoffeln, Nudeln, Soße, selten Reis, Fleisch aß er nur wenig Gemüse mochte er natürlich am liebsten als Suppe, stark gewürzt, also stark gesalzen. Was er aber besonders mochte, waren Süßigkeiten mit und ohne Schokolade, Kekse und all diese leckeren Dinge. Inzwischen war mit dem Zahnarzt abgesprochen, dass er eine neue Zahnvollprothese bekommt, nur leider war es bis zum heutigen Termin nicht möglich, diese richtig zu nutzen, weil sie nie richtig passte. Er wurde zunehmend immobiler. Er hatte einen klappbaren Gehstock, der irgendwann nicht mehr für alle Strecken ausreichte. Und mit dem Rollator hatte er am Anfang Probleme, sich damit anzufreunden. Und je länger die Situation dauerte, umso weniger reichte die Kraft auch für den Rollator aus. Die Gehstrecken wurden immer kürzer. Die Einsicht, dass er mit einem besseren Essen und mehr Bewegung mobiler sein könnte, lehnte er ab. Eine Schwachstelle war die Betreuung durch die 24-Stunden-Kraft, die hatte auch keine Lust, sich zu bewegen. Kam jemand zu Besuch, unabhängig von der Tageszeit, lag er auf dem Sofa, begrüßte und legte sich wieder hin und sagte, ach, ich bin immer so müde. Und der Gürtel brauchte neue Löcher, denn Herr Mager ist wirklich mager geworden. Die Beine, das sieht man hier, als er am Rollator sitzt, sind richtig dünn geworden. Trotz des Essens war er noch mal bestimmt noch mal fünf Kilo weniger nach gut zwei Jahren. In seiner Wohnung war es immer sehr warm, seine Katze hatte das früher auch gern gemocht und der Weg, jeder Weg in der Wohnung war vollgestellt. In der Folge ist er häufiger gestürzt, mindestens dreimal war er in der Notaufnahme, durfte immer wieder nach Hause, immer mit einer genähten Platzwunde. Nach zweieinhalb Jahren häuslicher Betreuung ging es dann nicht mehr. Er kam in ein Pflegeheim, schlank, mit weniger als 75 Kilogramm ist er dort eingezogen, gewogen hat ihn zu Hause keiner. Er aß im Heim regelmässig, mit viel Motivation durch die Mitarbeiterinnen, nahm er auch gerade so genug Flüssigkeit zu sich, aber tatsächlich nahm er weiter ab. Sein Lieblingsessen war der Nachmittags Kaffee, das sieht man hier auch links oben. Mittags sagte er oft, er habe keinen Hunger, morgens blieb es jetzt bei einer Scheibe Toastbrot mit Marmelade. Es ging über ein Jahr gut, er schaffte es sogar am Rollator im hauseigenen Garten zu laufen, für längere Strecken oder wenn Besuch kam, wurde der Rollstuhl benutzt. Dann bekam er eine Lungenentzündung, hatte Atemnot und wurde Corona positiv getestet. Wieder ins Krankenhaus, wieder isoliert, mit allen Folgen aufstehen konnte er jetzt nicht mehr. Ein Pflegestuhl passte nicht ins Patientenzimmer. Beim Besuch einer Angehörigen fiel auf, dass er sich häufig verschluckte. Davon hatte im Pflegeheim keiner berichtet. Wovon auch keiner der Angehörigen wusste, war der Dekubitus Grad 2 an seiner Hüfte. Er lag meistens auf seiner Lieblingsseite. Dort war auch der Dekubitus zu finden. Wie viel er an Gewicht verloren hatte, sah man am deutlichsten an den sehr dünn gewordenen Beinen. Er trug jetzt Inkontinenzhosen. Die Mahlzeiten wurden ab sofort püriert serviert und zum Staunen der Angehörigen aß er die gesamte Portion an einem Mittagbesuch. Und nachmittags aß er sogar noch einen Pudding. Er musste mehrfach aufgefordert erinnert werden, aber er aß ihn gern. Nachdem die Akutbehandlung mit Sauerstoffgabe und die V-Antibiose abgeschlossen war, wurde er zurück ins Heim verlegt, mit vielleicht etwas unter 70 Kilogramm. Ganz erholt hat er sich nicht, aber mit Geduld, Ermutigung, Lob, Besuch von den Angehörigen, dem Engagement der Pflegeheimmitarbeiter ist er auf niedrigem Niveau stabil, was Allgemeinzustand und Gewicht betrifft. Diese Stabilität betrifft leider auch seine Immobilität und den Dekubitus und natürlich auch seine Freude, wenn die Familie zu Besuch kommt. Und zu guter Letzt ein Foto aus der Zeit vor Lungenentzündung. Er hat es tatsächlich geschafft, mit regelmässigem Essen und Motivation noch ein Tänzchen aufs Parkett zu legen. Durch regelmäßiges Essen, Trinken, Beteiligung, also mit Motivation aller Beteiligten und der durchaus positiven Lebenseinstellung von Herrn Alois Mager hat er es geschafft. Und wenn das kein Grund ist für uns alle professionell zu handeln, dann möchte ich Sie einfach motivieren, das zu tun. Ich danke Ihnen. Martina, vielen Dank. Gibt es zu Herrn Mager Fragen? Glaube. Wie geht es ihm heute? Wir fragen doch mal Martina, ob sie es weiß. Wie geht es ihm? Es geht ihm leider nicht mehr. Er ist verstorben. Also er ist verstorben. Genau, ja. Aber er hat wirklich tolle Zeit noch gehabt und es war der Motivation und dem Engagement der Drum Rumliegenden zu verdanken. das wollte ich mit diesen Tänzchen noch zeigen. Also es lohnt sich immer. Nun kommen wir von unserem ganz exemplarischen Fall Herr Mager zu Herrn Professor Rainer Wirth. Herr Wirth, Sie sind Herr Palliativmediziner, Palliativmediziner, Ernährungsmediziner im Marienhospital Herne. Wir freuen uns nun auf den Vortrag, Schlucken und andere Herausforderungen der Ernährung. Ja, guten Tag allerseits, vielen Dank für die Einladung, bin sehr gerne hergekommen und Sie sehen da zwei Bilder, weil in Bochum, das ist ein ganz besonderes Modell der Universität. Das Marienhospital Herne ist eines der fünf großen Häuser, die sozusagen das Uniklinikum Bochum darstellen. Wir haben nicht diese klassische eine Universitätsklinik, sondern es ist halt ein Kliniknetzwerk und da rechts ist die Uni und links ist das Haus, in dem ich arbeiten darf. Im zweitobersten und drittobersten Stockwerk befinden sich die Geriatrieren. Stationen. Ich fühlte mich, vielen Dank für den tollen Fall, ist natürlich eine Steilvorlage für mein Thema und ich fühlte mich sehr erinnert an eine Studie, die unser Freund Connel Sieber mal gemacht hat, die heißt Infrigo Veritas. Ja, die haben nachweisen können, dass zwischen dem, was nach einer Krankenhausentlassung noch im Kühlschrank sich befindet und ungeplanten Krankenhauswiederaufnahmen eine ganz enge Korrelation besteht, weil es einfach zeigt, wie sehr sie auf Ernährung achten und natürlich auch, wie gut sie versorgt sind. Die typischen Interessenkonflikte, sie sind jetzt, glaube ich, lang genug stehen geblieben. Ich habe mir überlegt, ich hangel mich für diesen Vortrag an einem Visual Abstract entlang, was ich mal konstruiert habe für das Ernährungskapitel in unserem tollen neuen Geriatrie Lehrbuch, was nächsten Monat endlich rauskommt, sodass Sie da schon mal zumindest von einem Kapitel ein bisschen was gesehen haben. Möchte Sie aber erst mal, bevor wir da einmal durchgehen, so ein kleines bisschen sensibilisieren. Sie alle wissen, dass Mangelernährung wahnsinnig häufig im Kontext der Geriatrie, nicht nur der Geriatrie als Fachdisziplin, sondern im Kontext Alter Patienten sind. Ich will Sie jetzt nicht mit Zahlen bombardieren, Sie wissen das. Was wir auch wissen, ist, dass Mangelernährung wirklich ein Prediktor für höchst unerwünschtes Outcome, sprich für Tod, Immobilität, schlechtes funktionelles Outcome ist. Ich habe Ihnen das mal anhand einer neueren Studie wirklich bei Tausenden von Patienten über 9000 Patienten mitgebracht. Die typische Überlebenskurve und auch noch graduiert zwischen leichter und schwerer Malnutrition. Wie das hier definiert wurde, zeige ich Ihnen gleich noch. Die Kernfrage, der wir uns als Ernährungsmediziner und Geriater aber stellen müssen, ist, ist die eingeschränkte Prognose von Mangelernährten nicht einfach nur ein Epiphänomen schwerer Krankheit? Also sprich, stirbt jemand, der eine konsumierende Erkrankung hat? Nehmen wir mal eine Krebserkrankung, wo man schnell mal 10-20 Kilogramm verliert, stirbt man dann nicht früher, weil die Erkrankungsschwere einfach größer ist, sodass man Gewicht verliert? Oder ist der Gewichtsverlust selber tatsächlich ursächlich oder mitursächlich für Mortalität und schlechtes funktionelles Outcome? Und Sie können sich vorstellen, ich stehe hier, weil das so ist. Es ist ein unabhängiger Prädiktor und natürlich sterben Sie mit einem Pankreaskarzinom möglicherweise irgendwann an dem Pankreaskarzinom, aber der Gewichtsverlust entscheidet mit darüber, wie früh Sie versterben und wie Ihr Weg bis dahin sein wird. Also Gewichtsverlust und Mangelernährung ist ein unabhängiger Prädiktor. Das kann man beweisen in Studien. Einmal, wenn man sich Studien auswählt, wo konsumierende Erkrankungen bewusst ausgeschlossen waren, wie in dieser Studie von Anne Newman, die hat fast 5000 zu Hause lebende Senioren über viele Jahre untersucht mit entsprechenden Follow-up Untersuchungen und das Hauptstudiendesign bestand darin, dass erst mal drei Jahre beobachtet wurde und dann wurden die Probanden in drei Gruppen eingeteilt. Wer hat mehr als 5% des Körpergewichts verloren? Wer hat mehr als 5% des Körpergewichts zugenommen? Und wer ist dazwischen sozusagen mehr oder weniger stabil geblieben? Vielleicht mal für den Hinterkopf 5% eine 70 Kilo Menschen 3,5 Kilogramm über drei Jahre. Das heißt, wir reden über Gewichtsveränderung einer Größenordnung von 1,2 Kilogramm pro Jahr. Bei denen, die vielleicht Gewicht abgenommen haben. Und das Entscheidende an dieser Studie war, Probanden mit sogenannten konsumierenden Erkrankungen, also nicht nur Tumorerkrankungen, sondern auch COPD, auch Pankreas Insuffizienz, all die Erkrankungen, die typischerweise mit Gewichtsverlust einhergehen, wurden ausgeschlossen. Und dann wurden diese Probanden im Mittel weitere vier Jahre beobachtet und was am Ende raus kam, findet sich hier. Und ich erkläre das ganz kurz, ich weiß gar nicht, er geht auf dem Bildschirm nicht. Ich nehme den schönen Herzenstock, vielen Dank. Was Sie sehen schon mit dem niedrigen Ausgangsgewicht, die haben eine höhere Mortalität als die Übergewichten, das sogenannte Adipositas-Paradox. Adipositas macht im Alter prognostisch nicht so viel, aber Sie sehen auch, diejenigen, die hier in der letzten Säulenreihe mehr als fünf Prozent Körpergewicht verloren haben, haben statistisch gesehen sozusagen ihre Mortalität verdoppelt. Und zwar egal, ob sie dick oder dünn waren. Und das ist eine ganz entscheidende Aussage. Also auch Übergewichtige wie Herr Mager, der ja am Anfang eher ein leichtes Übergewicht hatte, auch Übergewichtige verschlechtern ihre Prognose, wenn sie Gewicht verlieren. Unabhängig vom Ausgangsgewicht, unabhängig von konsumierenden Erkrankungen. Gewichtsverlust ist schlecht für die Prognose. Warum das möglicherweise so ist, kommen wir gleich noch zu. Ein Beweis, dass es unabhängig von konsumierenden Erkrankungen ist. Der zweite Beweis ist, dass wir durch Interventionen in dieser Studie, zum Beispiel durch die Gabe von bilanzierter Trinknahrung, tatsächlich die Prognose verbessern können, hier mit einer Halbierung der Mortalität Trinknahrung. In dem rechten Diagramm. Eine der größten Studien, die je mit Trinknahrung gemacht wurde. Das nur mal so als Teaser zur Therapie, zu der wir im späteren Verlauf noch kommen werden. Warum ist das jetzt so, dass Mangelernährung sogar bei denen, die übergewichtig eigentlich sind, tatsächlich die Prognose verschlechtert? Wir kennen viele Funktionen unseres Organismus, die sich in der Situation der Mangelernährung verschlechtern. Ich möchte auf zwei, die zwei obersten, für die wir die beste Evidenz haben, kurz eingehen. All diese Dinge spielen aber natürlich zusammen. Sie haben schon gehört, dass Mangelernährung oder Dehydratation auch ein Risikofaktor für Delir ist, aber auch Wundheilung ist schlechter in der Situation der Mangelernährung und, und, und. Erster Punkt Immunsystem. Dafür haben wir noch nicht so gute Evidenz aus der Humanmedizin, aber wir wissen viel aus dem Labor und auch aus Tierversuchen. Das will ich Ihnen ganz kurz darstellen. Wenn Sie sich mal angucken, was ist die größte Zellmasse im Körper, nicht die Zellzahl, sondern die Zellmasse, die ist in dem linken Kreis dargestellt, dann sind das die weißen Blutkörperchen mit Abstand die größte Zellmasse, Entschuldigung, die Zellzahl, es ist genau umgekehrt, die Zellzahl im Körper. Und auch wenn es Gedächtniszellen gibt, die jahrzehntelang leben, die durchschnittsweiße Blutkörperchenzelle lebt ungefähr zehn Tage. Das heißt, wir haben einen riesigen Zellpool, der sich beständig teilen muss und für Nachwuchs, Nachschub sorgen muss. Und dieser Umsatz an Zellen, der braucht einfach wahnsinnig viel Substrat, sprich zum Beispiel Eiweiß. Und deswegen reagiert das Immunsystem sehr schnell auf Mangelversorgung, insbesondere Mangelversorgung mit Protein. Und das können Sie zum Beispiel auch im Blutbild nachweisen, wenn Sie nicht nur auf die Relativzahlen gucken im Blutbild, wie viel Prozent Granulozyten, wie viel Prozent Lymphozyten, sondern sich die Absolutzahlen angucken, gibt es auch Studien zu, können Sie nachweisen, dass die absolute Lymphozytenzahl tatsächlich sofort sinkt innerhalb von einer Woche in der Situation der Mangelversorgung mit Protein. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Bildung von Zytokinen, Antikörpern und so weiter. Das kann man im menschlichen Organismus experimentell relativ schlecht nachbilden in einem prospektiven Experiment. Wir wollen ja keinen hungern lassen, bis er dann irgendwelche Immunphänomene ausbildet. Aber es gibt tatsächlich Tierversuche und ich habe ihn einmal mitgebracht im Mausmodell, was mit einer in der oberen Reihe adäquaten Proteinmenge gefüttert wurde. Und gucken Sie nur mal die mittlere Reihe Very Low Protein Diet, die genügend Kalorien bekommen haben, aber zu wenig Protein und dann wurden die künstlich mit einem Influenza Virus infiziert. Und was Sie hier sehen können, gucken Sie nur mal, das sind Gewichtsverlust und so weiter, gucken Sie nur mal ganz rechts, das ist die Mortalität. Die obere Reihe ist die Mortalität der Mäuse, die adäquat mit Protein ernährt wurden und die untere Reihe ist die Mortalität oder die Überlebenskurve der Mäuse, die eine Very Low Protein Diet hatten, aber genügend Kalorien. Und davon haben nur die Hälfte überlebt, während alle Mäuse die Influenza Infektionen überstanden haben, die mit ausreichend Protein versorgt wurden. Das zeigt schon die Bedeutung der Ernährung und des Proteins allein fürs Immunsystem und zumindest in Beobachtungsstudien kann man das auch für Menschen nachweisen. Das ist eine Studie an über 1000 Krankenhauspatienten aus der Uniklinik Genf. alle Fachrichtungen und sie können nachweisen, dass sobald sie weniger als 70% ihres Bedarfs als Krankenhauspatienten verzehren, steigt ihr Risiko für Health Associated Infections, also für nosokomiale Infektionen. Und das Interessante ist, wenn sie nachrechnen, man kann natürlich sagen, die sind kränker und deswegen kriegen die mehr Infektionen, wenn sie in so statistischen Rechenmodellen für Erkrankungsschwere Alter, Geschlecht und so weiter adjustieren, bleibt dieser Effekt aber erhalten. Was uns zeigt, das Immunsystem wird einfach schlechter in der Situation der Mangelernährung. Und der nächste Punkt, der eine ganz große Rolle spielt on the long run, chronisch, aber auch akut, ist die Muskulatur. Sie wissen vielleicht aus den diversen Publikationen, dass wir mit der Alterung etwa so ab dem 30. Lebensjahr kontinuierlich Muskulatur im Durchschnitt verlieren, so ähnlich wie auch Knochenmasse. gibt es eine Peak Bone Maß und es gibt auch eine Peak Muscle Maß sozusagen und dann geht es langsam bergab. Und wenn Sie so alt sind wie ich, so ab dem 60. 70. Lebensjahr, macht das tatsächlich im Durchschnitt 1% Muskelmasse pro Jahr aus. Das ist der durchschnittliche Effekt von Alterung auf die Muskulatur. Ich habe Ihnen hier, um das kurz und plakativ zu zeigen, eine Doktorarbeit aus unserer Abteilung mitgebracht. Da haben wir Querschnitte, MRT-Querschnitte durch den Oberschenkel gemacht. Zu Beginn und im Durchschnitt 13 Tage später, nach Ende des stationären Aufenthaltes, haben die Querschnittsfläche planimetriert, auch das intermuskuläre Fettgewebe rausgerechnet, was viele Studien leider nicht machen, entsprechende Kraftmessungen gemacht und was rauskam, war, dass die Mangelernährten 9% ihrer Querschnittsfläche und das ist direkt proportional zur Beinmuskelmasse, 9% verloren haben und in der Statistik, der einzige Prädiktor war nicht Mobilitätsstatus oder Comorbidity oder C-reaktives Protein, sondern Gewichtsverlust und Mangelernährung nach den sogenannten Glimm-Kriterien, zu denen wir gleich noch kommen. 9% heißt, der Effekt der Alterung auf die Muskulatur von 9 Jahren komprimiert in 2 Wochen Krankenhausaufenthalt, wo es mir einfach schlecht geht. Ich mich natürlich wenig bewege, aber meist auch keinen Appetit habe und wenig esse. Also so gravierend kann der Einfluss sein. Und wenn ich mich mit dem Problem jetzt auseinandersetzen möchte und sagen möchte, das will ich bei meinen Patienten irgendwie verbessern, weil wir haben ja gesehen in der Trinknahrungsstudie, das bringt was, wenn ich mich darum kümmere, dann muss ich tatsächlich regelmäßiges Screening machen, muss das, obwohl unser OPS-Katalog das noch nicht erfordert, dass wir Ernährungsscreening machen, aber da wir dafür die beste Evidenz haben, macht es Sinn, Ernährungsstatus zu screenen, standardmäßig bei jeder Krankenhausaufnahme und wir kämpfen innerhalb der Ernährungsmedizin auch dafür, dass das nicht nur die Geriatrie macht, sondern alle Krankenhäuser in Deutschland, denn die Briten machen das bereits, da ist Screening auf Mangelernährung Pflicht bei Krankenhausaufnahme. Die Briten machen das mit dem sogenannten MUST-Score, der ist gut, weil er gilt für alle Altersgruppen, für alle Settings, Klinik, Ambulant und so weiter, finden sie auch übersetzt in deutscher Sprache im Internet. In der Geriatrie arbeiten wir ganz viel mit der Kurzform des Mini Nutritional Assessments, der ist halt speziell für die Älteren validiert, weil da so typische Risikofaktoren wie Demenz und Immobilität drin sind, den können sie auch für alle Settings nehmen, aber eben nur für die Älteren und viele Kliniken arbeiten mit dem NRS 2002, der ist auch gut, aber der ist ausschließlich validiert und sinnvoll für Klinikpatienten, weil der ist auf Akutmedizin getrimmt mit allen Items, die da so drin sind und wenn sie gescreent haben, dann müssen sie sich aber immer noch überlegen, ist das jetzt Diagnose Malennutrition oder nicht, weil Screening ist das eine, ist nur ein Baustein, ein Vorfilter, dann brauche ich diagnostische Kriterien, da sind wir sehr froh, dass ein schwedischer Geriater, Tommy Sederholm, eine tolle Initiative ins Leben gerufen hat, die sogenannte Global Leadership Initiative on Malnutrition, der hat es nämlich geschafft, die Fachgesellschaften aller Kontinente weltweit zusammenzurufen und zu sagen, Leute, wir müssen uns jetzt mal zusammensetzen, wie wir Mangelernährung definieren, damit das in Studien und auch bezüglich der Diagnosestellung im Medizinsystem mal einheitlich wird. Und da hat man sich weltweit auf diese Kriterien geeinigt, die ich sie auch bitte ab sofort anzuwenden. Die sind auch für den ICD-11 zumindest als Antrag eingereicht, damit die WHO das übernimmt. Die WHO hat großes Interesse daran, zögert aber noch, wir wissen noch nicht, was draus wird. Aber das ist in der Ernährungsmedizin jetzt absolut etabliert und akzeptiert. Es gibt phänotypische Kriterien und etiologische Kriterien für Mangelernährung. Für die Diagnose müssen sie ein phänotypisches und mindestens ein etiologisches Kriterium erfüllen. Deswegen steht da ein Pluszeichen zwischen. Das kann also sein, einfach ein niedriger BMI im Alter unter 22 reicht im Alter schon als phänotypisches Kriterium, also was man sehen kann. Und dann brauchen sie noch ein etiologisches Kriterium, das könnte zum Beispiel sein, reduzierte Nahrungsaufnahme, weniger als die Hälfte des Bedarfs in einer Woche oder jede Reduktion über zwei Wochen und länger. Also jegliche Reduktion, wenn einer länger als zwei Wochen weniger ist als normal und als er bräuchte, ist damit ein etiologisches Kriterium erfüllt. Aber es gibt natürlich auch so was wie Malabsorption und so weiter. Also da gibt es noch mehr. Aber das sind so die Hauptkriterien, dass sie eine Vorstellung davon haben. Das heißt, wenn sie jetzt die Diagnose gestellt haben, ja, der Patient hat eine Mangelernährung, dann brauchen sie eine Ursachenabklärung. Und die Ursachenabklärung ist nicht nur wichtig, oder die Ursachenabklärung leitet unser Therapiekonzept. Wie immer in der Medizin. Nur wenn ich die Ursachen kenne oder zumindest eine Vorstellung davon habe, kann ich die Ursachen abstellen, kompensieren, wo ich sie nicht abstellen kann oder mein Therapiekonzept daran ausrichten. Und darüber möchte ich mit Ihnen ein bisschen länger verweilen, weil das ist wichtig, um das Phänomen Mangelernährung wirklich zu verstehen. Wir haben uns vor ein paar Jahren international mit Experten mal zusammengesetzt, geleitet von Dorothee Volkert aus Nürnberg und haben gesagt, in einem Projekt, wir tragen mal zusammen, was es an wissenschaftlicher Evidenz über die Ursachen und Determinanten der Mangelernährung im Alter gibt und wollten daraus oder haben daraus dieses Modell kreiert, was ich Ihnen gleich kurz erklären werde. Wir haben aber sehr schnell festgestellt, dass wenig davon evidenzbasiert wirklich belegt ist, sodass man sagen muss, dieses Diagramm ist mehr der Niederschlag von Expertenmeinung, aber da waren wirklich die internationalen namhaften Experten anwesend. Sie finden einmal jetzt den zentralen roten Kreis Mangelernährung. Zur Mangelernährung führen kann einmal eine zu geringe Aufnahme, ein erhöhter Verbrauch bei gleicher Aufnahme oder auch kombiniert mit verringerte Aufnahme und eine reduzierte Bioverfügbarkeit der Nährstoffe, wie zum Beispiel bei der exokrinen Pankreasinsuffizienz. Dann finden Sie in dem Dreieck drumherum so eine Art Befunds-Symptomebene, die zu einem oder mehrerer dieser Befunde führt, wie zum Beispiel Inflammation, unseren Stoffwechsel verändert oder wenn Sie Übelkeit erbrechen haben, das Gegessene eben schlichtweg einfach wieder rauskommt. Da drumherum eine Erkrankungsebene mit Krankheiten, die besonders häufig über die Symptome im mittleren Ring zu Mangelernährung führen und drumherum so ein paar Umgebungsfaktoren, wie zum Beispiel auch Hospitalisierung, wo es statistisch einfach gut belegt ist, dass das eng mit Mangelernährung assoziiert ist. Und damit Sie da sich ein bisschen eindenken können, habe ich Ihnen einfaches Beispiel Parkinson mal mitgebracht, um Ihnen zu zeigen, wie komplex das sein kann, sogar bei einer einzigen Erkrankung. Parkinson-Patienten können mangelernährt sein, schlichtweg, weil sie einen extrem starken Tremor haben. Ich habe Ihnen das mal an einem Filmbeispiel mitgebracht, was gleichzeitig das Reklame-Video für die Therapie ist. Wenn Sie so einen starken Tremor haben, dass alles oder die Hälfte außerhalb des Tellers landet, dann gehen Sie nicht mehr ins Restaurant, Sie sind peinlich, in der Öffentlichkeit zu essen, Sie gehen nicht mehr mit Freunden essen und und und. Und das wäre jetzt die Lösung, seit diesem Jahr als Hilfsmittel in Deutschland auch zugelassen, ein Tremor kompensierender Löffel, der nicht nur so eine Schwerpunktaufhängung hat, das mit so einem Gegengewicht in dem Griff der Löffel frei schwingen kann und deswegen nicht jede Tremorbewegung mitmacht, sondern da ist tatsächlich noch eine Motorisierung drin, eine intelligente, die mehr als 90% des Tremors kompensiert. Können Sie einen Löffel draufstecken, eine Gabel draufstecken, das draufgesteckte können Sie in die Spülmaschine tun. Unsere Parkinson-Patienten lieben das. Wir haben auf jeder Station einen Löffel zum Ausprobieren und empfehlen und verordnen den dann eben, wenn wirklich der Tremor das Problem ist. Aber Parkinson-Patienten können auch eine Schluckstörung erleiden und das sogar sehr häufig und schon viel früher, die Ihnen Probleme mit der Ernährung machen kann. Ich habe Ihnen mal so ein Beispiel mitgebracht, ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, aber man kann glaube ich sehen, dass da die Suppe in Anführungsstrichen im Rachen stehen bleibt, die dem Patienten natürlich Probleme macht, weil er immer wieder kleine Aspirationen hat, die zu Hustenanfällen führen, die das Essen einfach ungemütlich machen. Stress erzeugen beim Essen und wenn Sie mit irgendwas Stress haben, was machen Sie dann? Sie gucken, das ist vermeiden, alles was Stress macht, vermeiden Sie intuitiv, ohne darüber nachzudenken und deswegen essen und trinken diese Patienten weniger, weil Essen und Trinken mit Stress verbunden ist, mit Hustenanfällen, dass sie manchmal sogar blau anlaufen. Da haben wir in letzter Zeit wahnsinnig viel gelernt, durch diese Methodik der FACE, die wir hier im Haus ja auch gemacht wird, wie ich gerade noch gesehen habe und vielleicht nur ganz kurz, die Zeit reicht nicht, um da detailliert darauf einzugehen, das sind Beides, das sind Befundmuster von Parkinson-Patienten, welche Befunde sie bei der FACE-Untersuchung häufig bei Parkinson-Patienten finden und das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann das sogenannte Leaking sein, wenn Flüssigkeiten unkontrolliert aus der Mundhöhle runterlaufen und dann zu Aspirationen führen. Das können aber auch Residuen sein, was Sie gerade im Video sehen konnten, Reste, die auch nach dem Schlucken verbleiben und dann zu Problemen führen und nicht nur zu Aspirationen führen, sondern einfach die Schluckeffizienz, wie viel von dem, was ich schlucke, kann ich wirklich runterschlucken, massiv verschlechtern. Und leider müssen diese Befunde unterschiedlich behandelt werden. Bei dem ersten, beim Leaking, da wäre es toll, dieses Chin-Tag-Manöver zu machen, damit die Öffnung, ich zeige es mal hier, die Öffnung der Mundhöhle nach hinten nicht mehr nach hinten geht, sondern nach oben steht, damit es eben nicht unkontrolliert rausläuft. Oder, wenn der Patient das nicht umsetzen kann, Flüssigkeiten andicken, damit sie nicht so schnell unkontrolliert hinten runterlaufen. Wenn sie aber Residuen haben, ist das total kontraproduktiv, weil je dicker die Flüssigkeit ist, desto mehr Residuen häufen sie an. Da macht es zum Beispiel Sinn, das EMST-Training, für das es gute Studien gibt, zu nutzen. Das ist das Expiratory Muscle Strength Training. Das ist quasi ein Piepventil, gegen das sie atmen, wo sie den Widerstand hier ganz leicht einstellen können, was sie auch dem Patienten mit nach Hause geben, damit er wochenlang, dreimal täglich trainiert und wir wissen, dass das nicht nur die Sprache beim Parkinson-Patient verbessert, sondern auch das Schlucken. Also man muss genau hingucken und dazu möchte ich sie animieren, beim Schlucken, aber auch bei der Mangelernährung. Wenn sie dann aber, weil zum Beispiel Flüssigkeiten unkontrolliert hinten runterlaufen oder der Patient nicht richtig kauen kann oder sonstige Probleme bestehen, die Nahrungskonsistenz ändern müssen, damit der Patient mit der mehr oder weniger sicheren Konsistenz dann schlucken kann, dann müssen sie berücksichtigen, je mehr sie es verändern, also wenn sie Flüssigkeiten stark andicken oder aus normalem Essen pürierte Kost machen, je mehr sie es verändern, desto höher wird das Risiko für Mangelernährung und Dehydratation einfach für den Hinterkopf. So, wir sind immer noch beim Parkinson-Patient. Parkinson-Patient kann auch eine Demenzerkrankung entwickeln, etwa 50 Prozent nach acht Jahren Krankheitsverlauf, also ein relevantes Problem und wenn sie eine Demenzerkrankung entwickeln, das war vielleicht auch ein Teilproblem von Herrn Mager, dann haben sie ein hohes Risiko, Mangelernährung zu erleiden. Das sind jetzt Studien aus der Alzheimer-Forschung, aber trotzdem gelten die auch für andere Demenzformen. Nicht-Demente-Patienten, den Patienten mit einer Alzheimer-Demenz vier Jahre Follow-up statistisch korrigiert und man kann nachweisen, dass sie deutlich mehr und zwar signifikant mehr Körpergewicht verlieren im Verlauf. Was viele aber noch nicht wissen, ist, dass das assoziiert ist mit ungünstigem Outcome, also mit Erkrankungsschwere, mit Erkrankungsprogress. Wir gehen davon aus, dass wenn ein Demenzpatient Mangelernährung erleidet, dann schreitet auch die Demenz schneller voran, plus Komplikationen, Stürze und so weiter. Und was viele auch nicht wissen, ist, dass dieser Prozess bei der Alzheimer-Demenz zumindest, kleiner Ausflug, jetzt nicht mehr Parkinson, sehr, sehr früh anfängt, nämlich bevor sie die Erkrankung überhaupt bekommen, gibt es mittlerweile über zehn Studien, die nachgewiesen haben, dass wenn sie eine Alzheimer-Erkrankung erleiden, schon Jahre vorher Gewicht verloren haben. Das ist natürlich so unspezifisch, dass sie es für die Diagnostik der Demenz nicht verwenden können. Aber es ist ein Phänomen, was in vielen Studien nachgewiesen wurde. Und ich habe hier exemplarisch eine Studie mitgebracht, die Honolulu Asia Aging Study. Die hat es besonders leicht gehabt, weil wenn man auf Honolulu wohnt, zieht man nicht weg, weil es da so schön ist. Und die konnten eine alte Probande einer alten Herz-Kreislauf-Studie, von denen sie Body Mass Index Daten hatten und viele andere Daten reaktivieren und haben die als ältere Menschen nochmal untersucht. Und zwar alle zwei Jahre kognitive Tests gemacht und geguckt, ob die eine Demenz entwickelt haben oder nicht. Und was Sie hier sehen in der grünen Reihe, in der grünen Linie und grünen Punkte ist der BMI-Verlauf bei denen, die bis zur letzten Untersuchung kognitiv intakt geblieben sind. Auch die haben ein bisschen Gewicht verloren. Und die roten Punkte und Linien, die Punkte sind jeweils Untersuchungszeiträume. Die rote Linie ist der BMI-Verlauf von denjenigen, die zum letzten Untersuchungszeitpunkt erstmalig kognitive Defizite hatten, die mit der Diagnose Demenz vereinbar waren. Und Sie sehen, die haben hier schon Jahre vorher und in manchen Studien ist das zehn Jahre vorher schon nachgewiesen, im Durchschnitt schon Körpergewicht verloren. Und das ist interessant, weil wir zumindest gegenwärtig davon ausgehen, dass das die Menschen sind, die auch im weiteren Verlauf noch massiv Gewicht verlieren, mit denen wir dann die höchsten, die größten Probleme haben, was Mangelernährung anbelangt, wenn wir nicht früh intervenieren. Und es ist aber auch interessant, weil sich natürlich die Frage stellt, wie kommt das zustande? Was ist eigentlich Ursache des Gewichtsverlusts bei der Demenz? Es ist eben nicht nur das Einkaufen vergessen, das Essen vergessen, seinen eigenen Appetit vergessen, das nicht mehr so gut wahrzunehmen, sondern es gibt eine ganze Kaskade von Ursachen, warum Patienten mit einer Alzheimer-Demenz, wir sind ja noch bei dem Exkurs Alzheimer-Demenz, Gewicht verlieren. Und das wären die Mechanismen, die eine Rolle spielen, noch in der Phase, bevor sie die Erkrankung Demenz überhaupt klinisch apparent entwickelt haben. Also was während der Entstehung der Demenz, das geht ja in unserem Gehirn über 20 und mehr Jahre von Statten sozusagen an Pathophysiologie vorherrscht, die dazu führt, dass sie schon bei Diagnose der Demenz schon häufig Gewicht oder im Durchschnitt Gewicht verloren haben. Ich greife mal nur zwei Sachen raus, zum Beispiel erhöhte Körperkerntemperatur. Mittlerweile gibt es fünf Studien und eine Meta-Analyse, die zeigt, dass Demenzpatienten im Durchschnitt eine um 0,1 Grad Celsius erhöhte Körperkerntemperatur haben. Können sie diagnostisch auch wieder nicht verwenden, weil völlig unspezifisch. Können sie aber als Gruppeneffekt in Studien nachweisen. Und was ist Körperkerntemperatur? Heizung, Energie. Ein Physiker hat mir mal überschlagsweise ausgerechnet, dass das ungefähr 70 Kilokalorien pro Tag kostet. Ist nicht viel, aber wir kommen gleich noch dazu, dass sich das langfristig tatsächlich auswirkt. Es gibt auch genetische Prädispositionen. Sie haben vielleicht auch davon gehört, dass Alzheimer-Patienten schon Jahre vor Beginn ihrer Erkrankung nicht mehr richtig riechen, weil das im Bulbus Olfaktorius unter Umständen anfängt. Das sind zumindest so Hypothesen, wie das zustande kommt, dass sie schon bei Diagnose Körpergewicht verloren haben. Und dann geht es natürlich weiter mit der Aufmerksamkeitsstörung, Gedächtnisstörung, dass sie nicht mehr so gut einkaufen. Präferenzen verschieben sich, Demenzpatienten entwickeln eine Vorliebe für Süßes, also auch die Geschmackspräferenzen verändern sich. Und wenn sie dann eine leichtgradige Demenz haben, dann sind sie natürlich nicht mehr so kompetent im Einkaufen und im Haushalt, wie wir das bei Herrn Mager im Anfangsstadium tatsächlich gesehen haben. Und dann geht es eben in der Erkrankungsschwere irgendwann weiter, psychomotorische Unruhe, sedierende Medikation, Stürze, Krankenhausaufenthalte, Delir, alles was dazugehört. Und häufig erst am Ende, manchmal, aber schon in mittleren Stadien entwickeln sie auch eine Dysphagie, eine Schluckstörung oder eine Apraxie, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie mit Messer und Gabel anfangen sollen oder den Teller als solches nicht mehr erkennen. Und da sind sie natürlich abhängig davon, wie gut das kompensiert wird durch Pflege und durch Umgebungsfaktoren, durch das Management und das Setting der Patienten. Also allein bei dieser einen Erkrankung ganz viele verschiedene Ursachen, die aber handlungsleitend sein sollten, weil wenn die Versorgung mit Mahlzeiten das Problem ist, dann muss ich mich nicht um Entzündungen oder Magengeschwüre oder sonst was kümmern, dann muss ich das Setting, die Versorgung des Patienten verbessern. Wenn es aber die Entzündung ist oder andere Dinge, dann brauche ich sozusagen andere Maßnahmen, um den Patienten adäquat zu versorgen. Ein Riesenthema, wenn Sie das mehr interessiert, in wenigen Monaten erscheint das Update dieser europäischen Leitlinie zum Thema Ernährung bei Demenz. Da steht auch die ganze Evidenz drin, warum wir bei fortgeschrittener Demenz keine Sonnenernährung empfehlen und so weiter. Ist auch jetzt schon kostenlos verfügbar, aber von 2015 nicht mehr ganz frisch. An den Kernaussagen hat sich aber eigentlich nichts geändert. Erscheint jetzt in Kürze. So, und dann zurück zum Parkinson-Patienten, der kann eine Demenz entwickeln. Es kann auch einfach das Problem sein, dass der immobil ist, nicht zum Einkaufen kommt, es einfach physisch nicht mehr hinbekommt, dann hilft mir der Tremorlöffel nicht, dann hilft mir die Konsistenzadaptierung der Kost nicht, sondern dann brauche ich eine bessere Versorgung mit Lebensmitteln und vielleicht jemand, der kocht. Ganz kurzer Exkurs, letzte Ursache, die ich noch besprechen will, weil wir da selber ein bisschen geforscht haben und weil ich es für wichtig halte, Inflammation, Entzündung. Entzündung hat eine wahnsinnige Wirkung auf den Appetit, das kennen Sie alle, wenn Sie mit 40 Fieber im Bett liegen, dann haben Sie keine Lust auf Maultaschen oder was es sonst im Schwabenland so gibt. Bei uns würde man, Vortrag in Bochum würde man sagen, auf eine Pommes Currywurst. Das ist Wirkung der Inflammation und das Gleiche spielt eine Rolle bei unseren Patienten, da heißt es dann immer, der verweigert die Nahrung, der lehnt das Essen ab. Ja, das kann man so nennen, aber eigentlich hat er schlichtweg einfach keinen Appetit. So wie Sie keinen Appetit haben, wenn Sie mit 40 Fieber im Bett liegen, da ist es dramatisch, aber unsere Patienten haben weniger Appetit, weil sie Chronic Inflammation haben, eine chronische oder manchmal auch akute Inflammation. Und als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war ich sehr verwundert, dass es dazu überhaupt keine Studien gibt. Und was macht man dann? Man sucht sich einen Doktoranden, das war Herr Sieeske, der ist Pneumologe, hat bei uns eine Zeit lang mal gearbeitet und wir haben eine Studie gemacht, in dem sogenannten Snackscore, eines der Screening-Instrumente, gibt es eine Frage nach dem Appetit, die haben wir genommen und haben sie sozusagen korreliert mit dem Inflammationsstatus der Patienten bei Aufnahme, aber auch im Verlauf nochmal gegen Ende des stationären Aufenthaltes und in der Studie war sozusagen die erste Studie, die nicht nur nachgewiesen hat, dass sie mit Inflammationen weniger wiegen und weniger essen, sondern tatsächlich, dass der Appetit, das subjektive Gefühl von Appetit verringert ist. Und natürlich haben wir in der Studie noch viel, viel mehr bestimmt, zeichnen noch Daten gleich zum CRP und Nahrungsaufnahme, aber wir haben auch das ganze Zytokin-Panel bestimmt und konnten herausarbeiten, dass es statistisch gesehen auch im Longitudinalverlauf vor allen Dingen das Interleukin 18 ist, was eine erhebliche Rolle beim Appetit zu spielen scheint. Statistisch kann man sagen, macht ungefähr 14% der Variabilität des Appetits beim geriatrischen Krankenhauspatienten aus und bei der Recherche war es dann ganz interessant, nach den Ergebnissen haben wir recherchiert und gefunden, es gibt tatsächlich tierexperimentelle Arbeiten mit Interleukin 18, subkutan in Mäuse injiziert, die nachweisen, dass das einen viel größeren Effekt als andere Interleukine auf den Appetit hat. Mittlerweile gibt es auch einen Interleukin 18 Inhibitor, also wir wollen sehen, ob man da vielleicht irgendwann auch mal für diese Konstellation ursächlich in den Appetitstoffwechsel therapeutisch eingreifen kann. Relativ frisch, eine große Datenbankanalyse, da haben wir fünf europäische Studien genommen aus einer europäischen Arbeitsgruppe, wo die Kolleginnen und Kollegen Daten hatten, zu Nahrungsaufnahme und CRP. Und was Sie hier sehen, ist der Anteil von Probanden in CRP-Gruppen, die weniger als 50% des Energiebedarfs oder weniger als 75% des Energiebedarfs verzehren. Und Sie können sehen, so ab einem CRP-Wert von drei sind es zwei Drittel, die wirklich deutlich unzureichend essen. Inflammation spielt eine große Rolle für die Nahrungsaufnahme und ist bei vielen unserer Patienten mit Ursache. Und da macht es natürlich Sinn, nicht nur in die Nahrung hinein zu stopfen, sondern auch zu gucken, kriege ich die Inflammation irgendwie beherrscht, sprich, finde ich den Fokus der Inflammation. Rheumatische Erkrankungen ist so ein Stichwort Parodontitis und andere Dinge. Da wird sich sicherlich noch einiges tun. So, für die Therapieplanung geht ganz schnell, müssen Sie ungefähr wissen, wie groß ist die Energielücke, die da besteht. Und das kann man mit so semi-quantitativen Methoden wie Teller-Diagrammen, aber ich würde gerne noch dieses Beispiel mit Ihnen kurz durchrechnen, weil Sie es damit ganz einfach machen können. Wenn Sie wissen, dieser Patient hat im letzten Jahr 12 Kilogramm Körpergewicht verloren, dann können Sie unter der Annahme, das ist Konsens in Ernährungsmedizin, ein Kilogramm Menschenfleisch, das ist es ja, hat den Wert von 6000 Kilokalorien ungefähr, können Sie berechnen, wie viel fehlt dem pro Tag. Und das sind nur 200 Kilokalorien, wenn Sie 12 Kilo in einem Jahr verloren haben. Und das ist der Grund für die typische Anamnese, meine Mutter nimmt immer mehr ab, die isst aber ganz normal. Ob jemand 200 Kilokalorien mehr oder weniger isst, ist ein großer Joghurt, das merken die in der täglichen Nahrungsaufnahme gar nicht. Deswegen berichten Ihnen viele Patienten, ich esse so wie immer, aber sie verlieren progressiv Körpergewicht. Ganz kurz noch zur Evidenz, wir hören ja gleich noch was über Therapie, da will ich der Nachrednerin auch nicht vorweggreifen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, was ich tun kann mit den Patienten, je nachdem, was wirklich der Pathomechanismus ist. Natürlich gebe ich vielen zusätzlich Proteinshakes Trinknahrung, aber es ist wichtig, sich Gedanken um die Ursachen zu machen. Und als letztes noch die Evidenz dazu, dass das wirklich was bringt, wissen wir aus der Schweiz, ja Matthias, gar nicht so weit von dir, das Team um Philipp Schütz aus Aarau, genau, aus Aarau, ein sehr engagierter Ernährungsmediziner, die haben tatsächlich eine große Multicenter-Studie prospektiv randomisiert in acht Schweizer Kliniken gemacht, hat es immerhin ins Lancet geschafft, also das muss methodisch gut gemacht sein und was sie hier sehen, ist tatsächlich, dass in der Intervention individualisiertes, aber schon auch strukturiertes Vorgehen bei denen mit Risiko für Mangelernährung erreiche ich zwar nur, dass sie 290 Kilokalorien und 10 Gramm Protein am Tag im Durchschnitt mehr verzehren, aber damit erreiche ich Reduktion der Mortalität um 27% und signifikant weniger funktionelle Verschlechterung und bei den geriatrischen Patienten, jetzt kommen die ganzen Publikationen Subgruppenanalysen dieser Riesenstudie, die mehr 2000 Patienten inkludiert hat, Subgruppenanalyse der gebrechlichen Patientenergebnisse noch viel deutlicher, Reduktion der Mortalität um 50% und des funktionellen Abbaus gemessen an Bartel-Index im Verlauf Reduktion um 41% und der Effekt ließ sich auch nach sechs Monaten noch nachweisen. Es ist also nicht so, dass sie die Schwerkranken drei Wochen länger am Leben erhalten, sondern nachhaltig verbessern sie die Prognose der Patienten. Das überspringe ich jetzt, wenn sie Details erfahren wollen, auch da gibt es eine schöne deutsche Leitlinie, die demnächst wieder aktualisiert erscheint, ist kurz vor Abschluss, relativ aktuell ist aber die europäische Leitlinie, wo auch noch ein bisschen was zur Exekose drinsteht. Auch da beschäftigen wir uns mehr und mehr mit, weil das bisher aus der Ernährung fast ausgeblendet wurde, ist aber auch ein ganz wichtiger Teil der Ernährung. Da kommen Sie kostenlos übers Internet dran, ESPN-Guideline, das ist die europäische Fachgesellschaft für klinische Ernährung und Stoffwechsel. Auch das ist AI generiert, man sieht es an den sechs Fingern teilweise. Ich lasse das Abstract noch einen Moment stehen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Im Chat habe ich gehört, gibt es keine Fragen aktuell? Nun meine Frage an Sie. Gibt es von Ihnen eine Frage an Herrn Professor Wirth? Übergewicht ist ein Risikofaktor per se. Gibt es einen Cut-Off, wo man sagen kann, ab da sollte man den Patienten nicht mehr raten, ab diesem Alter abzunehmen, weil er damit seine Prognose verschlechtert? Also studienmäßig belegt gibt es keinen guten Cut-Off. Aber wenn man all das, was wir aus der Ernährungsmedizin im Alter wissen, kondensieren, wird man spätestens ab 75, eher so 72, 73 Jahre sagen, ab da nicht mehr abnehmen. Es sei denn, es gibt eine spezifische Indikation, schwere Fettstoffwechselstörungen, schwer einstellbarer Diabetes, da kann es Sinn machen, paar Kilo mal zu verlieren, aber kontrolliert unter ärztlicher Aufsicht, damit keiner Muskelmasse verloren geht. Was auch mal eine sinnvolle Indikation sein kann, ist eine schwere Belastungsinkontinenz, da gibt es Daten, dass sie sich durch Verringerung des abdominellen Drucks wirklich deutlich bessern kann. Aber das sind so Sonderindikationen generell, spätestens ab dem 75. Lebensjahr nicht mehr abnehmen, sondern Gewicht halten. Es geht sowieso runter am Ende. Da nimmt man über die Glucosorie 200 Kilokalorien so etwa pro Tag nimmt man ab. Bitte wiederholt die Frage immer. Die Frage war Einfluss der SGLT2-Hemmer, weil über die Glucosorie ja tatsächlich auch Kalorien verloren gehen. Wir sind sehr gespannt. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht darf in fünf Jahren noch mal kommen. Dann werden wir es wahrscheinlich wissen. Die große Frage ist, funktioniert die Appetitregulation so gut, dass ich das durch mehr Kalorien wieder reinhole, was beim Diabetiker ja nicht unbedingt erwünscht wäre und wahrscheinlich auch nicht stattfindet, weil die nehmen ja Gewicht ab. Oder verändere ich damit wirklich die Netto-Bilanz, dass sie Gewicht abnehmen? Da brauchen wir einfach Daten, was da passiert, ob die bald so langsam ist, tatsächlich nur Fettmasse abnehmen, was wünschenswert wäre, oder ob die auch Muskulatur abnehmen. Wir wissen es einfach noch nicht. Gibt es noch keine Studien zu. die Abnahme der Muskelmasse mit zunehmendem Alter kontinuierlich vonstatten gilt? Spielt da nicht auch die muskuläre Inaktivität eine große Rolle? Ja, eine Wahnsinnsrolle. Absolut, aber auch wenn sie hochaktiv sind und maximal trainieren, gibt es Studien von Leistungssportlern, die auch im hohen Alter ihre sportliche Aktivität beigehalten haben, sie verlieren an Muskelmasse progressiv, nur der Verlust ist viel geringer. Sie können wahnsinnig viel tun durch körperliche Aktivität, das ist ja unser Thema in der Geriatrie, aber wenn sie es tun ohne eine ausreichende Proteinzufuhr, werden sie damit nur ganz wenig erreichen, deswegen beides muss zusammenkommen. Ganz hinten. Sie hatten davor den Mann ihren Eiweiß erwähnt, ab wann beginnt jeder Mann ihren Eiweiß? Intensivmediziner, die Räderbieten schlussend gehabt, die Hocheinweiß und den Trauerkant gebracht haben. Ja, wobei die neueren Studien und neuen Leitlinien empfehlen auch für die Intensivmedizin 1,2 bis 1,6 Gramm pro Tag. Ja, so hoch darf man nicht gehen. Ja. Ja, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Erwachsene 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Unsere Durchschnittsernährung beinhaltet ungefähr 1,1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Vor wenigen Jahren hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nachgezogen und die Proteinzufuhr für Ältere die Empfehlung erhöht auf 1,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Internationale Expertengruppen aus Geriatern empfehlen für gesunde Ältere eher 1,2 und für Kranke eher 1,2 bis 1,6 also eher höher aber keine Megadosen. Da wissen wir dass sich eher die Prognose der chronischen Niereninsuffizienz verschlechtert und so weiter. Gut, gibt es noch eine Frage? Sonst würde ich Diana Dahlmeier hoch ... ... ... ... ... ... Frau PD, Diana Dahlmeier arbeitet bei uns in der Klinik als stellvertretende Abteilungsleitung der Forschungsabteilung und wird gleich einen Vortrag zum Thema Eisen halten mit dem Titel Eisen als neues Doping und die Kraft ist zurück. Vielen Dank, Nathalie, für die Einleitung und ich begrüsse alle ganz herzlich nochmal. Ich komme aus der Forschungsabteilung hier in der Klinik. Vom Hintergrund bin ich Internistin und Epidemiologin. Ich freue mich sehr, dass ich dann noch weiter mit dem Thema Ernährung machen kann. Das Titel ist Eisen als das neue Doping und die Kraft ist zurück. Ich glaube, die Frage kann man nicht so schnell beantworten, aber ein gewisses Potenzial ist da und das werden wir jetzt zusammen durchgehen. Ich möchte, dass Sie sich jetzt ein bisschen entspannen. Ich bringe jetzt nicht einen Fall aus der Klinik, sondern ich möchte eigentlich Sie in die Reise mitnehmen, wie wir aus der Perspektive der Forschung so einen möglichen Therapieeinsatz angehen oder untersuchen und wie der Stand sozusagen im Moment ist. Ja, ganz wichtig auch hier zu betonen ist, was ist das Leitmotiv, was uns im Moment beschäftigt und ist natürlich das Konzept des Healthy Aging, denn wir arbeiten daran, die körperliche Funktionalität des älteren Menschen zu erhalten. Das ist was im Hintergrund bei uns in der Forschung motiviert. Und dabei erkennen wir oder haben wir uns mit Eisen als Biomarker beschäftigt. Warum Eisen? Da muss ich auch dazu erzählen, dass wir auch im Moment in Kooperation mit der Universität bei einem großen Projekt, einem Sonderforschungsbereich, Antrag mitbeteiligt sind. Und da untersuchen wir etwa 32 unterschiedliche Blutbiomarker. Und da versuchen wir auch Verständnis zu bekommen, was eigentlich passiert alles im Alter mit diesen ganzen Blutbiomarker. Und darunter steht zum Beispiel auch Eisen und alle Biomarker, die mit Eisenstoffwechsel zu tun haben. Und Eisen wird hier dann als ein wichtiger Mikronährstoff erkannt. Und als weitere Themen wollen wir einfach wissen, was können wir lernen von den Patienten mit Herzinsuffizienz? Wie ist dann die Situation mit Eisen bei älteren Menschen? Und dann zeige ich ein paar Ergebnisse, die wir untersucht haben mit Hämoglobin, Ferritin und Handkraft. Eine Zusammenfassung, was ich denke, wäre noch benötigt, damit wir wirklich diese Frage beantworten können. Ja, wir erkennen hier und wissen schon, dass Eisen ein essentieller Mikronährstoff ist und dass er unheimlich wichtig ist, tatsächlich in mehrere Körperfunktionen. Im Bereich der Zellaktivität, inklusive dieser Sauerstoffwechsel, auch sehr wichtig bei der DNA- und Dopaminsynthese, in der Erythropoese und auch in der Immunfunktion. Eisenmangel, der Mangel an Eisen, wird soweit assoziiert mit chronischen Entzündungen, mit Depressionen, mit kognitiver und körperlicher Beeinträchtigung, mit schlechter Lebensqualität und auch mit Mortalität. Was Sie schön hier sehen ist, oben nur dargestellt, was wären so die Eisenquellen für jemanden, der alles essen kann oder möchte. Es gibt aber auch gute Möglichkeiten für diejenigen, die sich für eine vegetarische Ernährung entscheiden, dann noch Eisen zu bekommen, in der richtigen Menge. Und was wäre so die richtige Menge? Der Bedarf von Eisen bei älteren Menschen, sagen wir, liegt etwas bei 10 Milligramm pro Tag. Ja, jetzt kommen wir aber zu dem nächsten Thema und das in Zusammenhang zu bringen. Jetzt wollen wir uns ein bisschen angucken, was ist da mit den Muskeln und warum sind die Muskeln hier wichtig? Und tatsächlich etwa 10 bis 15 Prozent von den Eisen in unserem Körper befinden sich dann in den Muskeln. Und wenn wir uns die Muskeln angucken, finden wir dann unterschiedliche Fasern innerhalb eines Muskels. Wir haben die sogenannte rote Fasern, Fasern Typ 1. Die sind jetzt für uns relevant, weil die tatsächlich sehr reich an Mitochondrien sind und haben eine erhöhte Aktivität von Enzymen, die eisenabhängig sind. Die haben vor allem einen oxidativen Stoffwechsel und die sind zuständig für diese langsame, repetitive Bewegungen, die zu tun haben mit Fortbewegung und Atem. Haben wir dann als zweite Fasertippe dann die weißen Fasern, die haben mehr eine glykolitische Aktivität. Die sind für die schnelle und kraftvolle Bewegungen. Und es gibt auch gemischte Fasern. Was sehr interessant ist, ist tatsächlich, dass dieses Gleichgewicht in unserem Körper sich auch verändert kann, je nachdem wie der Eisengehalt da ist. Okay, das heißt, es wäre jetzt die Frage, was ist dann die Auswirkung von Eisenmangel? Und das kennen Sie aus der klinischen Perspektive, wenn die Patienten kommen zu Ihnen mit Symptomen von Erschöpfung, Müdigkeit, keine Kraft, brüchige Haare, brüchige Nägel und so weiter. Aber wenn wir uns angucken im Bereich auf die Muskeln, auf zellulärer Ebene und im Bereich auf die Mitochondrien, beobachtet man tatsächlich, dass ein Eisenmangel dann zu einer Verschiebung führen kann von diesen Fasern innerhalb der Muskeln. Das heißt, der Körper reagiert intelligenterweise darauf und sagt, okay, ich habe nicht genügend Eisen dabei, ich kann nicht genügend oxidativen Stoffwechsel hervorbringen, dann werden mehr Fasern, die mit einem glykolitischen Stoffwechsel arbeiten, gebildet. Dafür gehen die anderen runter. Das muss man auch bedenken, um zu verstehen, was ist die Auswirkung von diesem Eisenmangel. Die Anzahl der Mitochondrien reduziert sich und daraufhin auch die Aktivität in den Mitochondrien wird runtergefahren. Ja, heutzutage muss man das alles, damit Interesse geweckt wird, auf der wirtschaftlichen Seite sich angucken. Und natürlich, man sagt das auf Bevölkerungsebene, dadurch auch die wirtschaftliche Produktivität reduziert werden kann. So hoffen wir, erreichen wir die Aufmerksamkeit, die wir benötigen. Gut, interessanterweise, und ich bin keine Sportwissenschaftlerin, aber es lohnt sich da auch zu gucken, was man bisher untersucht hat. Und hier gibt es auch natürlich Interesse bei Leistungsathleten, dann die Leistung weiter zu verbessern. Und so hat man sich hier angeschaut bei Leistungsathleten, die nicht anämig waren, aber tatsächlich dann Hinweise für einen Eisenmangel hatten, dass wenn man bei denen Eisen substituiert oder noch dazugibt, dass es zu einer Verbesserung kommt, zum Beispiel von der Sauerstoffaufnahme. Okay, das sind Patienten, die nicht anämig sind, nicht Patienten, Leistungsathleten, nicht anämig, aber mit einem Eisenmangel. Ja, auf dem Bereich der Herzinsuffizienz, da können wir auch viel lernen. So, es wird geschätzt, dass etwa 50 Prozent der Patienten mit Herzinsuffizienz auch einen Eisenmangel haben. Und das ist tatsächlich, dafür gibt es genügend Studien, klinische Studien, das kennen Sie wahrscheinlich auch, einige von Ihnen, mit Patienten mit Herzinsuffizienz, wo man weiß, dass wenn da auch bei Nicht-Anämie, wenn es da ein Eisenmangel vorhanden ist, dann, dass die Eisensubstitution dazu tatsächlich führen kann, zu einer Verbesserung der Herzinsuffizienz und auch zur Verbesserung der Funktionalität, die zum Beispiel im Bereich der Kardiologie im Sinne von diesen sechs Minuten Walking-Tests gemessen wird. Okay, so das heißt, und das sehen Sie hier in den Leitlinien mit Evidenz A, dass wenn eine Herzinsuffizienz vorhanden ist und dabei ein Ferritinleben schon unter 100 ist oder der zwischen 100 und 300 vorhanden ist und die Transferenssaturation unter 20 Prozent ist, dass da die Indikation besteht, dann Eisen zu geben. Okay, so ich, zu dieser Folie soll ich nicht so viel sagen, denn es geht hier darum, tatsächlich ist Eisenmangel auch ein relevantes Thema im Bereich der Geriatrie. Sie sehen hier dann die unterschiedlichen Ursachen oder möglichen Ursachen für das Entstehen von Eisenmangel und Sie erkennen schon hier, es schwarz markiert dann entweder durch Blutung, durch unterschiedliche Pathologien, aber ganz wichtig hier dann im Bereich der Mangelernährung und auch die verminderte Aufnahme, Malabsorption, die dazu führen kann, dass Eisen dann bei geriatrischen Patienten nicht oder defizient vorhanden ist. Ist das wirklich so? Ja, jetzt gucken wir uns Daten zu der Prävalenz. Hier ganz allgemein, weltweit wird geschätzt, dass etwa 20 Prozent leiden unter Eisenmangel. Bei Gesunden über 70 Jahre gibt es Angaben von bis zu 14 Prozent, bei stationären Patienten gibt es Angaben sogar bis zu 58 Prozent von diesem Eisenmangel. Ja, und zu diesen Daten möchte ich ein paar Beispiele nennen. Leider ist Matthias auch weggegangen, aber tatsächlich, diese Daten kommen auch von einer Studie aus der Schweiz. Es handelt sich dabei um die Do Health Study. Da hat man über 2000 Teilnehmer rekrutiert aus sieben unterschiedlichen Ländern, 70 plus. Als Intervention hat man hier Vitamin D3, Omega 3 und auch körperliche Training angeboten und gewisse Endpunkte untersucht dabei. Uns interessiert tatsächlich heute dann, wie die Prävalenz von Eisenmangel dann in den Teilnehmern war. Was sagen Sie dann, die Daten? Ja, muss man auch dazu sagen, dass die Definition von Eisenmangel auch sehr heterogisch ist. Das ist nicht einheitlich. Ich werde mich heute unter der Anwendung von Ferritin als der Marker von Eisen beziehen. Und so haben wir hier zum Beispiel zwei Grenzwerte, die angewendet werden, unter 30 Mikrogramm oder unter 45 Mikrogramm. Und Sie sehen hier in der Population von Do Health bei Männern und Frauen, dass es tatsächlich ein Teil identifiziert worden ist mit Eisenmangel. Und wie man hier sehen kann, dass bei den Frauen die Prävalenz einteilig höher war als bei den Männern. Sie haben das noch weiter angeschaut und es war estratifiziert nach dem Alter. Und man kann hier auch sehr schön erkennen, dass bei denjenigen, die 80 plus sind, dann die Prävalenz von Eisenmangelanämie deutlich höher war als bei denjenigen, die unter 80 Jahre alt waren. Die Studie hat auch longitudinale Daten von denen gehabt. Die haben diese Teilnehmer über drei Jahre begleitet. Und so haben sie auch untersuchen wollen den Zusammenhang mit diesem Eisenmangel mit relevanten klinischen Endpunkten. Und hier wird die Hospitalisierungsrate und hier könnte gezeigt werden, wenn eine Eisenmangelanämie vorhanden ist mit einem Kodaf von 30, dass da tatsächlich ein erhöhtes relatives Risiko war für Hospitalisierung. Wenn der Kodaf von 45 war, das war nicht mehr signifikant. Der Estimate war aber hinweisend auf ein mögliches erhöhtes Risiko. Guckt man dann die Assoziation mit der Hospitalisierung, könnte sich hier keine Assoziation zeigen. Wir sind jetzt auch bei uns in unseren hospitalisierten Patienten. Das habe ich mir auch angeschaut. Hier die Daten von insgesamt sechs Monaten von dem Jahr 2022. Ich muss hier betonen, es handelt sich hier um die Daten, die bei der Kodierung entstehen. Das sind die DRG-basiert und die Folge darauf, oder warum ist das wichtig zu erklären, das heißt, diese Diagnose ist nur vorhanden, wenn dieser Eisenmangel zu einer Intervention geführt hat. Entweder im Rahmen der Diagnostik oder im Rahmen der Behandlung. Und so haben wir hier etwas nur zehn Prozent mit einer Eisenmangelanämie. Da würden Sie alle mit mir zustimmen, dass das eher als gering einzuschätzen ist. Und ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel zu zeigen, wie komplex das ist, diese Prävalenzen zu untersuchen mit administrativen Daten. Wir schätzen, dass das deutlich höher sein sollte. Ja, wir haben aber hier in Ulm tatsächlich eine sehr schöne Studie. Das ist die aktive Studie. Wie viele von Ihnen kennen die aktive Studie? Okay, ein paar von der Klinik, gut. Ich wundere mich, weil ich habe gehofft, vielleicht haben Sie Patienten, die sagen, oh ja, ich mache bei der aktiven Studie mit. Tatsächlich, die gibt es hier seit 2009. Wir haben damals 65 plus rekrutiert, insgesamt 1.506. Dabei haben wir schon mittlerweile zwei Folgeuntersuchungen gemacht, nach drei Jahren und nach sieben Jahren. Und von denen, also diese Teilnehmer tatsächlich sind unglaublich gut charakterisiert. Von denen haben wir biologisches Material gewinnen können. Und bei denen untersuchen wir im Moment diese 32 Blutbiomarke. Und so möchte ich jetzt ein bisschen hier berichten, wie sieht die Situation eigentlich bei uns, in unseren Landleuten sozusagen. Hier zum Beispiel die Daten zum Hämoglobin bei unserer Bevölkerung. Sie sehen hier die Verteilung bei den Frauen und bei den Männern. Und wenn wir uns die Definition von der WHO für Anämie angucken, können wir sagen, dass bei der Aktiven etwas 8,7 Patienten von den männlichen Patienten eine Anämie hatten und etwas 4 Prozent von den Frauen eine Anämie hatten. Man könnte natürlich sagen, nicht zu vergessen, ist eine bevölkerungsbasierte Koorte. Da haben wir immer die Befürchtung, dass eher die Gesunden oder die sich besser fühlend daran teilnehmen. Nichtsdestotrotz haben wir hier 8,7 Prozent bei den Männern, 4,1 bei den Frauen. Wenn wir hier einfach das Hämoglobin gegen Alter in der Koorte bei der Basisuntersuchung hier darstellen, sehen wir tendenziell so einen Hinweis, dass das mit dem Alter zu einer Hämoglobinabnahme kommt, bei den Frauen als auch bei den Männern. Und das hat man tatsächlich in anderen Studien untersucht und auch gezeigt, dass es tendenziell mit dem Alter zu einer Abnahme von Hämoglobin kommen kann. Wie sieht es aus mit dem Ferritin dann in der aktiven Koorte? Ich habe hier dann nochmal die zwei Code-Offs angewendet von der Do-Health-Study, damit wir einen Vergleich machen können. Und Sie sehen hier, dass auch bei unseren aktiven Koorten tatsächlich Individuen erkannt worden sind, die einen Hinweis auf Eisenmangel haben. Und wir sehen hier vor allem, wenn man den Koort von 45 benutzt, dass beide Frauen einteilig, was zweimal so viel Eisenmangel hat im Vergleich zu den Männern. Ja, aber ist das bei allen oder ist das nur bei denjenigen, die Anämie haben oder finden wir das auch bei denjenigen ohne Anämie? Und tatsächlich sehen wir hier, dass bei Patienten ohne Anämie, und das waren die meisten, dass wir auch hier einteilig Individuen identifizieren mit einem Eisenmangel und dass es hier wieder dieser Unterschied zwischen Frauen und Männern zu sehen ist. Natürlich war der Anteil bei denjenigen, die Anämie hatten, deutlich höher in Bezug auf den Eisenmangel. Wir haben das auch inaktiv für uns geguckt, eingeteilt nach dem Alter, minus 80, plus plus 80. Da muss ich aber dazu sagen, dass bei den Männern gab es keinen Unterschied in dem Anteil von Eisenmangel zwischen Jüngeren oder Älteren. Aber bei den Frauen hat man eindeutig bewacht, zum Beispiel bei dem Corona von 45, dass da der Anteil bei 80 plus schon bei 22 Prozent mit einem Eisenmangel identifiziert war. Ja, so bisher, wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, ist, dass ein wichtiger Ziel für uns im Sinne von gesundes Altern ist die Erhaltung dieser körperlichen Funktionalität. Und dass Eisen hier tatsächlich eine wichtige Rolle für die Muskelfunktion spielt. Wir haben dann Kenntnisse von der Herzinsuffizienz behandelt, und dass Eisen, die Gabe von Eisen bei Eisenmangel zu einer Verbesserung der Herzfunktion führen kann. Und wir erkennen jetzt, dass die Prävalenz von Eisenmangel tatsächlich auch ohne Anämie im Alter ein relevantes Problem ist. So mit diesem gesamten Hintergrund waren wir dann natürlich neugierig, in unserer Studie diesen Zusammenhang zu untersuchen. Und das ist, was ich jetzt hier darstellen möchte. Das ist eine Studie im Rahmen einer Doktorarbeit von Theresa Hammer, den ich mit Doppelfreude heute darstelle, weil es tatsächlich am Donnerstagabend, so zum Frauentag, publiziert worden ist. Habe ich es gleich zu ihr geschickt und gratuliert dazu. Und so haben wir untersucht den Zusammenhang zwischen Hämoglobin und Handkraft als ein Parameter für die Muskelfunktion, dann natürlich unter Berücksichtigung von Ferritin in unserer Koorte. So die Studienpopulation, wir hatten tatsächlich ein paar Teilnehmer, die wir ausschließen müssten, weil wir die Information von denen nicht hatten, aber am Ende blieben weiterhin 1297 Teilnehmer. Hier zeige ich ganz kurz dann, wie die Verteilung, fragen wir dann mit den unterschiedlichen Komponenten von Hämoglobin in unserer Population hier oben. Wir haben a priori festgesetzt, dass wir uns das alterszertifiziert angucken wollten. Das heißt, wir haben bei denjenigen unter 80 Jahre und bei den 80 plus das Getrennt untersucht a priori. Und wenn Sie hier sehen, Sie sehen hier die Verteilung für Hämoglobin bei Frauen und Männern in der jeweiligen Altersklasse zu erwarten, bei den Frauen eher nach links oder ein bisschen niedriger als bei den Männern. Auch interessant hier, wenn wir noch angucken, die Einteile von Teilnehmern mit Anämie, sehen Sie, dass dieser Einteil dann deutlich höher ist bei denjenigen, die 80 plus sind. Ja, wie sieht es aus dann aber mit dem Ferritin? Ja, und Sie sehen hier die Einteilung. Für die Studie, denn wir wollten das tatsächlich in Analogie zu den Untersuchungen mit der Herzinsuffizienz untersuchen, haben wir für den Ferritin diese drei Kategorien gebildet, aus der Herzinsuffizienz genommen. 100 Mikrogramm, 100 bis 300 und 300 oder höher. Und da sehen Sie hier tatsächlich, und das ist wirklich staunlich, wie hoch der Anteil ist für diesen Eisenmangel. Bei den Männern sind wir bei 23 Prozent, bei den Frauen sind wir bei 40 Prozent, die unter 100 Mikrogramm pro Liter haben. Und wenn wir angucken, ganz optimal über 300 wäre bei den Männern nur über 26 Prozent, bei den Frauen noch nicht mal 10 Prozent. Die Handkraft, hier nochmal hier dargestellt, ist ratifiziert, auszuerkennen, die sexspezifische Unterschiede mit Männern, stärkere Handkraft als die Frauen, und auch der Anteil von denjenigen, die eine niedrige Handkraft haben, tatsächlich dann höher bei denjenigen, die 80 plus sind. Wie war dann der Zusammenhang? Das ist jetzt die Zusammenfassung der Arbeit. Wenn wir hier uns angucken, diejenigen, die unter 80 Jahre alt sind, sehen wir eine signifikante Assoziation zwischen Hämoglobin und Handkraft nur bei den Frauen. Das bedeutet hier, dass eine Verbesserung des Hämoglobin um ein Gramm dann zu einer Verbesserung der Handkraft um 0,923 führen kann. Bei den Männern sehen wir keine signifikanten Ergebnisse hier. Ist das so? Interessanterweise war bei den Männern eine Effektmodifikation durch Ferritin. Deswegen muss man das ein bisschen noch weiter untersuchen. Und wenn wir das hier tatsächlich nach der Stratefisierung von Ferritin machen, bei den Männern unter 80 Jahren, sehen wir, dass die Assoziation signifikant war bei den Männern, die Ferritin über 300 hatten. Das heißt, bei denen, wo der Eisen so richtig genügend vorhanden war, dann hat man gesehen, dass der Hämoglobin eine Zunahme von einem Gramm eine deutliche Wirkung auf die Handkraft hatte. Und bei denjenigen, wo der Eisen nicht optimal vorhanden war, diese Assoziation nicht zu sehen war. Bei den 80-Jeddy haben wir keine Assoziation gefunden. Allerdings muss man auf diese N hinweisen. Wir hatten tatsächlich sehr wenige Teilnehmer, 80+, nur 384. So hier gibt es wenig Spielraum, um genauer das anzugucken, auch estratifizieren nach Geschlecht und so weiter. Zur Zusammenfassung können wir sagen, selbst in einer Population mit niedriger Prävalenz von Anämie würde ein Zusammenhang zwischen Hämoglobin und Griffkraft bei Personen unter 80 Jahre. Und noch interessanter war tatsächlich diese Effektmodifikation. Das heißt, wir sehen diese Assoziation bei den Männern, nur bei denjenigen, wo der Ferritin über 300 Mikrogramm pro Liter ist. Bei 80+, haben wir keinen Zusammenhang und auch keine Interaktion feststellen können, dadurch, dass die Anzahl so niedrig war. Ich habe mich ein bisschen auf der Suche gemacht, weil habe ich geguckt, bei dem Bundesinstitut für Risikobewertung zu dem Thema Eisen. Und ich finde es sehr interessant, dass hier als Risikogruppe, nach diesem Vortrag, was würden Sie sagen, gehören die Eltern zu der Risikogruppe für Eisenmangel? Ich glaube, da gibt es keine Zweifel. Auch ohne diesen Vortrag, würde ich schon sagen, wegen Ernährung und Absorption. Aber tatsächlich werden hier nur Kinder und Jugendliche in der Wachtturmphase, sowie Schwangere und Stillende, dann als Risikogruppe erkannt. Damit wir das ändern können, was wird benötigt? Wir brauchen viel weitere Informationen. Wir brauchen tatsächlich weitere Charakterisierungen von diesen Eisenmangel in der Bevölkerung, in der Arztpraxis, aber auch in den stationären Settings. Wichtig ist auch zu verstehen, wie ist die aktuelle Lage zu der Diagnostik von Eisenmangel in den klinischen Settings und auch für die Behandlung. Und noch dazu tatsächlich viel wichtiger wäre, dass man noch weitere Untersuchungen und diesen Zusammenhang zu verstehen, zwischen diesem Eisenmangel und der Muskelfunktion. Weil würde sich das bestätigen, ist das tatsächlich eröffnet die Möglichkeit, für schöne weitere neue therapeutische, gezielte Ansätze in der Behandlung oder in der Verbesserung der Funktionalität bei den Eltern. Und so möchte ich mich jetzt ganz herzlich bei den Themen bedanken, die dabei alle beteiligt waren und hinweisen auf den 26. November. Take iron seriously. Thank you. Vielen Dank, Diana. Im Chat haben wir keine Frage. Nun die Frage an Sie. Möchten Sie noch etwas zum Thema Eisen wissen? Dann nehme ich die erste Reihe. Herr Wirt. Wenn ich das richtig gesehen habe, war die Do-Health-Study die erste, die jetzt wirklich Eisen und Outcome gemessen hat. Haben Sie beim Outcome für CRP, für Inflammation, adjustiert, weil es ja mit der Eisenresorption doch einen ganz engen Zusammenhang auch zur Inflammation gibt? Weiß man darüber was? Weil es wäre natürlich denkbar, dass einfach Krankheitsaktivität, Inflammation heißt Eisenmangel und diese Probanden haben natürlich auch einen schlechten Prognosen. Ja, soweit ich weiß, nicht. Und tatsächlich, das ist ein guter Punkt, weil wir jetzt durch diese beiden... Achso, Entschuldigung. Es geht darum, ob man bei der Do-Health-Study die Assoziation zwischen Eisen und Hospitalisierung und der Adjustierung von CRP durchgeführt haben. Soweit ich weiß, diese Analyse nicht. Aber tatsächlich ist es so und vielleicht kommt noch die Frage zwischen diesem Unterschied, Frauen und Männer, weil das ist wirklich sehr eindeutig. Dabei weiß man, wie wichtig dann Inflammation vor allem in den eisernen Stoffwechsel ist. Denn Inflammation und vor allem Interleukin-Sex kann dann Hepsi-Din stimulieren und dadurch dann die Rebsorption von Eisen hemmen. Und das Schöne Inaktive ist, dass wir auch Informationen zu Interleukin-Sex haben, so das werden wir auch noch weiter untersuchen müssen. Das könnte erklären, weil was wir auch erkennen und wissen ist, dass Frauen im Vergleich zu Männern im Alter eher mehr oder eine höhere Prävalenz von inflammatorischen Erkrankungen haben. Und das könnte tatsächlich ein bisschen eine Rolle spielen, dass wir diesen Unterschied zwischen Frauen und Männern so eindeutig sehen. Das müsste man noch untersuchen, ja. Michael, eine kurze Frage. Meine Frage geht in der Tat ans Auditorium. Eisensubstitution, macht ihr das auch jetzt bei Herzinsuffizienz und vor allem, wie macht es die niedergelassene Medizin? Oral? Wie oft? IV? Wer möchte sich dazu äußern? Hinten, kann ich das gleich geben. Wir machen bei uns im Krankenhaus sehr ausgeprägtes Patient-Blood-Management, schon präoperativ, auch bei Operationen, aber auch bei Herzinsuffizienten Patienten mit IV-Eisen. Also Monoferto-Eisen-Malleat. Okay, will jemand noch aus der hausärztlichen Medizin was dazu sagen? Also ich habe bloß noch eine Anmerkung, was uns jetzt hier herauskam, ist, was uns ja manchmal schwierig ist, die Definition des Eisenmangels selber. Sie haben ja selber gezeigt, das Hämoglobin scheint ja wohl auch einen Alterseffekt generell zu haben. Das heißt, wo ist unsere Statistik wirklich zuverlässig? Unsere Laborwerte sind ja in der Zwischenzeit Gender-Technischer zum Verifizieren, Umstellen. Für uns schwierig, weil das, was Sie jetzt gezeigt haben, wo ist der Eisenmangel? Ferritin alleine reicht ja eigentlich nicht aus, um Eisenmangel darzustellen. Deswegen tun wir uns in der Praxis oft sehr schwer. Wo substituieren wir? Bei der IV-Therapie ist uns das Problem zugelassen, wie das Orale eigentlich auch. Bei einem nachgewiesenen Eisenmangel, relativ teuer, gibt es auch relativ schnell, Regresse, wenn wir nicht aufpassen und für uns natürlich auch sehr aufwendig, die IV-Therapie, weil Allergien sieht man ja doch ab und zu auch. Vielen Dank für diese Bemerkung. Tatsächlich für mich eine wichtige Message wäre, dass wir im Alter nicht nur auf Hämoglobin, oder Hämoglobin sollte nicht das Kriterium sein, um weiter zu gucken, wie der Eisenstatus ist bei den Menschen. Das heißt, das sollte man nicht Hämoglobin abhängig machen, weil wir sehen, dass Menschen, die auch keine Anämie haben, tatsächlich noch Hinweise auf Eisenmangel haben können. Und dann tatsächlich ist es sehr schwer, weil es ist nicht einheitlich, die Methode, wie bestimme ich dann diesen Eisenmangel. Natürlich gibt es auch Transferentsättigung. Zu dem Zeitpunkt, als wir das angeschaut haben, hatten wir noch nicht Eisenwerte. Jetzt haben wir das mittlerweile bekommen und werden wir uns das auch untersuchen, mit den unterschiedlichen Ansätzen zu sehen, okay, wie hoch wäre hier die Prävalenz. Aber das macht tatsächlich die Schwierigkeit, uns zu sehen, wie groß ist das Problem auf Bevölkerungsebene und was wären die richtigen Wege, das anzugehen. Ja, danke. Ich möchte noch einen kurzen Abschlusssatz dazu sagen, weil ich glaube, in den nächsten zehn Jahren, dass sich da noch was tun wird. Das, was wir bei der Herzinsuffizienz gefunden haben, glaube ich, das liegt nicht nur an der Herzinsuffizienz. Das ist einfach die größte Studie, Interventionsstudie, die es dazu gibt. Wir müssen wahrscheinlich im Alter etwas mehr Eisen substituieren. Ich denke, das hat einen Effekt, aber es gibt halt im Augenblick nichts Interventionelles dazu. Ich möchte vielleicht nur ganz kurz sagen, weil ich aus der Forschung komme und tatsächlich, weil bei mir läuft auch, es ist nicht so einfach, auch so eine Studie einzusetzen für die Eisenbehandlung bei älteren Patienten. Idealerweise sollte man das in der Herzinsuffizienz machen mit IV-Eisen, weil ich glaube, PO, wenn wir drei Monate warten, da passiert so viel bei den Älteren, dass wir nicht genau den Effekt sehen können. Es ist wirklich ein komplexes Thema, aber wir arbeiten hart. Dankeschön. So, ich freue mich jetzt auf unseren letzten Vortrag, der wieder sehr ins Praktische gehen wird. Anne Stöhr, Pflegefachkraft für aktivierend therapeutische Pflege in der Geriatrie und Gerontologin aus Mannheim. Ja, herzlichen Dank. Wir sind etwas fortgeschritten in der Zeit und ich freue mich sehr, dass Sie da geblieben sind. Es ist schon mal sehr großes Lob an die Veranstalter, dass Sie genau die richtigen Themen gewählt haben. Ich komme aus der Universitätsmedizin Mannheim und hatte das Glück, dass ich den Expertenstandard Förderung der Mundgesundheit in der Pflege mit modellhaft implementieren durfte und mit spannenden Leuten das dann auch reflektieren und den Einfluss dann auch nehmen konnten auf diesen Expertenstandard. Wohlgemerkt, es ist der zehnte und der einzige, der mit einer ärztlichen Kooperation stattgefunden hat, nämlich mit der Zahnärztlichen und da ganz großes Lob an Ulm. Sie haben, glaube ich, einen der herausragendsten Zahnärzte ever. Laden Sie ihn gerne ein. Das ist der Elmar Ludwig. Es ist ein Fest, wenn er Ihnen seine Sichtweise auf die Mundgesundheit bringt. Ah, jetzt, okay. So, hier unten ist ein Patient von uns, der in der Frühreha war, der total happy war, dass er Fotomodell sein durfte. Er hatte massive Probleme mit der Ernährung. Er ist eingeliefert worden wegen Nahrungsverweigerung. Und das ist dann ganz spannend, nach was alles geguckt wird und was gegebenenfalls auch noch erweitert werden könnte. Also, wir hängen Mund und Allgemeingesundheit zusammen. Dann ist ein Spruch aus dem Delia, wer nicht danach schaut, wird nichts finden. Hilfsmittel, die möglich sind, dann natürlich auch informieren, beraten, anleiten und schulen. Und damit sind alle gemeint, Ernährung, was kann man tun? Da bringe ich Ihnen nichts Neues mit, es ist nur zur Erinnerung. Und wo kann ich mich qualifizieren? Das sind Bilder von Emma Ludwig. Also, der Biofilm, das ist ein schöner Bakterienschleuder, ist was ganz, ganz Wichtiges. also Mundpflege, Mundgesundheit, ganz relevant. Wenn Sie solche Belege haben, dann ist die Chance auch groß, dass Sie Infektionen bekommen. Wo auch immer. Diese Zähne hier, die wackeln, wie sagt man so schön, wie ein Kuhschwanz. Und ansonsten sind nur noch Wurzelreste zu sehen. Hier ist eine schöne Zahnfleischentzündung, eine Gingivitis. Das tut weh. Das ist ein Grund, warum man nicht essen möchte. Und wenn man das nicht beurteilen kann, dass man Schmerzen hat, dann lohnt es sich für alle, auf jeden Fall nachzuschauen. Hier haben wir die Parodontitis, hier haben wir abgebrochene Zähne und hier haben wir eben auch noch die Ergebnisse von Karies. Man schaut sich nur die Lippen an, man muss gar nicht so tief in den Mund reingehen, es lohnt sich aber trotzdem. Wir haben trockene, rissige Lippen, wir haben Beläge, die abwischbar sind, wir haben hier eine Wunde und die Kollegin hat mich gebeten, die Martina Werch im Fall zu fragen, schauen Sie sich ab und zu mal den Mund rund an bei Ihren Patienten. Wenn irgendwas zu bitte, zu selten, genau, ist die Frage, wie intensiv sollte das Reinschauen im Mund sein und sollte es auch zur Routine dazu gehören, zum Beispiel. Das hier tut weh, das ist ganz klar, hier hinten sitzt auch eine deutliche Entzündung, Mykose am ehesten, das ist auch sehr schmerzhaft und ein trockener Mund, alle, die heute hier vorgetragen haben, wissen, wie es ist, wenn man einen trockenen Mund hat, dann wird es dann ein bisschen ungemütlich. So sehen Bakterien Schleudern aus, wenn man Zahnprothesen nicht pflegt oder nicht auszieht. Wir hatten einen Patienten, das ist nicht seine, aber wir haben ihr eine ausgezogen, die sah ungefähr so aus und es kam dann raus, dass er circa vier Jahre die Prothese nicht mehr ausgezogen hatte und die Angehörigen das nicht wussten und da war es schon sehr spektakulär, dann muss man sich nicht wundern, warum man eine Pneumonie länger behandeln muss gegebenenfalls. Auch das hier sind alles Entzündungsdinge, die mit Kronen und Prothesen zusammenhängen. Was haben wir für beeinflussende Faktoren? Die kennen wir alle, das ist nichts Neues, über die Fehl- und Mangelernährung haben wir viel gesprochen heute schon. Wichtig ist, und Herr Wirtz, Sie haben das ja auch gesagt, die Adipositas heißt nicht, dass alles im Lot ist und ich habe auch schon erlebt, bei jemandem, der 160 Kilo gewogen hat, zu uns in die Frühreha kam und sie nicht essen durfte, weil sie Untersuchungen hatte und es dann hieß, sie hat genug Reserve, das schadet nichts. Es schadet sehr wohl. Sie kann mit der verminderten Muskelkraft, die sie in diesem Moment schon hat, ihr 160 Kilo Gewicht nur erschwert tragen. Es macht sie immobil und sie konnte nicht mehr ohne Hilfe aufstehen. Nach vier Tagen Krankenhaus. Diabetes Mellitus als Ursache und Folge, sehr relevant auch und die Pneumonie, das wissen wir. Hier habe ich Ihnen mal aus dem Projekt von dem Deutschen Netzwerk Qualitätsentwicklung in der Pflege die Assessment Card mitgebracht, die wir in diesem Rahmen entwickelt haben. Das sind Kolleginnen gewesen, die das mitgemacht haben. Wir haben die wichtigsten Dinge aufgeschrieben, die uns wichtig waren, in einem Kitteltaschen Format. Also, dass man es einfach unkompliziert mal mitnehmen kann, dass es auch eine Idee gibt, wie sieht denn eine Teleskop Prothese aus und finde ich die dann auch. Und das Spannende ist, die Kollegen sind unglaublich sensibilisiert worden und finden jegliche Art von Verletzungen, scharfen Kanten oder Prothesen, von denen niemand etwas weiß. Das hier ist auch empfohlen von der Landeszahnärztekammer, dass man einen Pflegeplan schreibt, wie hoch ist der Unterstützungsbedarf der Person. Es darf nicht alles automatisch übernommen werden, das ist ganz relevant, aber soweit unterstützen, wie es den Menschen, Bewohner, Patienten gut tut. Wir haben viele Gründe, warum Unterstützungsbedarf notwendig ist. Die Frage an Sie, wie oft putzen Sie sich die Zähne? Da antwortet selten jemand drauf. Aber der Herr Ludwig sagt ganz klar, mindestens zweimal am Tag und dass man sich merkt, morgens flüchtig, abends tüchtig. Sie haben die ganze Nacht im Mund die kleinen Dinger drin, die sich vermehren und den Zahnschmelz angreifen und sonstige Sachen machen. Also mindestens. Das haben wir auch entwickelt, das ist eine Minuten Fortbildung, dass die Assessment Karte erklärt ist. Und hier haben wir einfach mal aufgeschrieben, was ist überhaupt Mundgesundheit? und wichtig ist, in die Assessment Card wird jeder eingewiesen. Also man gibt nicht die Karte mach mal, sondern es gibt immer eine Einweisung in diese Karte. Hilfsmittel gibt es viele und das sind ungefähr die, die man im Auge behalten sollte. Für Hausärzte, Klinikärzte, ambulante Ärzte, Pflegepersonen, Sonstige, schauen Sie in den Mund und wenn Sie nichts da haben, der Teelöffel oder der große Löffel, die sind super. Also Sie brauchen kein spezielles Instrument, um das durchzuführen. Das kommt auch vom Elmer Ludwig, die Zuckerwattentechnik, was anderes, wir kennen uns jetzt ganz kurz, wir haben uns schon gesehen vielleicht, aber wem von Ihnen dürfte ich in den Mund fassen? Dir, wir kennen uns schon ein paar Jahre, Ihnen ist super, das ist schon mal 100%, sage ich jetzt mal. Nein, aber es ist so, unser Mund ist mit der intimste Ort unseres Körpers und da wollen wir niemanden ranlassen und vorhin hieß es schon, der lehnt ab, der ist nicht kooperativ, der hat keine Compliance, aber wer will, dass da was in den Mund gesteckt wird, von dem ich nicht weiß, was es ist und schmecken tut es mir auch nicht. Da beiße ich die Zenne zusammen. Das hat nichts mit nicht Compliance sein, sondern einfach mit ich muss mich wehren. Das ist ganz was wichtiges. Wenn Sie an den Mund wollen, müssen Sie Beziehung aufbauen und es langsam machen. Das ist ganz ganz wichtig. Man braucht auch nicht viel dafür. Das sind Cent Beträge. Man braucht keine teuren verpackten Stäbchen, Schaumstoffstäbchen. Probieren Sie es mal, wie ein Schaumstoffstäbchen sich anfühlt. Lassen Sie es vielleicht mal durch jemand anders durchführen. Das ist nicht sonderlich angenehm. Dann wird es rumgewickelt wie eine Zuckerwatte. Dann kann man die Mundreinigung durchführen, Borken entfernen, auch im palliativen Setting mit Kaffee, Tee, Limo, was auch immer. Dann ist nur die Kompresse der Abfall. Wir sind ja auch immer in der Wirtschaftlichkeit. Zungenreiniger kann man verwenden, aber auf jeden Fall alle, die keine Vollprothesen haben, bitte Zahn zwischen Raumbürsten ab sofort verwenden. Das ist sehr relevant, weil da sitzen eben auch die Produkte des Biofilms. Zahnprothesen, ganz was Wichtiges, die halten nicht mehr so gut. Dann wird dann hier so in diese ganze Mulde Hauptsache viel Haftcreme reingemacht. Es reichen vier, fünf, sechs Kupfen, dass Sie die Prothese dann eben einsetzen können. Das Problem ist, wenn ich zu viel mache, dann bekomme ich sie nicht mehr richtig sauber. Die Verletzung ist auch groß, wie hält man denn eine Prothese mit den Klammern nach unten auf die Hand, damit man sie aus Versehen zum Beispiel nicht mit der Zahnbürste wegschleudert, dann muss nämlich die Haftlichtversicherung sehr viel Geld bezahlen. Und auch wichtig, Zahnprothesen sollten nach Möglichkeit nachts draußen bleiben, es sei denn, derjenige möchte, dass sie drinbleiben, das ist die Gewohnheit. Gewohnheit ist immer, Bedürfnisse sind immer wichtig und nicht im Wasser. Das ist neu, sage ich jetzt mal so. Warum? Was passiert im Wasser über Nacht? Das ist wie auch im Mund, die Bakterien vermehren sich fröhlich vor sich hin und das sieht man dann meistens auch in der Wasserqualität morgens. Also putzen Sie die Prothese gründlich, spülen Sie sie ab, dreimal die Woche für zehn Minuten eine Reinigungstablette ausreichend und dann wird sie trocken mit offenem Deckel gelagert. Das ist ein Mundpflegeset, wie es zum Beispiel in einer Klinik angewendet werden kann oder in Einrichtungen mit Intensivpatienten, mit beatmeten Patienten, auch im häuslichen Setting, in Wohngruppen, wo man sich zusammenstellt, was man braucht. Jeder erkennt, aha, da brauchen wir eine bessere Mundgesundheit und das sind Sachen, man muss mit dem Licht in den Mund gucken, sonst sieht man die Dinge nicht. Sie müssen den auffordern, den Patienten die Zunge hin und her zu bewegen und sie müssen die Wange ein bisschen abhalten, hochzuziehen, dass sie das sehen, weiche Zahnbürste oder weiche elektrische Zahnbürste. Alles andere ist optional, je nach Person, die sie vor sich haben. Das hier nennt man angeleitete Unterstützung. Hier ist die eine Hand von der Kollegin und hier ist die andere Hand. Sie begleitet ihn, führt ihn, aber er putzt sich selbstständig. Das ist eine große Zahnbürste, das ist von einem Modell, aber er kann sich selbstständig die Zähne putzen, also seine Selbstständigkeit fördern. Nicht irgendjemand putzt ihm die Zähne, sondern er putzt sich die Zähne. Selbstwirksamkeit. Das ist unser Flyer, den habe ich draußen ausgelegt. Wenn Sie da Interesse haben, nehmen Sie gerne mit. Ist auch aus dem Projekt. Der gilt für Angehörige, für Personal, wer auch Interesse hat. Wir werden den jetzt nochmal überarbeiten, aber das ist unser Hilfsmittel in der Geriatrie, um zu informieren und auch Beratungsgrundlage. und hier steht die Kai-Technik. Wie soll man putzen? Erst K wie Kauflächen, A wie außen und I wie innen. Bitte nicht die Menschen zwingen, dass sie sich so irgendwas umorganisieren müssen. Das hängt auch in Kinder Zahnarztpraxen aus. Das Wichtigste ist, dass die Zähne geputzt werden. Wie es dann irgendwann ist, das ist nicht so wichtig. Also nicht umerziehen wollen. Oder dass man auch guckt, wie ist die Ausstattung. Ich habe einen Patienten gehabt, der hat gesagt, ich putze mir die Zähne selber. Er hat auch gezeigt, wo die Materialien stehen. Er war gewohnt, das Wasser zu sich zu nehmen und den Mund auszuspülen. Was haben die Legionellen Häuser? Große deshalb hat er sich die Zähne nicht geputzt bei unserem Haus, weil er kam ja nicht dazu, den Mund auszuspülen. Da sehen Sie, dass es kleine Dinge sind, warum jemand gegebenenfalls keine Mundpflege durchführt. Das lege ich Ihnen auch ans Herz. Zahnärztliche Mitbehandlung oder verweisen auch mal zur Fokussuche. Da kann was passieren, was Entzündungen begünstigt. Fragen Sie nach dem Hauszahnarzt, fragen Sie mal, wann waren Sie das letzte Mal da, dass er auf jeden Fall daran denken soll. Es ist wichtig, das Bonusheft zu führen, weil man dann von der Krankenkasse Geld bekommt für den Zahnersatz. Auch zahnlose oder über Magensonden ernährte Menschen sollen zahnärztlich gesehen werden. Es gibt nicht nur die Zähne, es gibt die Zähne, den Zahnhalteapparat, Speicheldrüsen, Zunge, Gaumen, sehr vieles wird dann eben angeschaut und es gibt in Pflegeeinrichtungen einen Anspruch auf zahnärztliche Behandlung und die Pflegeeinrichtungen haben das Glück, dass es die Kooperationsverträge abschließen können, was dann auch übernommen wird. Das ist in Krankenhäusern leider noch nicht so. Also wir haben einen Konsil Zahnarzt, der kommt, zieht auch Zähne, wenn es komplizierter wird, müssen sie in die Zahnklinik. Wie kommen die zum Zahnarzt? Liegen transport, sitzend? Das muss man reflektieren. Mit wem kann man Kooperieren? Dann geht es um einen Notfall. Die Patientin stürzt oder ihre Patientin in ihrer Praxis stürzt und schlägt sich einen Zahn aus. Was mache ich dann? Ich muss den Zahn sichern, das Vorgehen muss dann auch klar sein, weil es muss ja schnell gehen. Zahnprothesen, die zerbrechen und rausfallen, haben wir häufig. Alle Patienten von Ihnen, die gestützt sind, fragen sie sie, ob sie sich Verletzungen im Mund zugezogen haben, an den Zähnen oder an den Prothesen. Das hier kann auch eine Hilfe sein, ich weiß nicht, ob sie es kennen. Das ist eine SOS-Dose, die der Vorteil ist, das hier hängt an der Tür, das ist ein Hinweis für Rettungskräfte oder Rettungskräfte für die Kräfte, die eben nach Hause kommen, wenn die Bewohnerin nicht die Tür aufmacht, dann wissen die, so eine Dosis im Kühlschrank und das ist ein Datenblatt, wo alles eingegeben werden kann, wichtigste Medikamente, Allergien etc. Also es muss sich entwickeln, wir haben es in Mannheim leider, mitten in der Corona-Pandemie war das Kick-off und es hat natürlich nichts gebracht, weil keiner dafür ein Auge und Ohr hatte, aber das ist wirklich was und es steht immer im Kühlschrank, das ist der definierte Ort, wenn die Polizei kommt mit einem Krankenwagen, die können nicht im Wohnzimmer und der Küche suchen und deshalb ist es so geregelt. Essen und Trinken, wie gesagt, ich sage Ihnen nichts Neues, beginnt im Becken, sagt ein Logopäde, wer nicht stabil sitzen kann, kann nicht stabil schlucken, im Sitzen und Oberkörper hoch, genussvoll Diäten immer überprüfen, sind die sinnvoll, ist es noch richtig alkoholfreie Getränke, wir haben alkoholfreies Bier auf Stationen für die Patienten, die das lieben und eben weniger, aber öfter Dinge anbieten oder zur Verfügung stellen. Das sind Fotos von der Frau Wersching-Pfeil, was sehen Sie hier? So sehen häufig Teller aus, überladen. Das macht keinen Appetit für jemand, der gar nicht viel Hunger hat. Oder der sagt, das kann ich nicht essen, weil ich die Hälfte wegwerfen. Wegwerfen geht gar nicht. Die Generation haben wir noch. Das geht ja schon besser, aber es ist viel zu viel für mich. Und das hier, das ist eigentlich so was übersichtlich. Aber was hat sie gemacht, Frau Wersching-Pfeil? Das ist die gleiche Scheibe Brot und die gleiche Größe der Tomate. Sie hat nur unterschiedliche Teller genommen. Von kleinem Teller bis hin zu einem großen Teller. Also das spielt eine Rolle, wie wir das zur Verfügung stellen. Ach Gott, was soll der jetzt kochen? Die kann ja überhaupt nicht immer so richtig essen. Doch man kann kochen, was allen schmeckt. Dann überlegen, ob man es püriert oder wie auch immer die Konsistenzen anpasst. Sättungsbeilage ohne Stückchen, zum Beispiel mellige kochende Kartoffeln und das dann auch fürs Auge adäquat anrichten. Das ist jetzt die Schluckstörung. Milchkonsistenzen vermeiden. Also keine Suppe mit Gemüseinlage. Das klappt nicht. Bieten sie das nacheinander an. Das Gemüseessen vielleicht mit der Gabel drücken und die Gemüsebrühe löffeln, wenn das geht. Kein Reishackfleisch ist ungünstig, statt einem großen Löffel einen kleinen, also gar nichts weltbewegendes. Und es muss aber der informierten Fantasie zur Verfügung gestellt werden. Also da haben wir einen Auftrag an die Angehörigen oder an Kollegen von uns. Die Biografie des Menschen ist immer wichtig. Also wenn man mir dauernd mit Grießbrei kommt, dann werde ich aggressiv und dann werde ich nicht gut behandelt. Das weiß ich jetzt schon. Und meine Mundgesundheit ist total vernachlässigt, weil ja keiner mehr zu mir kommen will. Also ich will Wurst, bin halt ein Wurstesser. So und das sind so Sachen, wenn sie Essen anbieten, stellen sie Fernseh aus, Radio aus, alles weg, was Störfaktoren sind. Insbesondere bei kognitiv eingeschränkten Menschen oder bei deliranten Menschen, Menschen mit Delir. Die sind bei ihnen und sind sofort wieder abgelenkt. Und dann haben sie Probleme mit dem Schlucken. Sie können sich nicht konzentrieren. Das ist ganz, Und hier haben wir die Trinknahrung. Es gibt auch Pudding, verschiedene andere Sachen. Aber jetzt sind ja Smoothies so in. Also die schmecken auch den älteren Menschen wahrscheinlich. Das ist nur eine Aufzählung an Hilfsmitteln, die es gibt. Ein bisschen auf die Sprache achten. Ich ziehe dir mal das Letzchen an. Das gehört in die Kinderbetreuung. Sondern das sind Servietten. Das sind Schutz Servietten oder wie auch immer. Und Schnabelaufsätze fördern die Aspirationsgefahr und überall stehen sie. Das ist ein Phänomen. Patienten und Angehörige fordern die regelrecht ein. Wir wollten es mal abschaffen. Das ging nicht. Das ging nicht. Am Lebensende alles weglassen und noch mal ganz neu drauf schauen. Ganz, ganz neu drauf schauen. Das sage ich auch. Da oute ich mich. Ich will Biereiswürfel haben. Wir gestern bei der Fortbildung und ich bin so eine ich will Eiswürfeln mit Bier haben, an denen ich lutschen kann. Das weiß ich auch jetzt schon. Das hier ist eine Dame, die wir in der Frühreha hatten, hat sich zur Verfügung gestellt und da zum Hinweis, wer nicht danach schaut, der wird auch nichts finden. Hier können Sie sich qualifizieren. Das ist die Plattform an der Elmar Ludwig ich mache ganz viel Werbung, ich kriege kein Geld, habe ich gar nicht gesagt vorhin, wo Sie sich kostenfrei anmelden können und Sie können sich auch registrieren lassen als Referenten, dann haben Sie auf alle Unterlagen Zugriff, die Sie verwenden dürfen. Das habe ich geschrieben, genau. Das ist nochmal unsere Beauftragte für Mundgesundheit. Nur wenn jemand da ist, dem das ein Anliegen ist, wird man was bewegen können in Teams, in Praxen, in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen. Das hier ist nochmal zum Nachlesen und hier nochmal ein Zitat aus der Umfrage vom Projekt. Welche Bedarfe habt ihr an Fortbildungen? Wir sollen jeden gut behandeln, der Zugang zu unserer Zahnbürste hat. In diesem Sinne vielen Dank. So gibt es Fragen? Gerne. Nicht verwenden leuchtet mir ein. Sind diese Trinkflaschen, wo man richtig saugen muss, einfach so zu kaufen, sind die eine Alternative oder würden sie die auch ablehnen? Also ist die Frage, ob Trinkflaschen, an denen man saugen kann, zu empfehlen sind. Man kann es auf jeden Fall probieren, aber immer in Oberkörper Hochpositionen. Nicht im Halb liegen, nicht im vielleicht ein bisschen liegen, nur im aufrechten Oberkörper Funktion. Das kommt auch so ein bisschen diesem Nuckeln von der Flasche entgegen. Es gab auch Diskussionen, ob Menschen, Nahrung ablehnen, ob man denen eine Milchbrei Flasche macht und anbietet. Es gibt Pflegeeinrichtungen, die machen das und es gab viel Aufregung, das ist nicht ethisch, das gehört nicht zum alten Menschen, aber wenn es dem Menschen, wenn man es probiert hat, ermöglicht, Nahrung zu sich zu nehmen, warum nicht? Also das meine ich damit, man muss offen sein und es gibt auch Becher, Kinder haben das viel früher schon, die haben das schon alle. Im DM gibt es zu kaufen, das sind Becher, die haben eine Membran, sie setzen das an und es verschüttet nichts, weil das ist meistens der Grund. Die verschütten alles, wenn die diese Aufsätze haben. Aber es gibt jetzt schon Deckel etc., Strohhalme vielleicht benutzen stattdessen, also es gibt andere Möglichkeiten. Aus dem Chat ist die Frage, ob ich den Flyer zur Verfügung stellen kann, ja, sehr gerne. Aber ich will ihn ja in kleinen Teilen noch überarbeiten und wenn das passiert ist, werde ich ihn auf jeden Fall der Nathalie weiter senden. Also kein Problem. Nein. War noch nicht strategisch implementiert. Was halten Sie von diesen Reinigung Tabs oder überhaupt das Bürsten mit Zahnpasta? Ist das noch aktuell? Also man kann mit Zahnpasta bürsten, man muss nur aufpassen, dass die nicht so grobkörnig sind. Die dürfen nicht so grobe Teile haben und wichtig ist auch noch mal, die brauchen auch einen guten Fluorid Gehalt, die Zahnpasten nicht alle sind geeignet, gucken sie nach dem Fluorid Gehalt, dass das wirklich dem Erwachsenen was bringt. Die Kinder brauchen zum Beispiel eine deutlich geringere Menge und die Reinigungstabletten sind empfohlen, zwei- bis dreimal die Woche für 10 bis 15 Minuten die Prothese einzulegen, abzuwaschen und dann entweder einsetzen, wenn der Mensch das möchte oder nach Möglichkeit in der Nacht trocken in der Dose zu lassen, den Deckel offen zu lassen, damit sich der Gaumen die Schleimhäute ein bisschen erholen können. Dankeschön. Dankeschön. So, dann bleiben mir nur die berühmten letzten Dankesworte auszusprechen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich